Der Wachsblumenstrauß von Agatha Christie Der alte Lance Comp schlurfte von Zimmer zu Zimmer und zog die Roulos hoch. Ab und zu spähte er zwischen zusammengekniffenen, wässrigen Augen zum Fenster hinaus. Bald würden sie von der Beerdigung zurückkommen. Enderby Hall war ein weitläufiges, viktorianisches Anwesen im neogotischen Stil. Die Vorhänge waren aus schwerem, längst verblasstem Samt. In manchen Zimmern bespannte noch verblichene Seide die Wände. Im grünen Salon warf der Butler einen Blick auf das Gemälde, das über dem Kamin hing. Es zeigte den alten Cornelius Abernathy, der Enderby Hall, der einst hatte erbauen lassen. Ein sehr beeindruckender Mann, dachte der alte Lance Comp immer und war froh, dass er nie persönlich seine Bekanntschaft geschlossen hatte. Sein gnädiger Herr war Mr. Richard gewesen. Und ein sehr guter Herr. Ganz plötzlich hatte er das Zeitliche gesegnet, obwohl der Arzt in letzter Zeit immer häufiger nach Enderby hatte kommen müssen. Aber der gnädige Herr hatte sich nie vom Schock über den Tod des jungen Mr. Mortimer erholt. Kopfschüttelnd tappelte der alte Mann ins weiße Boudoir. Aber entsetzlich war das, eine regelrechte Tragödie. So ein feiner, aufrechter junger Herr und so lebenskräftig und gesund dazu, dass ihm ein solches Unglück passieren würde, hätte man nie für möglich gehalten. Und dann Mr. Gordon, der im Krieg gefallen war. Das war einfach zu viel für den gnädigen Herrn. Mr. Richard war zu seinen jüngeren Geschwistern fast wie ein Vater gewesen. 24 war er, als sein Vater die Augen geschlossen hatte. Und er hatte sich sofort ins Geschäft gestürzt, hatte auf dem Anwesen alles weitergeführt wie bisher und so prachtvoll, wie man es sich nur wünschen konnte. Ein sehr glückliches Haus war es einst, mit all den heranwachsenden Damen und Herren. Die jungen Damen waren sehr temperamentvoll gewesen, vor allem Miss Geraldine und Miss Cora auch, obwohl die viel jünger war. Und jetzt war Mr. Leo tot und Miss Laura war auch gestorben. Mr. Timothy war invalid, wirklich eine schlimme Sache. Und Miss Geraldine war irgendwo im Ausland gestorben. Und Mr. Gordon im Krieg gefallen. Mr. Richard, obwohl der älteste der Geschwister, hatte sie alle überlebt. Naja, nicht ganz, denn Mr. Timothy lebte ja noch. Und auch die kleine Miss Cora. Aber die hatte diesen abscheulichen Pinselkünstler geheiratet. 25 Jahre lang hatte Lanscombe sie nicht gesehen. Als sie mit dem Kerl weggegangen war, war sie ein hübsches, junges Ding gewesen. Und jetzt hätte er sie beinahe nicht wiedererkannt. So korpulent war sie geworden. Und so exzentrisch in diesem Kleid. Ihr Mann hatte aus Frankreich gestand. Und was man davon zu halten hatte, wusste man ja. Aber Miss Cora war auch immer eine etwas, nun ja, schlichte Natur gewesen. Die kam in jeder Familie vor. Aber sie hatte ihn sofort wiedererkannt. Da ist ja Lanscombe, hatte sie gesagt, und sich offenbar wirklich gefreut, ihn zu sehen. Ach ja, damals hatten sie ihn alle gern gemocht. Aber heute gab es praktisch niemanden mehr, der sich an ihn erinnerte. Jetzt gab es nur das junge Volk, das er nicht auseinanderhalten konnte und das in ihm einfach einen alten Butler sah, der schon fast zum Inventar gehörte. Lanscombe fuhr zusammen. Was dachte er sich bloß dabei, hier rumzustehen und den alten Zeiten nachzuhängen, wo es so viel zu tun gab? Er, Janet und die Köchin waren zum Trauergottesdienst in der Kirche gewesen, aber anschließend nicht mit ins Krematorium gefahren, sondern gleich ins Haus zurückgekehrt, um das Mittagessen vorzubereiten. Natürlich wurde nur kalt serviert. Schinken, Hühnchen, Zunge und Salat. Und hinterher kaltes Zitronensoufflé und Apfelkuchen. Vorneweg eine heiße Suppe. Er sollte lieber mal nachschauen, ob Marjorie schon so weit war, dass sie gleich serviert werden könnte, denn die Gäste würden in ein oder zwei Minuten bestimmt hier sein. Im schlurfenden Trab verließ er den Raum. Dabei streifte sein Blick geistesabwesend das Gemälde, das hier über dem Kamin hing, das Gegenstück zum Porträt im grünen Salon. Nichtsagendes Gesicht, kleiner Mund, Mittelscheitel. Eine bescheidene, unauffällige Frau. Das einzig wirklich Bemerkenswerte an Mrs. Cornelius Abernathy war ihr Name gewesen, Coralie. Coral-Hühneraugenpflaster und die dazugehörigen Fußpflegemittel von Coral waren auch nach über 60 Jahren seit der Firmengründung noch immer ein Renner. Sie hatten den Grundstein zu diesem neogotischen Palast gelegt, zu den weitläufigen Gärten und dem Vermögen, das sieben Söhnen und Töchtern ein beträchtliches jährliches Einkommen gesichert und Richard Abernathy ermöglicht hatte, vor drei Tagen als sehr wohlhabender Mann zu sterben. Marjorie, die Köchin des Hauses, war jung, gerade 27, und stellte Lanscombs Geduld immer wieder auf die Probe, weil sie überhaupt nicht dem Bild entsprach, dass er sich von einer richtigen Köchin machte. Außerdem nannte sie das Haus ein altes Mausoleum und beschwerte sich über den weitläufigen Küchenbereich, wo man zwischen Speisekammer und Spülküche eine halbe Tagesreise zurücklegen muss. Sie war seit zwei Jahren in Enderby und nur geblieben, weil sie zum einen gut bezahlt wurde und zum anderen, weil Mr. Abernathy ihre Kochkünste gebührend zu würdigen gewusst hatte. Janet, die sich am Küchentisch zur Erholung eine Tasse Tee gönnte, war ein älteres Dienstmädchen, das sich gegen die jüngere Generation meist mit ihm verbündete. Die vierte Person, die sich in der Küche befand, war Mrs. Jacks, die nur bei besonderen Anlässen aushalf und der die Beerdigung gut gefallen hatte. »Es war wunderschön«, sagte sie mit einem sitzsamen Schniefen. »Neunzehn Autos, die Kirche war fast voll und der Pfarrer hat die Messe wunderbar gelesen. Ach, der arme Mr. Abernathy! Solche wie ihm gibt's nicht mehr viele. Alle haben sie Respekt vor ihm gehabt.« Ein Hupen war zu hören und dann ein Auto, das die Auffahrt heraufkam. Die Wagen fuhren nacheinander vor und die schwarz gekleideten Insassen stiegen aus und gingen zögernd durch die Eingangshalle in den großen grünen Salon. In Anbetracht der ersten frischen Herbsttage brannte im Kamin ein Feuer. Lance Combe trat den Raum und bot auf einem Silbertablett Gläser mit Sherry an. Mr. Antwistle, Seniorpartner der alteingesessenen und angesehenen Firma Bollard, Antwistle, Antwistle and Bollard, stand am Feuer und ließ sich den Rücken wärmen. Er nahm ein Glas Sherry entgegen und musterte die Versammelten mit dem scharfen Blick eines Notars. Nicht alle Anwesenden waren ihm persönlich bekannt, und er musste sie erst zuordnen. Als erstes betrachtete er den alten Lance Combe. »Der ist schon ziemlich wackelig auf den Beinen«, dachte Mr. Antwistle. »Wer mich nicht alles täuscht, geht er auf die 90 zu. Na, er bekommt ja eine nette Leibrente. Der hat ausgesorgt.« Für Mr. Antwistle mit seinen 72 Jahren war Richard Abernethys Tod im Alter von 68 eindeutig verfrüht. Der Notar hatte sich zwei Jahre zuvor aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen, aber als Richard Abernethys Testamentsvollstrecker und aus Respekt vor einem seiner ältesten Klienten, mit dem er auch persönlich befreundet gewesen war, hatte er die Reise nach Nordengland auf sich genommen. Während er im Geiste die Verfügung des Testaments durchging, betrachtete er die Familienmitglieder. Mrs. Leo, Helen, kannte er natürlich gut. Sie war eine reizende Dame, die er gerne mochte und auch schätzte. Er betrachtete sie mit Sympathie. Schwarz stand ihr besonders gut. Sie hatte auf ihre Figur geachtet. Ihm gefielen die klar geschnittenen Züge, der Schwung, mit dem die grauen Haare von den Schläfen nach hinten gekämmt waren, und die Augen, die früher mit Kornblumen verglichen worden und auch heute noch leuchtend blau waren. Wie alt Helen jetzt wohl sein mochte? Etwa ein oder zweiundfünfzig, vermutete er. Seltsam, dass sie nach Leos Tod nie wieder geheiratet hatte. Sie war eine attraktive Frau. Sein Blick wanderte weiter zu Mrs. Maude Timothy. Sie kannte er kaum. Eine kräftige, vernünftige, lebenstüchtige Person, die Timothy immer eine aufopferungsvolle Ehefrau gewesen war. Hatte sich um seine Gesundheit gekümmert, hatte ihn umsorgt. Wahrscheinlich etwas zu sehr. Ob Timothy wirklich etwas fehlte? In Mr. Antwistles Augen war er ein Hypochonder. Der Meinung war Richard Abernathy auch gewesen. Nun ja, jeder brauchte ein Steckenpferd. Timothy musste sein gutes Auskommen haben. Er hatte das Geld nie zum Fenster hinausgeworfen. Aber der warme Segen würde ihm durchaus gelegen kommen, vor allem heutzutage mit den hohen Steuern. Jetzt wandte Mr. Antwistle seine Aufmerksamkeit George Crossfield zu, dem Sohn Lauras. Laura hatte ja einen sehr dubiosen Kerl geheiratet, über den man nie viel erfahren hatte. Angeblich Börsenmakler. Der junge George war in einer Anwaltskanzlei. Keine sehr angesehene Firma. Gut aussehend, aber irgendwie verschlagen. Allzu viel zum Leben hatte der bestimmt nicht. Laura hatte mit ihren Geldanlagen kein gutes Händchen bewiesen. Bei ihrem Tod vor fünf Jahren hatte sie so gut wie nichts hinterlassen. Mr. Antwistles Blick wanderte weiter zu den beiden jungen Frauen. Welche war welche? Ach ja, das war Geraldines Tochter Rosamund, die sich gerade die Wachsblumen auf dem Malachit-Tisch ansah. Ein hübsches Ding. Bildhübsch sogar. Etwas dümmliches Gesicht. Schauspielerin. Bei einer Boulevard-Truppe oder sowas ähnliches. Zu allem Überfluss hatte sie auch noch einen Schauspieler geheiratet. Gut aussehender Kerl. Und das weiß er, dachte Mr. Antwistle. Ich würde ja gerne wissen, aus was für einer Familie der kommt. Missbilligend betrachtete er Michael Shane mit seinen blonden Haaren und dem Charme, der hageren Männern eigen ist. Susan, Gordons Tochter, würde sich auf der Bühne viel besser machen als Rosamund. Mehr Persönlichkeit. Sie stand ganz in seiner Nähe. Darum beobachtete Mr. Antwistle sie nur verstohlen. Dunkle Haare, haselnussfarbene Augen, ein attraktiver, etwas trotziger Mund. Neben ihr stand ihr Ehemann, den sie erst vor kurzem geheiratet hatte. Ein Apothekengehilfe, man stelle sich nur vor. Mr. Antwistles Ansicht nach heirateten junge Frauen keine Männer, die hinter einer Ladentheke arbeiteten. Der junge Mann mit dem blassen, nichtssagenden Gesicht und den dunkelblonden Haaren machte den Eindruck, als sei ihm unbehaglich zumute. Mr. Antwistle fragte sich nach dem Grund, kam dann aber zu dem Schluss, das käme von der Anstrengung, die große Verwandtschaft seiner Frau kennenzulernen. Als letztes nahm Mr. Antwistle schließlich Cora Lansquenet in Augenschein. Cora war in der Familie immer der Nachzügler gewesen, Richards jüngste Schwester. Ihre Mutter, bei der Geburt fast 50, hatte die Niederkunft nicht überlebt. Die arme kleine Cora. Ihr ganzes Leben war sie eine blamable Gestalt gewesen und immer mit Bemerkungen herausgeplatzt, die besser ungesagt geblieben wären. Ihre Geschwister waren immer sehr nett zu ihr gewesen. Niemand hatte sich träumen lassen, dass Cora je heiraten würde. Sie war zu groß geraten, etwas einfältig und nicht besonders hübsch gewesen, und ihre allzu auffälligen Annäherungsversuche an die jungen Männer, die nach Anderby zu Besuch kamen, hatten diese meist zu verschreckten Rückzugsmanövern veranlasst. Und dann, erinnerte sich Mr. Antwistle, war die Sache mit Lansquenet passiert. Pierre Lansquenet, ein halber Franzose. Sie hatte ihn an einer Kunstakademie kennengelernt, wo sie Unterricht im Malen von Blumenaquarellen genommen hatte. Aber irgendwie war sie in den Kurs für Aktmalerei geraten, und dort war sie Pierre Lansquenet begegnet, war nach Hause gekommen und hatte verkündet, sie wolle ihn heiraten. Richard Abernathy hatte energisch Einspruch erhoben. Er vermutete, dass der junge Mann im Grunde nur auf eine wohlhabende Ehefrau aus war. Aber noch während er Nachforschungen über Lansquenets Herkunft anstellte, war Cora mit dem Kerl durchgebrannt und hatte ihn kurzerhand geheiratet. Den Großteil ihrer Ehe hatten die beiden in der Bretagne, in Cornwall und anderen Künstlerkolonien verbracht. Lansquenet war ein sehr schlechter Maler gewesen und, wie es hieß, kein sehr netter Mann. Aber Cora hatte ihn hingebungsvoll geliebt und ihrer Familie nie verziehen, dass sie ihn nicht freundlich aufgenommen hatte. Richard hatte seiner jüngsten Schwester jedes Jahr eine Leibrente ausgezahlt, und von dem Geld hatten die beiden gelebt, soweit Mr. Antwistle wusste. Er bezweifelte, dass Lansquenet je auch nur einen Penny verdient hatte. Jetzt war er wohl schon seit zwölf oder mehr Jahren tot. Und hier war nun die Witwe, nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder im Haus ihrer Kindheit. Sie hatte ihre beinahe kissenförmige Figur in wehendes Künstlerschwarz gekleidet, mit vielen Jet-Schnüren um den Hals. Sie ging im Raum umher, fasste alles an und freute sich überschwänglich, wenn sie auf eine kindliche Erinnerung stieß. Sie gab sich wenig Mühe, Trauer über den Tod ihres Bruders vorzutäuschen. Aber eigentlich, so dachte Mr. Antwistle, hatte Cora Gefühle ja nie vorgetäuscht. Nach der delikaten Hühnercremesuppe und reichlich kalten Fleischplatten, serviert mit einem köstlichen Chablis, hob sich die Stimmung der Trauergesellschaft ein wenig. Niemand war über Richard Abernethys Tod wirklich betrübt, denn niemand war ihm wirklich nahe gestanden. Alle hatten sich gebührend schicklich und gedämpft verhalten, mit Ausnahme von Cora, die keine Hemmungen kannte und unverkennbar Spaß hatte. Aber nun herrschte das Gefühl vor, dass dem Anstand Genüge getan war und man zu einer normalen Unterhaltung übergehen konnte. Mr. Antwistle befürwortete diese Entwicklung durchaus. Er hatte Erfahrung mit Beerdigungen und wusste, wann der Zeitpunkt für eine Lockerung des Tons gekommen war. Nach dem Essen erklärte Lanskamp, Kaffee werde in der Bibliothek serviert. Die Zeit war gekommen, um das geschäftliche, in anderen Worten das Testament, zu besprechen. Dafür bot die Bibliothek mit ihren Bücherschränken und den schweren Vorhängen aus rotem Samt die richtige Atmosphäre. Nach dem Austausch einiger banaler Höflichkeiten richteten sich zögerlich immer mehr Augenpaare auf Mr. Antwistle. Er griff die Andeutung sofort auf. »Wie Sie wissen, bin ich Richard Abernethys Testamentsvollstrecker.« »Ich habe das nicht gewusst«, sagte Cora Lanskenehm unter. »Wirklich? Hat er mir etwas vererbt?« Nicht zum ersten Mal hatte Mr. Antwistle das Gefühl, dass Cora eine Vorliebe für unpassende Bemerkungen hatte. Er warf ihr einen tadelnden Blick zu. »Bis vor einem Jahr war Richard Abernethys Testament sehr einfach«, fuhr er fort. Von einigen Legaten abgesehen, wollte er alles seinem Sohn Mortimer vermachen. »Ah, der arme Mortimer«, warf Cora ein, »Kinderlärmung ist einfach schrecklich.« Mortimers tragischer und plötzlicher Tod war ein schwerer Schlag für Richard. Er brauchte mehrere Monate, um darüber hinwegzukommen. Ich erklärte ihm, dass es vielleicht ratsam wäre, ein neues Testament aufzusetzen. Maud Abernethy fragte mit ihrer tiefen Stimme, »Was wäre passiert, wenn er kein neues Testament aufgesetzt hätte? Wäre dann alles an Timothy gegangen, weil er der nächste Anverwandte war, meine ich?« »Auf meinen Rat hin entschied Richard, sich ein neues Testament zu machen«, sagte Mr. Antwistle spitz. »Doch zuerst wollte er die jüngere Generation etwas näher kennenlernen.« »Er hat uns regelrecht auf Tauglichkeit geprüft«, Susan lachte unvermittelt auf. »Zuerst George, dann Greg und mich und zum Schluss Rosamund und Michael.« »Hatt ihr mir etwas hinterlassen?«, fragte Cora wieder. Mr. Antwistle hüstelte und erklärte dann kühl, »Sie alle werden von mir eine Kopie des Testaments erhalten.« Kurz gesagt, umfasst es Folgendes. Von mehreren kleinen Vermächtnissen abgesehen und einer größeren Summe für Lanscomb, mit der er sich eine Leibrente kaufen kann, wird der Großteil des Vermögens in sechs gleiche Teile geteilt. Vier davon gehen an Richards Bruder Timothy, sein Neffen George Crossfield, seine Nichte Susan Banks und seine Nichte Rosamund Shane. Die anderen beiden Teile werden treuhänderisch verwaltet und das Einkommen daraus kommt Mrs. Helen Abernathy, der Witwe seines Bruders Leo, zugute, sowie seiner Schwester Mrs. Cora Lanskene, und zwar auf Lebenszeit. Nach deren Tod geht das Kapital auf die vier anderen Erben beziehungsweise deren Nachkommen über. »Wie schön!« rief Cora Lanskene sichtlich erfreut. »Ein Einkommen! Wie viel?« »Möglicherweise etwa drei bis viertausend Pfund pro Jahr.« »Toll!« Cora war begeistert. »Dann fahre ich nach Capri!« Helen Abernathy sagte leise, »Das ist wirklich sehr nett von Richard und sehr großzügig. Seine Aufmerksamkeit berührt mich tief.« »Er war ihnen sehr zugetan,« erklärte Mr. Entwistle. »Leo war sein Lieblingsbruder, und dass sie ihn nach seinem Tod immer noch besuchten, bereitete ihm große Freude.« »Ich wünschte, mir wäre klar gewesen, wie krank er wirklich war,« sagte Helen bedauernd. »Ich habe ihn kurz vor seinem Tod noch einmal besucht.« »Es stand schlimm um ihn,« erwiderte Mr. Entwistle. »Aber er wollte nicht, dass darüber gesprochen wurde, und meines Wissens erwartete niemand, dass sein Ende so rasch kommen würde. Ich weiß, dass der Arzt sehr überrascht war.« »Es war für uns alle ein Schock,« fügte Maud Abernathy hinzu. »Das hat den armen Timothy sehr mitgenommen.« »Aber es ist ja alles gut vertuscht worden, oder nicht?« fragte Cora. »Alle starrten sie an, und auf einmal wurde sie unsicher.« »Ich glaube, ihr habt völlig recht,« fuhr sie hastig fort. »Das sollte wirklich in der Familie bleiben.« Die Gesichter, die ihr zugewandt waren, blickten noch verständnisloser. Mr. Entwistle beugte sich vor. »Cora, leider verstehe ich nicht, was Sie damit sagen wollen.« Cora Lanskene sah sich mit weit aufgerissenen Augen im Kreis um. Dann legte sie wie ein Vögelchen den Kopf zur Seite. »Aber er ist doch ermordet worden, oder nicht?« Auf der Fahrt nach London, die er auf dem Fensterplatz eines Abteils erster Klasse verbrachte, dachte Mr. Entwistle über Cora Lanskenees Bemerkung nach. Ihm war etwas unwohl dabei. Natürlich, Cora war eine eher unausgeglichene und außerordentlich dumme Person und schon als Mädchen für ihre peinliche Art bekannt gewesen, mit unliebsamen Wahrheiten herauszuplatzen. Aber nein, nicht mit Wahrheiten, das war das völlig falsche Wort, mit unbedachten Bemerkungen. In Gedanken ging er noch einmal die Minuten direkt nach diesem unglückseligen Satz durch. Erst durch die vielen Augenpaare, die sich entsetzt und missbilligend auf sie richteten, war Cora die ganze Tragweite ihrer Frage aufgegangen. Und sie war sofort beschämt in einen wirren Redeschwall ausgebrochen. »Ach, es tut mir leid, das war wirklich dumm von mir, aber ich dachte nach dem, was er mir sagte. Ach, natürlich weiß ich, dass alles in Ordnung ist, aber sein Tod kam so plötzlich. Bitte vergesst einfach, dass ich überhaupt etwas gesagt habe. Ich weiß schon, ich sage immer das Verkehrte.« Dann hatte sich die Aufregung wieder gelegt und eine praktische Diskussion über die Veräußerung der persönlichen Gegenstände des Verstorbenen hatte begonnen. Das Haus und sein Inhalt, so hatte Mr. Entwistle ergänzt, würden verkauft werden. Coras unglückseliger Fauxpas war vergessen. Schließlich war sie immer schon, nun vielleicht nicht beschränkt, aber doch unverzeihlich naiv gewesen. Sie hatte nie begriffen, was man sagen oder nicht sagen durfte. Mit 19 hatte das noch keine so große Rolle gespielt, aber ein Enfant terrible von fast 50 war entschieden zu viel des Guten, mit unliebsamen Wahrheiten herauszuplatzen. Mr. Entwistles Gedankengang kam zu einem abrupten Stillstand. Zum zweiten Mal war ihm das leidige Wort in den Sinn gekommen. Wahrheiten. Und warum war es so leidig? Weil genau das, die Wahrheit, der Grund war, warum Coras freimütige Bemerkung schon immer Empörung ausgelöst hatten. Weil ihre naiven Äußerungen entweder der Wahrheit entsprochen oder zumindest ein Körnchen Wahrheit enthalten hatten. Obwohl Mr. Entwistle in der völligen 49-jährigen Frau kaum etwas gesehen hatte, das ihn an das linkische Mädchen früherer Zeiten erinnerte, waren ja einige ihrer Manierismen erhalten geblieben. Die kleine, vogelartige Kopfbewegung, wenn sie eine besonders unerhörte Bemerkung machte, der Ausdruck beinahe gespannter Erwartung. Mr. Entwistle dachte eingehender über sein Unbehagen nach. Was war an Coras lächerlichen Bemerkungen, dass sein Unterbewusstsein einfach nicht losließ? Nach einer Weile führte er das vor allem auf zwei Sätze zurück. Ich dachte nach dem, was er mir sagte. Und? Sein Tod kam so plötzlich. Die zweite Bemerkung untersuchte Mr. Entwistle als erstes. Doch Richards Tod konnte in gewisser Hinsicht durchaus als plötzlich bezeichnet werden. Mr. Entwistle hatte über Richards Gesundheitszustand sowohl mit ihm selbst als auch mit seinem Arzt gesprochen. Dieser hatte unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sein Patient kein hohes Alter erreichen würde. Aber wenn Mr. Abernethy sich schone, könne er noch zwei oder drei Jahre leben. Auf jeden Fall hatte der Arzt keinen baldigen Tod vorhergesehen. Nun, der Arzt hatte sich getäuscht. Aber es war Ärzten, wie sie selbst zugaben, ja auch nicht möglich, genaue Aussagen über den individuellen Verlauf einer Krankheit zu machen. Es gab Patienten, bei denen man jede Hoffnung aufgegeben hatte und die auf wundersame Weise genasen. Und es gab Kranke, die praktisch schon über den Berg waren und dann plötzlich doch starben. Viel hing von der Lebenskraft eines Patienten ab, von seinem Lebenswillen. Und Richard Abernethy war zwar ein kräftiger, zupackender Mann gewesen, aber ihn hatte nur noch wenig am Leben gehalten. Denn sechs Monate zuvor war sein einziger noch lebender Sohn Mortimer an Kinderlähmung erkrankt und binnen einer Woche gestorben. Sein Tod war ein Schock gewesen, nicht zuletzt auch deswegen, weil er ein kerngesunder, lebensfroher junger Mann gewesen war, ein begeisterter Sportler und einer der Menschen, von denen man sagt, sie seien keinen Tag ihres Lebens krank gewesen. In wenigen Wochen hatte er sich mit einem reizenden Mädchen verloben wollen. Die Hoffnung seines Vaters hatten ganz auf diesem geliebten und überaus gut geratenen Sohn geruht. Stattdessen hatte das Schicksal zugeschlagen. Und danach hielt die Zukunft für Richard Abernethy nur wenig bereit, das ihn interessiert hätte. Er hatte keine Enkel. Nach ihm gab es niemanden, der den Namen Abernethy tragen würde. Er besaß ein immenses Vermögen mit weit verzweigten Geschäftsinteressen. Auf wen sollten dieses Vermögen und die Kontrolle dieser Geschäfte übergehen? Diese Fragen hatten Richard sehr belastet, das wusste Entwistle. Sein einziger noch lebender Bruder, Timothy, war praktisch invalide. Es blieb nur die jüngere Generation. Richard war immer davon ausgegangen, dass er einen einzigen Erben einsetzen würde, auch wenn er sicher diese oder jene Person mit einem kleinen Vermächtnis bedacht hätte. Entwistle wusste, dass Richard Abernethy in den letzten sechs Monaten vor seinem Tod nacheinander seinen Neffen George, seine Nichte Susan mit Mann, seine Nichte Rosamund mit Mann sowie seine Schwägerin Mrs. Leo Abernethy zu Besuch eingeladen hatte. Unter den drei Erstgenannten hatte Abernethy nach einem Erbenausschau gehalten. Helen Abernethy war wohl aus persönlicher Zuneigung eingeladen worden und möglicherweise auch als Ratgeberin, denn Richard hatte immer große Stücke auf ihren gesunden Menschenverstand und ihr praktisches Urteilsvermögen gehalten. Mr. Entwistle wusste auch, dass Richard irgendwann im Verlauf dieser sechs Monate seinem Bruder Timothy einen kurzen Besuch abgestattet hatte. Als Ergebnis all dessen war das Testament entstanden, das der Notar jetzt in seiner Aktentasche bei sich trug. Eine ausgewogene Aufteilung des Vermögens. Das ließ nur den Schluss zu, dass Richard Abernethy von seinem Neffen ebenso enttäuscht gewesen war wie von seinen Nichten oder vielleicht auch von deren Ehemännern. Nach Mr. Entwistles Wissen hatte er seine Schwester Cora Lonskenet nicht zu sich eingeladen und damit kam der Notar zu dem ersten denkwürdigen Satz, den Cora so beiläufig hatte fallen lassen. Aber ich dachte nach dem, was er mir sagte. Was hatte Richard Abernethy denn gesagt? Und wann? Wenn Cora nicht in Enderby gewesen war, dann musste Richard sie in ihrem Künstlerdorf in Berkshire besucht haben, wo sie in einem Cottage lebte. Oder war es etwas, das er in einem Brief geschrieben hatte? Mr. Entwistle runzelte die Stirn. Natürlich, Cora war eine überaus dumme Person. Es war gut denkbar, dass sie einen Satz falsch verstanden hatte, aber trotzdem fragte er sich, was dieser Satz gewesen sein könnte. Sein Unbehagen war so groß, dass er beschloss, Mrs. Lonskenet darauf anzusprechen. Er würde doch gerne wissen, was Richard Abernethy ihr gesagt hatte, so dass sie mit der unerhörten Frage »Aber er ist doch ermordet worden, oder nicht?« herausgeplatzt war. In einem Abteil dritter Klasse desselben Zugs sagte zu der Zeit Gregory Banks gerade zu seiner Frau »Deine Tante hat ja wohl nicht alle Tassen im Schrank.« »Tante Cora?« Susan antwortete gleichmütig. »Na ja, soweit ich weiß, galt sie immer als ein bisschen einfältig.« »Irgendjemand sollte sie wirklich zur Vernunft bringen, damit sie solche Sachen nicht einfach so herausposaunt,« meinte George Crossfield, der den beiden gegenüber saß, scharf. »Das könnte die Leute noch auf komische Gedanken bringen.« Rosamund Shane zog gerade den Schwung ihrer Lippen nach. »Was eine solche Schlampe sagt, darauf gibt doch sowieso niemand was,« murmelte sie, »mit den Klamotten und den kilometerlangen Jetketten.« »Man sollte ihr den Mund stopfen,« sagte George. »Ich finde, George hat recht,« warf Rosamunds Mann ein. »Es ist so leicht, die Gerüchteküche in Gang zu setzen.« »Wäre das so schlimm?« Rosamund dachte über ihre Frage nach. Die geschwungenen Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln. »Das könnte doch lustig sein.« »Lustig?« fragten vier Stimmen unisono. »Ein Mord in der Familie,« sagte Rosamund. »Spannend! Wenn er wirklich ermordet wurde, wer könnte es gewesen sein?« Ihr Blick wanderte nachdenklich durchs Abteil. »Sein Tod kommt uns doch allen sehr gelegen,« fuhr sie langsam fort. »Michael und ich sind absolut pleite. Mick hat eine wirklich fantastische Rolle am Sandborn Theater angeboten bekommen, müsste aber noch eine Weile darauf warten. Jetzt, wo wir im Geld schwimmen, können wir es uns leisten. Wir könnten sogar selbst ein Stück produzieren, wenn wir Lust dazu haben. Ich denke da auch schon an eins, das eine wunderbare Rolle hat.« Niemand achtete auf Rosamunds begeisterte Ausführung. Alle waren ganz mit ihrer eigenen unmittelbaren Zukunft beschäftigt. »Gerade noch davon gekommen,« dachte George. »Jetzt kann ich das Geld zurückgeben, ohne dass jemand davon erfährt.« Aber es stand spitz auf Knopf. Gregory schloss die Augen und legte den Kopf an die Rückenlehne. Der Sklaverei entkommen. Susan brach das Schweigen mit ihrer klaren, eher spröden Stimme. »Natürlich tut es mir leid um den armen Onkel Richard, aber schließlich war er doch schon sehr alt und Mortimer ist tot und er hatte nichts mehr, wofür es sich noch zu leben lohnte. Und es wäre schrecklich für ihn gewesen, noch jahrelang todkrank weiterzuleben. Für ihn war es viel besser, so plötzlich abzudanken, ohne viel Aufhebens.« Ihre harten, zuversichtlichen jungen Augen wurden weicher, als sie die versunkene Miene ihres Mannes betrachtete. Sie liebte Greg über alles. Unbewusst ahnte sie, dass sie Greg weniger bedeutete, als er ihr, aber das steigerte ihre Leidenschaft nur noch. Greg gehörte ihr. Für ihn würde sie alles tun. Wirklich alles. Während Maud Abernathy sich zum Abendessen in Enderby umkleidete, fragte sie sich, ob sie Helen hätte anbieten sollen, länger zu bleiben, um ihr mit dem Ausräumen des Hauses zu helfen. Da waren Richards persönliche Gegenstände, vielleicht auch Briefe. Aber sie musste wirklich so bald wie möglich zu Timothy zurück. Es brachte ihn immer völlig aus der Fassung, wenn sie nicht da war, um ihn zu pflegen. Sie hoffte, dass er sich über das Testament freuen und nicht ärgerlich werden würde. Allerdings wusste sie, dass er erwartet hatte, den Großteil von Richards Vermögen zu erben. Schließlich war er der einzige noch lebende Abernathy. Doch sie fürchtete, dass Timothy wütend sein würde. Und das war gar nicht gut für seine Verdauung. Und wenn er sich ärgerte, konnte Timothy auch sehr uneinsichtig sein. Gelegentlich verlor er alles Augenmaß. Ob sie mit Dr. Barton darüber sprechen sollte? Die Schlaftabletten? In letzter Zeit hatte Timothy viel zu viel davon genommen. Und er wurde wütend, wenn sie das Fläschchen aufbewahren wollte. Aber die Tabletten waren so gefährlich. Man wurde benommen und vergaß, dass man sie schon genommen hatte und nahm noch mal welche. Und dann konnte alles Mögliche passieren. Sie seufzte, aber dann hältte sich ihr Gesicht auf. Jetzt würde alles viel einfacher werden. Der Garten zum Beispiel. Helen Abernathy saß im grünen Salon am Kamin und wartete, daß Maud zum Abendessen erschien. Sie sah sich um und dachte an die alten Zeiten, die sie mit Leo und den anderen hier verbracht hatte. Es war ein glückliches Haus gewesen. Aber ein solches Haus brauchte Menschen. Es brauchte Kinder und Bedienstete und große Gesellschaften und im Winter ein loderndes Kaminfeuer in jedem Zimmer. Als nur noch ein alter Mann hier lebte, der gerade seinen Sohn verloren hatte, war es ein trauriges Haus gewesen. Wer es wohl kaufen würde, fragte sie sich. Sie hatte eigene Interessen. Und mit dem Einkommen, das Richard ihr testamentarisch vermacht hatte, würde sie die Villa auf Zypern behalten und all die Dinge tun können, die sie sich vorgenommen hatte. In letzter Zeit hatte sie sich viele Sorgen um Geld gemacht. Die Steuern, die ganzen Investitionen, die fehlgeschlagen waren. Aber jetzt, dank Richards Geld, waren die Zeiten vorbei. Der arme Richard. Es war wirklich eine große Gnade gewesen, einfach im Schlaf zu sterben. Unvermittelt. Wahrscheinlich hatte das Cora auf die Idee gebracht. Cora war wirklich ungeheuerlich, war es immer schon gewesen. Und sie hatte sich immer lächerlich gemacht. Aber das arme Ding, sie konnte ihr nichts dafür. Versonnen fiel Helens Blick auf den Strauß Wachsblumen, der auf dem runden Malachittisch stand. Dort hatte Cora vor dem Aufbruch in die Kirche gesessen. Sie hatte in Erinnerungen geschwelgt und sich offensichtlich so darüber gefreut, wieder in ihrem alten Zuhause zu sein, dass sie völlig den Anlass für dieses Familientreffen aus den Augen verloren hatte. Aber vielleicht war sie nur nicht so scheinheilig wie wir, dachte Helen. Cora hatte sich noch nie um Konventionen gekümmert. Das sah man schon an der Art, wie sie mit der Frage herausgeplatzt war. Aber er ist doch ermordet worden, oder nicht? Alle Köpfe hatten sich schockiert zu ihr gedreht. Die Gesichter müssen die unterschiedlichsten Ausdrücke wieder gespiegelt haben. Als Helen die Szene vor sich heraufbeschwor, runzelte sie die Stirn. In dem Bild stimmte etwas nicht. War es der Gesichtsausdruck von jemandem? War's das? Etwas, das nicht dorthin gehörte? Sie wusste es nicht. Sie konnte es nicht näher benennen. Aber irgendwie hatte irgendetwas nicht ganz gestimmt. Im Bahnhofslokal in Swindon aß unterdessen eine Dame in wallender Trauerkleidung und mit Jet behängt, glasierte Rosinenbrötchen, trank dazu Tee und freute sich auf die Zukunft. Sie hatte keine böse Vorahnung. Sie war glücklich. Diese Zugfahrten quer durchs Land waren doch sehr anstrengend. Es wäre leichter gewesen, über London nach Litchett St. Mary zurückzufahren, aber dann hätte sie mit der Familie reisen und sich wahrscheinlich die ganze Zeit unterhalten müssen. Viel zu anstrengend. Wie selbstgerecht Leute doch waren. Und wie scheinheilig. All die Gesichter, als sie das mit dem Mord gesagt hatte. Wie alle sie angestarrt hatten. Aber es war richtig, dass sie es gesagt hatte. Doch. Sie nickte. Zufrieden mit sich selbst. Ein Augenblick saß sie träumend da, malte sich die Zukunft aus, die sich vor ihr auftat. Sie lächelte glücklich wie ein Kind. Endlich würde ihr das Leben richtig Spaß machen. Mr. Antwistle verbrachte eine sehr unruhige Nacht. Am nächsten Morgen fühlte er sich so müde und schlapp, dass er nicht aufstand. Seine Schwester, die ihm den Haushalt führte, trug ihm das Frühstück auf einem Tablett nach oben. Beerdigungen, brummelte sie entrüstet. Für einen Mann deines Alters sind Beerdigungen tödlich. Wenn du nicht besser auf dich aufpasst, liegst du auf einmal genauso plötzlich unter der Erde wie dein heiliger Mr. Abernathy. Bei dem Wort plötzlich fuhr Mr. Antwistle innerlich zusammen. Cora Lanskenet. Was sie gesagt hatte, war völlig außerhalb des Bereichs des Möglichen. Aber trotzdem würde er gerne wissen, warum sie es gesagt hatte. Doch er würde sie in Litchett St. Mary besuchen. Und zwar bald. Um etwa Viertel vor sechs abends läutete das Telefon. Er nahm den Hörer ab. Die Stimme am anderen Ende gehörte Mr. James Parrott, dem neuen Juniorpartner von Bollard, Antwistle, Antwistle und Bollard. Hören Sie, Mr. Antwistle, sagte Mr. Parrott, mich hat gerade die Polizei aus einem Dorf namens Litchett St. Mary angerufen. Mr. Parrott schien beklommen. Es hat etwas mit einer gewissen Mrs. Cora Lanskenet zu tun. War sie nicht eine der Erben von Abernethys Vermögen? Ja, sicher. Ich habe sie gestern bei der Beerdigung gesehen. Was ist mit ihr? Also, Mr. Parrott klang, als wolle er sich entschuldigen. Es ist wirklich höchst seltsam. Sie ist, ähm, ermordet worden. Ermordet? Wieso ist die Polizei auf uns gekommen? Ihre Gesellschaftsdame oder Haushälterin eine gewisse Miss Gilchrist. Die Polizei fragte sie nach Mrs. Lanskenets nächsten Verwandten oder ihrem Notar. Diese Miss Gilchrist wusste mit der Verwandtschaft nicht genau Bescheid, aber sie kannte unseren Namen. Deswegen hat die Polizei uns kontaktiert. Und weswegen glaubt die Polizei, dass es ein Mord war? fragte Mr. Antwistle. Mr. Parrott klang wieder entschuldigend. Daran kann offenbar überhaupt kein Zweifel bestehen. Ich meine, es war ein Beil oder so etwas. Ein sehr brutaler Mord. Raubmord? Offenbar. Ein Fenster wurde eingeschlagen, ein paar Sachen fehlen, Schubladen wurden herausgezogen, aber offenbar glaubt die Polizei, dass da etwas, ähm, nun ja, nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Um welche Uhrzeit ist es passiert? Zwischen zwei und halb fünf heute Nachmittag. Wo war die Haushälterin? In der Bücherei in Reading. Sie kam gegen fünf nach Hause und fand Mrs. Lanskenet tot vor. Die Polizei will wissen, ob wir eine Ahnung haben, wer sie überfallen haben könnte. Mr. Parrott's Stimme überschlug sich beinahe vor Empörung. Es muss jemand aus dem Dorf gewesen sein, ein Verrückter, der dachte, da gäbe es etwas zu holen. Und dann hat er die Nerven verloren und sie überfallen. So muss es doch gewesen sein. Meinen Sie nicht, Entwistle? Doch, doch, antwortete Mr. Entwistle geistesabwesend. Aber dann hörte er in seinem Kopf Cora mit ihrer hellen Stimme sagen, aber er ist doch ermordet worden, oder nicht? Mr. Entwistle hatte Inspektor Morton alle wesentlichen Informationen über Cora Lanskenet mitgeteilt. Ihre Kindheit und Jugend, ihre Heirat, der Tod ihres Mannes, ihre finanzielle Lage, ihre Verwandten. Mr. Timothy Abernethy ist ihr einziger noch lebender Bruder und ihr nächster Anverwandter, aber er ist sehr gebrechlich, lebt zurückgezogen und kann das Haus nicht verlassen. Er hat mich bevollmächtigt, in seinem Namen zu handeln und alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Der Polizist nickte. Wenn ich Miss Gilchrist richtig verstanden habe, dann war Mrs. Lanskenet am Tag vor ihrem Tod bei der Beerdigung eines älteren Bruders. In der Tat, Inspektor. Ich war selbst auch dort. Ist Ihnen an Ihrer Art etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Etwas Seltsames? Angst vielleicht? Mr. Entwistle hob in gut gespielter Überraschung die Augenbrauen. Ist es üblich, dass ein Mensch, der wenig später ermordet wird, ein seltsames Verhalten an den Tag legt? Inspektor Morton lächelte kläglich. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen, Inspektor, sagte Mr. Entwistle. Der Fall ist auch nicht leicht zu verstehen, Mr. Entwistle. Nehmen wir mal an, jemand sieht, wie diese Gilchrist um zwei Uhr nachmittags das Haus verlässt und zur Bushaltestelle ins Dorf geht. Dann nimmt dieser jemand das Beil, das neben dem Holzschuppen liegt, schlägt damit das Küchenfenster ein, steigt ins Haus, geht nach oben und überfällt Mrs. Lanskeny mit dem Beil. Überfällt sie aufs Brutalste. Sechs- oder achtmal hat er zugeschlagen. Dann reißt der Eindringlinge ein paar Schubladen auf, greift sich ein paar Kleinigkeiten, insgesamt keine zehn Pfund wert, und geht wieder. Sie lag im Bett? Ja. Offenbar war sie am Abend zuvor erst spät aus Nordengland zurückgekommen und war erschöpft und sehr aufgeregt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hatte sie eine Erbschaft gemacht? Ja. Sie schlief sehr schlecht und wachte mit Kopfschmerzen auf. Sie trank mehrere Tassen Tee, dann nahm sie etwas für den Kopf und sagte Miss Gilchrist, sie solle bis Mittag nicht mehr stören. Aber mittags fühlte sie sich immer noch elend und beschloss, zwei Schlaftabletten zu nehmen. Miss Gilchrist schickte sie mit dem Bus nach Redding, um in der Leihbibliothek ein paar Bücher umzutauschen. Als der Mann einbrach, muss sie benommen gewesen sein, wenn sie nicht sogar schon schlief. Er hätte mitnehmen können, was er wollte, wenn er sie bedroht hätte, oder er hätte sie auch knebeln können. Ein Beil, das er absichtlich von draußen mitnahm. Das kommt mir vor, wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Vielleicht wollte er ihr damit nur drohen, meinte Mr. Antwistle. Wenn sie sich wehrte, dem medizinischen Untersuchungsbericht zufolge deutet nichts auf gegen wer hin. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass sie auf der Seite lag und friedlich schlief, als sie überfallen wurde. Mr. Antwistle rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Man hört ja ab und zu von derart bestialischen und sinnlosen Morden, erwiderte er. Aber ja, sicher, und darauf wird es letzten Endes vermutlich auch hinauslaufen. Natürlich ist ein Suchbefehl nach einem Verdächtigen ausgegeben worden. Von den Dorfbewohnern ist es wohl niemand gewesen, da sind wir ziemlich sicher. Alle haben stichfeste Alibis. Zur Tatzeit waren die meisten bei der Arbeit. Ihr Cottage liegt etwas am Rand des Dorfes an einem einsamen Sträßchen. Jeder hätte also unbemerkt ins Haus gelangen können. Der Inspektor zuckte die Achseln. Was ich sagen will, ist, dass der Fall nicht ganz schlüssig erscheint. Dass zum Beispiel erhob eine Handvoll Schmuckgegenstände über seinen Schreibtisch, eine mit Perlen besetzte Brosche in der Form eines Kleeblatts, eine mit Amethysten eingelegte Brosche, eine kurze Perlenkette und ein Granatarmband. Das sind die Dinge, die aus Ihrem Schmuckkästchen entwendet wurden. Sie lagen in der Hecke direkt vor dem Haus. Ja, das ist in der Tat eigenartig. Vielleicht war der Verbrecher einfach entsetzt über das, was er getan hatte. Möglicherweise. Aber dann hätte er den Schmuck doch wahrscheinlich oben im Haus gelassen. Oder das Ganze wurde, wie Sie andeuten, lediglich zur Tarnung gestohlen, ergänzte Mr. Antwistle leise. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Natürlich kann es auch diese Gilchrist gewesen sein. Zwei Frauen, die in einem Haus zusammenleben. Was weiß man von den Streitigkeiten oder Leidenschaften, die es zwischen ihnen gegeben hat. Oh doch, wir ziehen auch diese Möglichkeit in Betracht. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Soweit wir wissen, war der Umgang zwischen den beiden recht freundschaftlich. Er zögerte, bevor er fortfuhr. Und Sie sagen, dass niemand von Mrs. Lanskenees Tod profitieren wird? Der Notar rutschte wieder auf seinem Stuhl umher. Das habe ich nicht gesagt. Inspektor Morton sah überrascht auf. Ich dachte, sie hätten gesagt, dass Mrs. Lanskenees Einkommen aus einer jährlichen Zuwendung von ihrem Bruder bestand und dass sie selbst kein Vermögen oder sonstige Werte besaß. Das stimmt auch. Ihr Mann starb völlig mittellos und so, wie ich sie als Mädchen kannte, würde es mich wundern, wenn sie jemals Geld gespart oder etwas beiseitegelegt hätte. Ihr Haus ist nur gemietet und gehört ihr nicht selbst, berichtete der Inspektor weiter. Und die paar Möbel sind nichts Besonderes. Landhausstil in nachgemachter Eiche. Wem immer sie das vererbt hat, reich wird er damit nicht, falls sie überhaupt ein Testament gemacht hat. Mr. Antwistle schüttelte den Kopf. Von einem Testament weiß ich nichts, aber ich hatte sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und die Erbschaft? Die von ihrem Bruder? Konnte sie denn testamentarisch darüber verfügen? Nein, über das Kapital selbst hatte sie keine Verfügungsgewalt. Jetzt, nach ihrem Tod, wird es unter den anderen fünf Erben von Richard Abernethys Testament aufgeteilt. Von ihrem Tod profitieren automatisch alle fünf. Der Inspektor blickte enttäuscht rein. Ach, und ich dachte, wir würden da vielleicht auf eine Spur stoßen. Aber von der Seite hat wohl niemand ein Motiv, sie mit einem Beil zu erschlagen. Sieht so aus, als wäre es ein Kerl gewesen, der nicht ganz richtig im Kopf ist. Vielleicht einer von diesen kriminellen Halbstarken, von denen gibt's ja viele. Und dann hat er die Nerven verloren und den Schmuck weggeworfen. Ja, so muss es gewesen sein. Außer es war die höchst ehrbare Miss Gilchrist. Aber das ist wohl eher unwahrscheinlich. Wann hat sie die Leiche entdeckt? Erst gegen fünf. Sie kam mit dem 4.50 Uhr-Bus aus Reading zurück. Sie ging zum Cottage, durch die Vordertür ins Haus und gleich in die Küche, um Teewasser aufzusetzen. Von Mrs. Lanskenet hat sie nichts gehört, aber sie dachte, sie würde wohl noch schlafen. Dann erst hat sie das eingeschlagene Küchenfenster bemerkt. Die Scherben lagen überall am Fußboden. Aber selbst da dachte sie noch, das wäre ein Junge mit einem Ball oder einem Katapult gewesen. Sie ging nach oben und schaute leise in Mrs. Lanskenets Zimmer, ob sie noch schlief oder vielleicht eine Tasse Tee wollte. Dann hat sie natürlich einen Schock bekommen und ist zum nächsten Nachbarn gelaufen. Ihre Geschichte klingt glaubwürdig und in ihrem Zimmer und im Bad war keine Spur von Blut, und auch nicht auf ihren Kleidern. Nein, ich glaube nicht, dass Miss Gilchrist etwas damit zu tun hat. Der Arzt ist um halb sechs gekommen. Er legte die Todeszeit auf spätestens vier Uhr dreißig fest, aber wahrscheinlich eher gegen zwei. Es sieht also aus, als hätte der Täter in der Nähe gewartet, bis Miss Gilchrist das Haus verließ. Im Gesicht des Notars zuckte ein Muskel. Ich nehme an, dass Sie zu Miss Gilchrist fahren werden, fragte Inspektor Morton. Das habe ich mir überlegt, ja. Ich wäre sehr froh, wenn Sie das täten. Ich glaube, sie hat uns alles erzählt, was sie weiß, aber sicher kann man nie sein. Manchmal taucht im Gespräch der eine oder andere Hinweis auf. Sie ist ein bisschen altjüngferlich, aber eine sehr vernünftige, praktische Person. Und sie ist wirklich überaus hilfsbereit gewesen. Mr. Antwistle willigte ein, wenn auch mit einigem Unbehagen. Angenommen, Miss Gilchrist könnte etwas Licht darauf werfen, was Richard zu Cora gesagt hatte, aber das war unwahrscheinlich. Ich dachte nach dem, was er mir sagte. Was hatte Richard denn gesagt? Ich muss sofort zu Miss Gilchrist fahren, beschloss Mr. Antwistle. Miss Gilchrist war eine magere, verwelkte Frau mit kurzen, eisengrauen Haaren. Ihr Gesicht war von der unscheinbaren Art, wie man sie bei Frauen um die fünfzig oft sieht. Sie begrüßte Mr. Antwistle aufs Herzlichste. Ich bin ja so froh, dass Sie gekommen sind, Mr. Antwistle. Ich weiß so wenig über Mrs. Lanskenees Familie. Und natürlich habe ich noch nie im Leben etwas mit einem Mord zu tun gehabt. Es ist einfach entsetzlich. Während Mr. Antwistle ihr ins Wohnzimmer folgte, sah er sich um. Im Haus hing unverkennbar der Geruch von Ölfarbe. Das Cottage war überladen, weniger mit Möbeln als vielmehr mit Bildern. Die Wände wirkten wie tapeziert mit Gemälden, vorwiegend sehr dunklen und schmutzigen Ölbildern. Aber es gab auch Aquarellskizzen und ein oder zwei Stillleben. Auf der Fensterbank lagen Stapel kleinerer Gemälde. Mrs. Lanskenees hat sie auf Flohmärkten gekauft, erklärte Miss Gilchrist. Das war ihr Steckenpferd, die arme Seele. Sie hat alle Flohmärkte in der Umgebung abgegrast. Heutzutage sind Bilder billig zu haben. Sie hat nie mehr als ein Pfund bezahlt, manchmal nur ein paar Schilling. Und sie meinte immer, vielleicht würde sie einmal was wirklich Wertvolles finden. Bei dem hier, sagte sie, es wäre ein italienischer Primitiver, der sehr viel wert sein könnte. Skeptisch betrachtete Mr. Antwistle den italienischen Primitiven, den Miss Gilchrist ihm zeigte. Im Grunde hatte Cora von Malerei überhaupt nichts verstanden, dachte er sich. Er würde ein Besen fressen, wenn irgendeine dieser Klecksereien mehr als fünf Pfund wert wäre. Ich persönlich kenne mich damit nicht aus, plauderte Miss Gilchrist weiter. Obwohl mein Vater Maler war, kein sehr erfolgreicher, wie ich leider sagen muss. Aber als junges Mädchen habe ich selbst Aquarelle gemalt und habe viele Leute über Malerei reden hören. Für Mrs. Lonskeneh war es schön, jemanden zu haben, mit dem sie sich über Kunst unterhalten konnte und der etwas davon verstand. Sie mochten sie gerne? Aber ja, beteuerte Miss Gilchrist. Wir haben uns großartig verstanden. Wissen Sie, in mancher Hinsicht war Mrs. Lonskeneh wie ein Kind. Sie sagte alles, was ihr in den Kopf kam. Ihr Urteil war vielleicht nicht immer das sicherste, aber sie war sehr schlau. Manchmal hat sie mich regelrecht überrascht, wie sie oft den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Mr. Antwistle betrachtete Miss Gilchrist aufmerksam. Sie war auch nicht auf den Kopf gefallen, dachte er sich. Sie waren schon seit einigen Jahren bei Mrs. Lonskeneh, nicht wahr? Dreieinhalb Jahre. Sie, ähm, Sie waren Ihre Hausdame und haben sich auch, äh, um den Haushalt gekümmert? Es war unverkennbar, dass er damit ein heikles Thema angesprochen hatte. Miss Gilchrist errötete ein wenig. Aber ja, ich habe meistens gekocht. Ich koche sehr gerne. Gelegentlich Staub gewischt und leichte Hausarbeiten gemacht. Nichts Grobes, verstehen Sie. Miss Gilchrists Tonfall war zu entnehmen, dass es ihr dabei um ein Prinzip ging. Dafür ist Mrs. Panther aus dem Dorf gekommen, regelmäßig, zweimal die Woche. Wissen Sie, Mr. Antwistle, ich hätte mir nie vorstellen können, eine Dienststelle anzunehmen. Als ich meinen kleinen Teesalon aufgeben musste, das war eine Katastrophe. Ein reizender Salon. Er hieß Willowtree. So habe ich ihn genannt, und das ganze Geschirr hatte ein blaues Weidenmuster, wirklich entzückend, und die Kuchen waren einfach köstlich. Kuchen backen, das konnte ich immer schon gut. Doch, doch, der Salon lief sehr gut, aber dann ist der Krieg gekommen, die Lebensmittel wurden knapp, und der Salon ging bankrott. Ich hatte das bisschen Geld, die Erbschaft von meinem Vater, in den Salon gesteckt, und das war dann natürlich alles weg, und so musste ich mich nach etwas anderem umsehen. Und so bin ich zu Mrs. Lonskeny gekommen, und wir haben uns auf Anhieb verstanden. Ihr Mann war ja auch Maler gewesen. Miss Gilchrist brach atemlos ab und fügte dann traurig hinzu. Aber mein schöner, kleiner Teesalon, ach, ich habe ihn geliebt, und die Gäste waren immer so fein. Ach, aber ich sollte nicht so viel über mich reden. Die Polizei ist sehr freundlich und rücksichtsvoll gewesen. Ein Inspektor Morton vom Hauptrevier war hier und war überaus verständnisvoll. Er wollte sogar, dass ich die Nacht bei Mrs. Lake hier in der Straße verbringe, aber das habe ich abgelehnt. Ich empfand es als meine Pflicht, hier im Haus zu bleiben, bei all den hübschen Sachen von Mrs. Lonskeny. Sie haben die Leiche weggeholt und das Zimmer versiegelt, und der Inspektor sagte mir, dass ein Polizeibeamter die ganze Nacht in der Küche wache stehen würde, wegen des eingeschlagenen Fensters. Heute Morgen ist es ersetzt worden, Gott sei Dank. Hier erlarmte Miss Gilchrist's Redeschweil. Mr. Antwistle nutzte die Gunst des Moments. Alle wesentlichen Tatsachen habe ich bereits von Inspektor Morton erfahren, aber wenn es Sie nicht zu sehr belastet, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir alles selbst noch einmal berichten könnten. Aber natürlich, Mr. Antwistle. Am Abend zuvor war Mrs. Lonskeny also von der Beerdigung nach Hause gekommen. Mr. Antwistle gab ihr das Stichwort. Ja, der Zug kam erst sehr spät. Ich hatte ihr ein Taxi bestellt, das sie am Bahnhof abholte, darum hatte sie mich gebeten. Sie war sehr müde, die Arme, aber sonst war sie guter Dinge. Hat sie etwas von der Beerdigung erzählt? Nur kurz. Ich habe ihr einen Becher heiße Milch gemacht, sonst wollte sie nichts, und sie erzählte mir, dass die Kirche sehr voll gewesen war und lauter Blumen überall. Ach ja, und sie sagte, es täte ihr sehr leid, dass sie ihren anderen Bruder nicht gesehen hatte. Timothy heißt er nicht? Ja, Timothy. Sie sagte, sie hätte ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und hätte gehofft, dass er kommen würde. Aber dann hat sie verstanden, dass es für ihn unter den Umständen viel besser war, nicht zu kommen, aber dass seine Frau da gewesen war und dass sie Mord nie hatte leiden können. Ach, meine Güte, bitte verzeihen Sie, Mr. Entwistle, das ist mir so rausgerutscht. Und dann wurde sie sehr müde und wollte gleich ins Bett. Ich hatte ihr schon eine Wärmflasche gemacht und dann ist sie nach oben gegangen. Sonst hat sie, soweit Sie sich erinnern, nichts Besonderes gesagt? Sie hatte keine Vorahnung, wenn Sie das meinen, Mr. Entwistle, da bin ich mir sicher. Sie war bester Laune, von ihrer Müdigkeit einmal abgesehen und von, nun ja, dem traurigen Anlass. Sie fragte mich, ob ich Lust hätte, nach Capri zu fahren. Nach Capri! Ich sagte natürlich, das wäre wunderbar, und sie sagte, dann fahren wir. Einfach so. Ich habe vermutet, obwohl sie es nicht ausdrücklich sagte, dass ihr Bruder je eine Leibrente oder so vermacht hat. Mr. Entwistle nickte. Ach, die Arme! Aber zumindest hat sie sich noch freuen und Pläne machen können. Miss Gilchrist seufzte. Jetzt werde ich wohl nie nach Capri kommen, murmelte sie wehmütig. Und am nächsten Morgen? fragte Mr. Entwistle weiter. Am nächsten Morgen fühlte Mrs. Lonskiney sich gar nicht wohl. Sie sah auch schrecklich aus. Sie sagte, sie hätte kaum ein Auge zugetan. Albträume. Sie wollte im Bett frühstücken und ist gar nicht aufgestanden. Und Mittag sagte sie mir, sie habe immer noch nicht schlafen können. Ich bin so unruhig, sagte sie zu mir. Mir gehen ständig lauter Sachen durch den Kopf. Und dann meinte sie, sie würde ein paar Schlaftabletten nehmen und versuchen, am Nachmittag zu schlafen. Sie bat mich, mit dem Bus nach Reading zu fahren, ihre zwei Bücher in der Bücherei abzugeben und zwei neue zu holen. Also bin ich kurz nach zwei aus dem Haus und das, das war das letzte Mal. Miss Gilchrist schniefte dezent. Wissen Sie, sie muss geschlafen haben. Sie wird nichts gehört haben. Und der Inspektor hat mir versichert, dass sie nicht gelitten hat. Er glaubt, dass schon der erste Schlag tödlich war. Ach, mir wird ganz anders, wenn ich nur daran denke. Bitte, beruhigen Sie sich. Es liegt mir fern, Sie mit der Bitte, um weitere Einzelheiten zu behelligen. Ich wollte nur hören, was für einen Eindruck Sie von Mrs. Lanskenet hatten, bevor die Tragödie passierte. Das kann ich verstehen. Sagen Sie Ihrer Familie doch bitte, dass sie, abgesehen von der schlimmen Nacht, sehr glücklich war und sich auf die Zukunft freute. Bevor Mr. Antwistle weitersprach, zögerte er ein wenig. Über den Tod ihres Bruders hat sie nichts gesagt? Über die Todesursache etwas in der Richtung? Nein. Auf Miss Gilchrists Gesicht war kein Aufblitzen zu sehen, was sicher der Fall gewesen wäre, wenn Cora ihr von ihrer Mordtheorie erzählt hätte, dachte Mr. Antwistle. Soweit ich weiß, war er schon einige Zeit krank, fuhr Miss Gilchrist fort, obwohl ich überrascht war, das zu hören. Er sah völlig gesund aus. Wann haben Sie ihn gesehen? fragte Mr. Antwistle rasch. Als er Mrs. Lanskenet besuchen kam. Wann war das? Vor ungefähr drei Wochen. Hat er hier übernachtet? Aber nein, er ist nur zum Mittagessen gekommen. Ganz überraschend. Mrs. Lanskenet hatte ihn gar nicht erwartet. Soweit ich weiß, hat es in der Familie Streit gegeben. Sie sagte mir, sie hätte ihn seit Jahren nicht gesehen. Wusste sie, dass er krank war? Oh ja, daran erinnere ich mich genau, weil ich mich fragte, ob Mr. Abernathy vielleicht an Gehirnerweichung litt. Mrs. Lanskenet sagte etwas wie, der arme Richard, Mortemars Tod, muss ihm sehr zugesetzt haben. Er klingt, als wäre er senil. Er hat die fixe Idee, dass er verfolgt wird und jemand ihn vergiften will. Aber das passiert bei alten Leuten oft. Aber ich nehme an, Mrs. Lanskenet hat das alles nicht ernst genommen, oder? fragte der Notar. Überhaupt nicht. Mr. Antwistle wusste, dass Richard Abernathy keineswegs senil gewesen war, sondern ganz im Gegenteil im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Und er war kein Mensch, der unter Verfolgungswahn litt. Er war, was er immer gewesen war, ein nüchterner Geschäftsmann. Und daran hatte auch seine Krankheit nichts geändert. Seltsam, dass er seiner Schwester so etwas gesagt haben sollte. Aber vielleicht hatte Cora mit ihrem kindlichen Vorwitz zwischen den Zeilen gelesen und sich einen eigenen Reim gemacht auf das, was ihr Bruder tatsächlich gesagt hatte. Dabei ließ Mr. Antwistle es bewenden. Er war überzeugt, dass Miss Gilchrist ihm alles erzählt hatte, was sie wusste. Auf seine Frage, ob Cora Lonskenet womöglich ein Testament hinterlassen habe, erklärte Miss Gilchrist ohne Umschweife, das Testament liege bei der Bank. Nachdem Mr. Antwistle noch einige Vorkehrungen getroffen hatte, wollte er sich von Miss Gilchrist verabschieden. Er bestand darauf, ihr etwas Bargeld zu geben, um ihre laufenden Unkosten zu decken, und sagte ihr, er werde sich bald wieder bei ihr melden. Er würde sich freuen, wenn sie im Cottage wohnen bleiben würde, während sie sich nach einer neuen Stellung umsah. Das wäre ihr eine große Hilfe, meinte Miss Gilchrist, und sie habe auch überhaupt keine Angst. Doch er entkam Miss Gilchrist nicht, ohne mit ihr noch einen Rundgang durch das kleine Haus zu machen und eine Anzahl von Bildern des verstorbenen Pierre Lonskenet zu betrachten, die alle im kleinen Esszimmer hing. Ihn schauderte, als er sie sah. Es waren vorwiegend Akte, gemalt von einem ebenso untalentierten wie detailversessenen Künstler. Außerdem musste der Notar mehrere kleine Ölbilder von hübschen Fischerdörfern bewundern, die Cora selbst angefertigt hatte. Paul Perrow, sagte Miss Gilchrist stolz, da waren wir im letzten Jahr. Mrs. Lonskenet war entzückt, weil das Dorf so malerisch ist. Mr. Antwistle betrachtete Ansichten von Paul Perrow aus dem Südwesten, dem Nordwesten und vermutlich aus allen anderen Himmelsrichtungen. Mrs. Lonskenet hatte versprochen, mir ihre Bilder zu vermachen, meinte Miss Gilchrist wehmütig. Ich habe sie so bewundert. Auf diesem hier zum Beispiel kann man doch richtig sehen, wie die Wellen sich brechen, finden Sie nicht? Selbst wenn sie es vergessen hat, glauben Sie, ich könnte wenigstens eines zur Erinnerung behalten? Das lässt sich bestimmt arrangieren, antwortete Mr. Antwistle wohlwollend. Am Abend kam ein Anruf für Mr. Antwistle. Als er den Hörer abnahm, hörte er am anderen Ende die Stimme Maud Abernethys. Gott sei Dank erreiche ich sie endlich. Timothy ist in einem erbärmlichen Zustand. Die Sache mit Cora hat ihn völlig aus der Fassung gebracht. Verständlicherweise, sagte Mr. Antwistle. Wahrscheinlich. Maud klang zweifelnd. Wollen Sie damit sagen, dass es wirklich ein Maud war? Ja, es war Maud, bestätigte Mr. Antwistle. Ich mache mir große Sorgen um Timothy. Das tut ihm alles gar nicht gut. Jetzt habe ich ihn ins Bett geschickt, aber er will unbedingt, dass ich Sie dazu überrede, nach Yorkshire zu kommen und ihn zu besuchen. Er hat hunderte von Fragen, ob es eine gerichtliche Untersuchung geben wird, wer daran teilnehmen muss, wie bald die Beerdigung stattfinden kann, wie viel Vermögen da ist, ob Cora ein Testament hinterlassen hat. Bevor die Liste zu lang wurde, unterbrach Mr. Antwistle die Anruferin. Ja, sie hat ein Testament aufgesetzt. Sie hat Timothy zu ihrem Testamentsvollstrecker ernannt. Ach du meine Güte, Timothy wird aber gar nichts tun können. Die Kanzlei wird sich um alles Notwendige kümmern. Das Testament ist sehr einfach. Sie hat ihre Bilder und eine Amethystbrosche ihrer Hausdame Miss Gilchrist hinterlassen und alles andere Susan. Susan? Warum denn Susan? Soweit ich weiß, hat sie Susan doch gar nicht gekannt. Nur als Baby hat sie sie einmal gesehen. Ich glaube, der Grund war, weil Susan angeblich eine Ehe einging, die der Familie nicht ganz standesgemäß erschien. Maud lachte verächtlich. Dabei ist Gregory noch um einiges besser als Pierre Lansquenet. Natürlich, zu meiner Zeit wäre es nie in Frage gekommen, einen Mann zu heiraten, der in einem Geschäft hinter der Theke steht. Aber eine Apotheke ist immerhin was anderes als ein Kurzwarenladen und zumindest wirkt Gregory ganz manierlich. Heißt das auch, dass Susan das Geld bekommt, das Richard Cora vermacht hat? Nein, das Kapital wird gemäß der Verfügung in Richards Testament aufgeteilt. Die arme Cora besaß nur ein paar hundert Pfund und die Möbel in ihrem Cottage. Wenn alle Schulden beglichen und die Möbel verkauft sind, werden kaum mehr als höchstens fünfhundert Pfund bleiben. Es wird natürlich eine gerichtliche Untersuchung geben, um die genaue Todesursache festzustellen. Der Termin ist für kommenden Donnerstag angesetzt. Wie unangenehm! Haben Sie den Kerl schon gefasst? Noch nicht. Wahrscheinlich einer von diesen entsetzlich unausgegorenen jungen Männern, die durchs Land streuen und nach Lust und Laune Leute ermorden. Nun ja, auf jeden Fall übersteigt das alles mein Fassungsvermögen und es tut Timothy überhaupt nicht gut. Es wäre wohl zu viel verlangt, dass Sie herkommen, Mr. Antwistle. Ich wäre Ihnen so dankbar. Ich glaube, es würde Timothy sehr beruhigen, wenn Sie ihm alles erklären könnten. Mr. Antwistle schwieg einen Moment. Die Einladung kam ihm nicht ungelegen. Sie haben vielleicht nicht Unrecht und außerdem brauche ich bei einigen Unterlagen Timothys Unterschrift. Doch ich denke, das ließe sich machen. Wunderbar, ich bin sehr erleichtert. Morgen die beste Verbindung ist der Zug, der um elf Uhr zwanzig von St. Pancras geht. Ich fürchte, ich werde einen späteren nehmen müssen, sagte Mr. Antwistle. Am Vormittag muss ich mich um etwas anderes kümmern. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich Ihnen für Ihre Einladung danke. Mr. Antwistle drückte seinem Gastgeber fest die Hand. Erkühl Poirot deutete auf ein Sessel am Feuer. Seufzend nahm Mr. Antwistle Platz. Ich bin heute Morgen von einem Besuch bei Timothy und Maud Abernethy zurückgekommen, begann er. Und Sie haben ein Problem, bei dem Sie mich um Rat fragen möchten? Ja, ich fürchte, es ist eine lange Geschichte. Mr. Antwistle machte eine kurze Pause, dann schilderte er auf seine trockene, präzise Art das bisher Vorgefallene. Es war eine kurze, knappe Darstellung und wurde von dem kleinen, ältlichen Herrn mit dem eiförmigen Kopf schweigend und mit Wohlwollen aufgenommen. Als Mr. Antwistle geendet hatte, herrschte zunächst Stille. Erkühl Poirot dachte nach. Das klingt alles sehr schlüssig, meinte er schließlich. Sie haben den Verdacht, dass Ihr Freund Richard Abernethy ermordet worden sein könnte. Dieser Verdacht oder diese Vermutung beruht nur auf einem, auf den Worten, Coralance Geneva Richard Abernethys Beerdigung sagte. Die Tatsache, dass sie selbst am folgenden Tag ermordet wurde, könnte reiner Zufall sein. Zweifellos, Richard Abernethy ist sehr plötzlich gestorben, aber er wurde von einem angesehenen Arzt betreut, der ihn gut kannte, und dieser Arzt wurde nicht misstrauisch, sondern stellte den Totenschein aus. Wurde Richard Beerdigt oder Verbrannt? Verbrannt, auf eigenen Wunsch hin. Und das heißt, dass ein zweiter Arzt die Urkunde bestätigen musste. So kommen wir zum Ausschlaggebenden zurück, zu dem, was Coralance Geneva sagte. Sie waren dabei, und sie haben sie gehört. Sie sagte, aber er ist doch ermordet worden, oder nicht? Ja. Das Wesentliche ist, sie glauben, dass sie die Wahrheit sagte. Ja, das stimmt. Warum? War es, weil sie Zweifel an der Ursache für Richard's Tod hatten? Der Notar schüttelte den Kopf. Nein, nicht im Mindesten. Dann ist es wegen Cora. Sie kannten sie gut. Ich hatte sie seit, sagen wir mal 20 Jahren nicht mehr gesehen. Hätten sie sie erkannt, wenn sie ihr auf der Straße begegnet wären? Mr. Antwistle überlegte. Auf der Straße wäre ich vielleicht an ihr vorbeigegangen, ohne sie zu erkennen. Als Mädchen war sie ein dünnes Ding gewesen, und jetzt war sie zu einer völligen, etwas ungepflegten Frau mittleren Alters geworden. Aber ich glaube, ich hätte sie wiedererkannt, sobald ich direkt mit ihr gesprochen hätte. Sie trug die Haare noch wie früher ein, ganz gerade geschnittener Pony, und sie hatte die charakteristische, abrupte Art zu reden und dabei den Kopf zur Seite zu legen, ehe sie etwas ganz Unerhörtes sagte. Sie hatte Charakter, verstehen Sie? Und Charakter ist immer sehr individuell. Sie war also noch dieselbe Cora, die sie vor Jahren gekannt hatten, und sie sagte noch immer unerhörte Sachen. Die Sachen, die sie in der Vergangenheit gesagt hatte, waren sie meist gerechtfertigt? Immer wenn die Wahrheit besser ungesagt geblieben wäre, hat sie sie ausgesprochen. Und diese Eigenart hatte sie beibehalten. Richard Abernathy wurde ermordet, und deswegen sagte Cora es auch. Mr. Antwistle rutschte auf seinem Stuhl umher. Sie glauben, dass er wirklich ermordet wurde? Oh nein, mon ami, so voreilig dürfen wir nicht sein. Wir allten fest, Cora glaubte, dass er ermordet worden war. Sie war davon überzeugt. Es war für sie eher eine Feststellung als eine Vermutung. Und das führt uns zum Nächsten. Sie muss einen Grund für ihre Überzeugung gehabt haben. Sagen Sie mir, nachdem sie gesagt hatte, was sie sagte, erob sich sofort ein Sturm des Protests. Ist das korrekt? Absolut. Und dann wurde sie verwirrt, beschämt und nahm ihre Worte zurück und sagte, soweit sie sich erinnern, etwas wie, aber ich dachte nach dem, was er mir sagte. Der Notar nickte. Und die Sache wurde dann rasch überspielt und alle sprachen von anderen Dingen. erinnern sich rückblickend nicht an einen besonderen Gesichtsausdruck bei jemandem, irgendetwas, das sie als ungewöhnlich speicherten? Nein. Und am Tag darauf wird Cora ermordet und sie fragen sich, kann das eine mit dem anderen in Zusammenhang stehen? Der Notar warnt sich wieder unbehaglich. Unter der Voraussetzung, dass die erste Annahme der Wahrheit entspricht, ist dieser Verdacht nur logisch, sagte Poirot. Der perfekte Mord, der Mord an Richard Abernathy ist begangen worden, alles ist glatt abgelaufen und plötzlich selbstverständlich muss diese Person so schnell wie möglich zum Verstummen gebracht werden. Dann glauben Sie doch, dass es Mord war? Mon Cher, ich denke wie Sie, es gibt Grund zu ermitteln. Haben Sie schon irgendwelche Schritte unternommen? Sie haben mit der Polizei über diese Dinge gesprochen? Nein. Mr. Antwistle schüttelte den Kopf. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich damit irgendetwas erreichen würde. Wenn Richard Abernethy ermordet wurde, dann kann das nur auf eine einzige Art geschehen sein. Gift? Genau, und die Leiche wurde verbrannt. Es ist unmöglich, jetzt noch einen Beweis zu finden. Wer war bei seinem Tod im Aus? Ein betagter Butler, der seit Jahren für ihn arbeitete, eine Köchin und ein Dienstmädchen. Es scheint wohl, als müsste es einer von ihnen gewesen sein. Cora. Sie weiß, dass Richard Abernethy ermordet wurde, aber sie willigt ein, die Tatsache zu vertuschen. Sie sagt, ich glaube, ihr habt völlig recht. Deswegen muss der Betreffende zur Familie gehören, jemand, den das Opfer selbst wohl lieber nicht öffentlich angeklagt sehen möchte. Wenn Gift im Spiel ist, gibt es viele Möglichkeiten. Da er im Schlaf gestorben ist und niemand verdächtige Anzeichen feststellte, muss es wohl ein Narkotikum gewesen sein. Nun ja, meinte Mr. Entwistle, das Wie ist relativ gleichgültig. Wir werden nie etwas beweisen können. Im Fall von Richard Abernethy? Nein. Aber beim Mord an Cora Lonsquenet, da verhält es sich anders. Mit einem scharfen Blick auf den Notar fügte Poirot hinzu, Sie haben vielleicht schon etwas unternommen? Ich hatte gehofft, mit ein paar scheinbar belanglosen Fragen bestimmte Familienmitglieder eindeutig ausschließen zu können, vielleicht sogar alle. In dem Fall hätte Cora mit ihrer Vermutung Unrecht gehabt und ihr eigener Tod wäre auf einen Taugenicht zurückzuführen, der in das Haus eingebrochen ist. Die Fragestellung war einfach genug. Wo waren die Mitglieder der Familie Abernethy an dem Nachmittag, an dem Cora Lansquenet starb? Eh bien, sagte Poirot. Wo waren sie? George Crossfield war beim Pferderennen in Hurst Park. Rosamund Shane war in London beim Einkaufen. Ihr Mann hatte eine Verabredung, um die Option auf ein Theaterstück zu besprechen. Susan und Gregory Banks waren den ganzen Tag zu Hause. Timothy Abernethy, der gebrechlich ist, war zu Hause in Yorkshire und seine Frau befand sich auf der Rückfahrt von Anderby. Hercule Poirot sah ihn an und nickte verständnisvoll. Ja, das sagen sie. Aber sagen sie die Wahrheit? Das weiß ich nicht. Es ist möglich, dass George wirklich beim Rennen in Hurst Park war, aber ich glaube es nicht. Er hat damit geprahlt, dass er auf zwei Sieger gesetzt hatte. Ich fragte ihn nach dem Namen der Sieger und er nannte ohne zu zögern zwei. Wie ich Zwar sehr aussichtsreich, hat aber unerklärlicherweise nicht einmal den dritten Platz gemacht. Interessant. War dieser George in Geldnöten, als sein Onkel starb? Meinem Eindruck nach war er in großen Geldnöten. Ich habe keinen Beweis dafür, aber ich vermute stark, dass er mit Geldern von Klienten spekuliert hatte und dass ihm eine Anklage ins Haus stand. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mein Vermögen George nicht anvertrauen würde und ich habe den Verdacht, Richard Abernethy, der ein großer Menschenkenner war, von seinen Neffen enttäuscht war und ihm nicht vertraute. Was Rosamund betrifft, sie ist bildhübsch, aber dumm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Cora mit einem Beil den Kopf einschlägt. Ihr Mann Michael Shane ist ein unbeschriebenes Blatt. Er ist ehrgeizig, denke ich, und eitel wie ein Pfau, aber ich weiß sehr wenig über ihn. Ich habe keinen Grund, ihn eines brutalen Mordes zu verdächtigen oder auch eines sorgfältig geplanten Giftmords. Aber bis ich weiß, dass er am fraglichen Tag wirklich getan hat, was er sagte, kann ich ihn nicht ausschließen. Aber bei der Frau sind sie sich sicher. Sie wirkt oft erschreckend gleichgültig, aber nein, mit einem Beil kann ich sie mir einfach nicht vorstellen. Sie sieht sehr zerbrechlich aus. Und bildschön, ergänzte Poirot mit einem etwas zynischen Lächeln. Und die andere Nichte? Susan? Sie ist ein völlig anderer Typ als Rosamund. Sehr zupackend, muss ich sagen. Sie und ihr Mann waren an dem Tag zu Hause. Ich sagte, nicht ganz aufrichtig, ich hätte versucht, sie an dem bewussten Nachmittag anzurufen. Greg erklärte sofort, an dem Tag müsse das Telefon kaputt gewesen sein. Er hätte versucht, jemanden anzurufen, sei aber nicht durchgekommen. Also wieder keine Eindeutigkeit. Sie können niemanden eliminieren, wie sie es geoffert hat. Wie ist der Mann? Greg ist schwer einzuschätzen. Er hat etwas Unangenehmes, obwohl ich nicht sagen kann, woran es genau liegt. Und Susan erinnert mich an ihren Onkel. Sie hat dieselbe Tatkraft, dieselbe Energie und denselben Verstand wie Richard Abernathy. Möglicherweise fehlt ihr ein wenig seine Herzlichkeit und Wärme, aber das könnte ich mir auch nur einbilden. Liebt sie ihren Mann? Abgöttisch, würde ich sagen. Dann schilderte Mr. Antwistle seinem Freund ausführlich den Besuch bei Timothy und Maud. Poirot fasste den Bericht zusammen. Also, Mrs. Abernathy ist eine tüchtige, nüchterne Frau voller Lebenskraft, die ihren Mann wie eine Mutter umsorgt. Und Mr. Abernathy ist nicht so gebrechlich, wie er gerne glauben möchte. Er geht spazieren und ist, ihren Worten zufolge, durchaus zu körperlichen Leistungen fähig. Außerdem ist er in gewisser Weise egoman und neidete seinem Bruder den Erfolg und den besseren Charakter. Er hat sehr freundlich über Cora gesprochen, Twissel. Was ist mit dem sechsten Erben? Mit Helen? Mrs. Leo? Sie ist für mich über jeden Verdacht erhaben. Außerdem wird ihre Unschuld leicht nachzuweisen sein. Sie war in Anderby mit drei Dienstboten im Haus. Eh bien, mein Freund, sagte Poirot, werden wir konkret. Was soll ich tun? Sie sind genau der Richtige, um die Wahrheit für mich herauszufinden. Ich weiß, dass Sie keine Fälle mehr übernehmen, Ausnahme zu machen. Poirot grinste. Ihr Problem interessiert mich, weil es nicht einfach ist. Alles ist sehr nebulös. Eine Sache, mein Freund, sollten Sie allerdings noch tun. Danach bin ich für alles zuständig. Aber ich glaube, es ist besser, wenn Sie den Arzt aufsuchen, der Mr. Richard Abernethy behandelte. Fragen Sie ihn nach Mr. Abernethys Krankheit. Finden Sie heraus, welche Medikamente er nahm, Zeitpunkt seines Todes und in den Wochen und Monaten zuvor. Finden Sie heraus, ob Richard Abernethy seinem Arzt gegenüber je erwähnte, dass er glaubte, vergiftet zu werden. Übrigens, diese Miss Gilchrist ist sicher, dass er den Ausdruck »vergiftet« verwendete, als er sich mit seiner Schwester unterhielt? Mr. Entwistle überlegte. Doch, doch, das Wort hat sie gebraucht. Allerdings gehört sie zu der Art von Zeugen, die die tatsächlich gesagten Worte oft verändern. Ich könnte noch einmal mit ihr darüber reden. Ja, oder ich. Poirot verstummte, bevor er in weniger nüchternem Tonfall fortfuhr. »Aben Sie sich schon überlegt, dass Ihre Miss Gilchrist selbst auch in Gefahr sein könnte?« Mr. Entwistle schaute überrascht auf. »Eigentlich nicht.« »Aber ja, Cora hat am Tag der Beerdigung ihren Verdacht geäußert. Die Frage, die sich der Mörder stellt, wird lauten, hat sie ihren Verdacht auch jemand anders gegenüber geäußert, gleich als sie von Richards Tod erfuhr. Und am wahrscheinlichsten ist, dass sie mit Miss Gilchrist darüber sprach. Ich glaube, Mon Cher, sie sollte nicht allein in dem Cottage bleiben. Soweit ich weiß, will Susan nach Litchett St. Mary fahren. Ach, Mrs. Banks fährt ihn? Sie möchte Cora Sachen sichten. Ah ja, ah ja. Nun, mein Freund, von nun an bin ich für alles zuständig. Energisch zwirbelte Poirot seinen Schnurrbart. Mr. Entwistle betrachtete Dr. Larrabee nachdenklich. Dann räusperte er sich und begann beherzt. Ich möchte Sie in einer sehr heiklen Angelegenheit um Ihre Meinung bitten. Es geht um einen meiner Klienten, den kürzlich verstorbenen Mr. Abernathy. Ich stelle Ihnen meine Frage ganz unverblümt. Sind Sie absolut sicher, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist? Dr. Larrabees freundliches, rosiges Gesicht wandte sich dem Notar überrascht zu. Natürlich! Ich habe doch den Totenschein ausgestellt! Abernathy war ein kranker Mann. Er litt an einer Krankheit, an der er spätestens in zwei Jahren gestorben wäre, möglicherweise auch sehr viel früher. Der Tod seines Sohnes hatte ihm den Lebenswillen genommen und auch seine Widerstandskraft. So gegeben, ich hatte seinen Tod nicht so bald erwartet und auch nicht so plötzlich. Aber man hat ja schon die ungewöhnlichsten Fälle erlebt. Jeder Mediziner, der eine Aussage darüber macht, wann genau ein Patient sterben wird, wie lange er noch zu leben hat, macht sich unglaubwürdig. Ich möchte Ihre Diagnose nicht in Zweifel ziehen. Meine Frage zielt vielmehr auf Folgendes ab. Ist es denkbar, dass ein Mensch, der weiß oder ahnt, dass er dem Tode geweiht ist, die noch verbleibende Lebensspanne aus eigenem Antrieb verkürzt oder dass eine andere Person das für ihn tut? Dr. Larrabee runzelte die Stirn. Aber Nethy war kein Mensch, der Selbstmord begeht. Ich verstehe. Sie können mir also aus medizinischer Sicht versichern, dass eine solche Annahme ausgeschlossen ist. Der Doktor zögerte. Ich würde nicht das Wort ausgeschlossen verwenden. Nach dem Tod seines Sohnes hatte Aber Nethy nur noch wenig Interesse am Leben. Ich persönlich glaube nicht, dass sein Selbstmord wahrscheinlich war, aber völlig ausschließen kann ich das nicht. Mr. Entwistle griff die zögerliche auf. Wenn wir also davon ausgehen, dass sein Tod nicht natürlich war, was könnte ihn verursacht haben? Ich meine, welche Art von Droge? Mehrere. Ein Beruhigungsmittel wäre indiziert. Für eine Zyanose gab es keine Anzeichen. Er sah sehr entspannt aus. Hat er regelmäßig ein Schlafmittel genommen? Ja, ich hatte ihm Slumberil verschrieben, ein sehr sicheres und zuverlässiges Schlafmittel. Aber selbst das Drei- oder auch Vierfache der verschriebenen Dosis wäre nicht tödlich gewesen. Ich weiß sogar noch, ich habe das Döschen nach seinem Tod am Waschbecken stehen gesehen, und es war noch fast voll. Hatten sie ihm noch andere Medikamente verordnet? Mehrere. Eines, das eine kleine Dosis Morphium enthielt und das er nehmen sollte, wenn er unter starken Schmerzen litt. Vitaminkapseln, ein Mittel zur Anregung der Verdauung. Mr. Antwistle unterbrach den Arzt. Vitaminkapseln? Ich glaube, ich hätte einmal etwas Ähnliches bekommen. Kleine, runde Gelatinekapseln? Genau. Wäre es möglich, den Inhalt der Kapseln durch etwas anderes zu ersetzen? Durch etwas Tödliches, meinen Sie? Dr. Larrabee erhob sich und schritt im Zimmer auf und ab. Natürlich ist es möglich, jeder hätte das Öl aus der Kapsel saugen und es durch, sagen wir, reines Nikotin ersetzen können, oder durch ein halbes Dutzend anderer Mittel, oder jemand hätte ihm etwas ins Essen oder den Tee tun können. Wäre das nicht wahrscheinlicher? Vielleicht, aber sehen Sie, als er starb, waren nur die Dienstboten im Haus, und ich glaube nicht, dass es einer von Ihnen war, da bin ich mir sogar absolut sicher. Also suche ich nach einem Mittel, das mit Verzögerung wirkt. Gibt es keine Droge, an der man erst Wochen später stirbt? Hm, das wäre praktisch, aber leider nicht machbar, antwortete der Doktor trocken. In meinen Ohren klingt das alles sehr weit hergeholt. Hat Ebanethi Ihnen gegenüber nie etwas erwähnt, nie angedeutet, dass einer seiner Verwandten ihn aus dem Weg räumen möchte? Der Arzt sah ihn neugierig an. Nein, zu mir hat er nichts dergleichen gesagt. Mit großem Unbehagen, weil sein Verdacht durch diesen Besuch keineswegs ausgeräumt worden war, verabschiedete Mr. Andwistle sich. Sobald er nach Anderby zurückkam, wollte er mit Lanscombe reden. Als erstes fragte er den alten Butler nach seinen Plänen für die Zukunft. Mrs. Leo hat mich gebeten, hier zu bleiben, bis das Haus verkauft ist, Sir, und natürlich erfülle ich ihr diesen Wunsch mit Freuden. Er seufzte. Es betrübt mich, dass das Haus verkauft werden muss, Sir. Ich habe viele Jahre hier verbracht und all die jungen Herrschaften hier aufwachsen sehen. Es war vorgesehen, dass ich ins Pferdnerhaus ziehen sollte, wenn ich nicht mehr im Haus arbeite und ich hatte mich darauf gefreut, es mir dort schön zu machen, aber damit ist es jetzt wohl vorbei. Ich fürchte, dem ist leider so. Das Haus muss mit dem Grundstück als Ganzes verkauft werden. Oh, ich will mich nicht beklagen, Sir, ich bin mir bewusst, wie großzügig Mr. Abernethy war. Ich werde ein gutes Auskommen haben, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sir, in meinen Augen ist das Testament sehr gerecht. Doch, es ist ein gerechtes Testament. Alle Erben werden gleichmäßig bedacht. Aber ich glaube, es ist nicht das Testament, das Mr. Abernethy gleich nach dem Tod seines Sohnes zu machen gedachte. Vor seinem Tod hat er doch einige seiner Verwandten nach Anderby eingeladen, nicht? Sein Neffen und seine beiden Nichten mit sich über die Besuche oder war er eher enttäuscht? Nach dem Besuch von Mr. George war Mr. Abernethy sehr enttäuscht, Sir. Wenn ich das so sagen darf, Sir, Mr. George genügte nicht seinen Anforderungen. Lanskamp machte eine Pause, ehe er fortfuhr. Dann kamen die jungen Damen mit ihren Ehemännern. Miss Susan hat ihn sofort beeindruckt. Sie ist eine sehr lebhafte und attraktive junge Dame, aber meiner Ansicht nach konnte er ihren Mann nicht leiden. Und das andere Paar? Darüber kann ich nicht viel sagen. Ein sehr freundliches und gut aussehendes junges Paar. Ich glaube, der gnädige Herr hat sich über ihren Besuch sehr gefreut, aber nun ja, der gnädige Herr hatte nie viel vom Theater gehalten. Eines Tages sagte er zu mir, ich kann nicht jemand Theater besessen sein kann. Es ist doch ein verrücktes Leben. Es bringt die Leute um das letzte bisschen Verstand, das sie vielleicht besitzen. Und nach diesen Besuchen ist Mr. Abernethy selbst weggefahren. Zuerst zu seinem Bruder und dann zu seiner Schwester Mrs. Lonskeney. Davon wusste ich nicht, Sir. Ich meine, er erzählte mir, dass er zu Mr. Timothy fahren würde und dann nach irgendwas St. Mary. Richtig. Erinnern Sie sich, ob er nach seiner Rückkehr von der Reise etwas über seinen Besuch sagte? Lonskeney überlegte. Nicht direkt. Er war sehr froh, wieder hier zu sein. Es hat ihn sehr angestrengt zu reisen und in fremden Häusern zu übernachten. Mr. Entwistle verabschiedete sich. Er ließ sich durch den Kopf gehen, was er alles erfahren hatte. Eigentlich nichts. Das heißt nichts, was er nicht vorher schon vermutet hatte. Mr. Entwistle hatte lange darüber gegrübelt, wie viel er Helen erzählen sollte. Schließlich kam er zu dem Ergebnis, dass er sie ganz ins Vertrauen ziehen konnte. Als er geendet hatte, sagte sie, mir ist unwohl dabei. Nicht nur wegen dem, was Cora neulich sagte, da ist noch etwas. Ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht ganz stimmte. In welcher Hinsicht? Hing es mit einer der Personen zusammen, die im Raum waren? Ja, etwas in der Art, aber ich weiß nicht, wer oder was, das klingt so lächerlich. Keines wegs, es ist interessant. Sie sind nicht dumm, Helen, wenn Ihnen etwas aufgefallen ist, dann ist es wichtig. Ja, aber ich weiß einfach nicht mehr, was es war. Je mehr ich darüber nachdenke, denken Sie nicht nach, das ist genau das Verkehrte, wenn man sich an etwas erinnern will. Früher oder später wird es Ihnen von selbst wieder einfallen. Und wenn es soweit ist, lassen Sie es mich wissen. Sofort Miss Gilchrist setzte sich den schwarzen Hut fest auf den Kopf und steckte eine graue Haarsträhne darunter. Die gerichtliche Untersuchung war für zwölf Uhr angesetzt. Ihr grauer Mantel mit dem passenden Rock sah sehr adrett aus, fand sie, und sie hatte sich eine schwarze Bluse gekauft. Sie sah sich in dem hübschen, ordentlich aufgeräumten Schlafzimmer um und betrachtete die Bilder, die an den Wänden hingen. Von Cockington Forge, Anstace Cove, Paul Flexen Harbour, Babacom Bay, lauter Seedörfer, die alle die markante Signatur Cora Lonskines trugen. Besonders liebevoll schaute sie das Bild von Paul Flexen Harbour an. Auf der Kommode stand, sorgsam gerahmt, eine verblichene Fotografie des Willow Tree Tea Shop. Miss Gilchrist seufzte, als ihr Blick darauf zu ruhen kam. Das Klingeln der Türglocke riss sie aus ihren Träumereien. Sie verließ das Zimmer und stieg die etwas baufällige Treppe nach unten. Aus irgendeinem Grund wurde Miss Gilchrist plötzlich ängstlich. Vor dem Haus stand eine junge Frau, elegant in schwarz gekleidet und mit einem kleinen Koffer in der Hand. Als sie den verschreckten Ausdruck auf Kahn bin bin und in dem aufgelassenen Steinbruch geparkt habe. Susan Banks sah sich im Zimmer um. Die arme Tante Cora sagte sie. Sie wissen, dass sie alles mir vererbt hat? Ja, das weiß ich. Mr. Antwistle hat es mir gesagt. Wahrscheinlich freuen sie sich über die Möbel. Mrs. Lanskene hatte ein paar sehr schöne Sachen. Dieser Ansicht konnte sich Susan nicht anschließen. Von den Möbeln brauche ich nichts. Ich habe meine eigenen Sachen. Deswegen werde ich alles versteigern lassen. Es sei denn, hätten Sie gerne das eine oder andere Stück? Miss Gilchrist strahlte. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Mrs. Banks, aber ich habe meine eigenen Möbel aufgehoben, für den Fall, dass ich sie irgendwann einmal brauchen könnte. Wissen Sie, ich hatte früher einen kleinen Teesalon, aber dann ist der Krieg gekommen. Es war alles sehr traurig. Ich habe nicht alles verkauft, weil ich nie die Hoffnung aufgegeben habe, eines Tages vielleicht doch wieder mein eigenes kleines Heim zu haben. Also habe ich die besten Stücke eingelagert, zusammen mit den Bildern meines Vaters. Aber was ich schrecklich gerne hätte, wenn sie wirklich nichts dagegen haben, das wäre der kleine Schauder betrachtete Susan den kleinen grünen mit großen lila farbenen Clematis blüten bemalten Tisch und erwiderte rasch, sie würde sich sehr freuen, wenn Miss Gilchrist ihn nehmen würde. Haben Sie vielen Dank, Mrs. Banks, ich komme mir doch ein bisschen habgierig vor. Wissen Sie, jetzt habe ich die ganzen wunderschönen Bilder von ihr bekommen und außerdem eine hübsche Amethyst Brosche, aber ich finde, die sollte ich ihnen zurückgeben. Nein, gar nicht. Sie möchten ihre Sachen durchsehen, vielleicht nach der gerichtlichen Untersuchung? Ich hatte mir überlegt, zwei Tage hier zu bleiben, alles zu sichten und zu ordnen. Ich werde ihnen mein Bett frisch beziehen und ich kann hier unten auf dem Sofa schlafen. Aber es gibt doch Tante Korras Zimmer, oder nicht? Kann ich nicht dort schlafen? Das würde sie nicht stören? Sie meinen, weil sie dort ermordet worden ist? Aber nein, das stört mich ganz und gar nicht. Ich bin aus zähem Holz geschnitzt, Miss Gilchrist. Es ist doch wieder in Ordnung. Miss Gilchrist verstand die Frage sofort. Aber natürlich, Mrs. Banks, alle Decken sind in der Reinigung und Mrs. Panther und ich haben das ganze Zimmer von oben bis unten geschrubbt und wir haben reichlich Ersatzdecken. Aber kommen Sie doch mit nach oben und sehen Sie selbst. Sie ging Susan voraus die Treppe hinauf. Das Zimmer, in dem Cora Lonskenet gestorben war, roch sauber und frisch und die Atmosphäre hatte gar nichts Düsteres an sich. Wo sind Tante Coras Bilder? In meinem Zimmer. Möchten Sie sie sehen? Stolz führte Miss Gilchrist offenbar eine Vorliebe für Seebäder gehabt. Das ist wahr. Wissen Sie, sie hat mit Mr. Lonskenet jahrelang in einem kleinen Fischerdorf in der Bretagne gelebt. Fischerboote sind einfach zu malerisch, finden sie nicht? Offensichtlich, murmelte Susan. Nach Cora Lonskenets Bildern, detailgetreue und sehr bunte Darstellung, hätte man eine ganze Postkartensammlung produzieren können, dachte sie. In ihr stieg sogar der Verdacht auf, Die gerichtliche Untersuchung brachte nichts Sensationelles an den Tag. Die Identität der Toten wurde festgestellt, ein medizinischer Gutachter erläuterte die Art der Verletzung, an denen sie gestorben war. Nichts deute darauf, dass sie Gegenwehr geleistet habe. Die Tote habe zur Zeit des Überfalls vermutlich unter Drogen gestanden und sei völlig überrascht worden. Es sei unwahrscheinlich, dass der Tod später als 4.30 eingetreten sei, vermutlich zwischen 2 und 4.30 Miss Gilchrist sagte aus, dass sie die Leiche gefunden hatte, ein Polizist und Inspektor Morton gaben ihr Zeugnis ab. Zum Schluss fasste der Untersuchungsrichter die Aussagen kurz zusammen, woraufhin die Geschworenen einstimmig auf Mord durch einen oder mehrere Unbekannte befanden. Mr. Entwistle führte Susan und Miss Gilchrist in King's Arms, wo er vorsorglich einen Tisch reserviert hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass sie heute herkommen wollten, Susan, sagte Mr. Entwistle. Wir hätten zusammenfahren können. Ich hätte es ziemlich herzlos gefunden, wenn niemand von der Familie dagewesen wäre. George sagte, er hätte zu viel zu tun, Rosamund hatte irgendeinen Termin zum Vorsprechen und Onkel Timothy ist ein Wrack, also musste ich kommen. Ihr Mann wollte sie nicht begleiten. Greg musste mit seinem Laden abrechnen. Als sie den bestürzten Ausdruck auf Miss Gilchrists Gesicht bemerkte, erklärte sie, mein Mann arbeitet in einer Apotheke. Wir haben große Pläne für die Zukunft, ein Schönheitssalon und dazu ein Labor, in dem wir unsere eigene Kosmetik herstellen. Sehr schön. Es war offensichtlich, dass diese Idee Miss Gilchrists Billigung fand. Sie begann, Susan vom Willow Tree zu erzählen. Mr. Entwistle, der das alles schon einmal gehört hatte, überließ sich seinen Gedanken. Susan musste ihn zweimal ansprechen, bevor er reagierte. Verzeihen Sie, meine Liebe, entschuldigte er sich, ich mache mir Sorgen um Mrs. Timothy. Offenbar ist sie die Treppe heruntergefallen und hat sich den Knöchel verstaucht, sie muss die ganze Zeit liegen und ihr Onkel ist völlig überfordert. Weil er zur Abwechslung sie pflegen muss und nicht umgekehrt wie sonst, das wird ihm nur guttun, antwortete Susan. Mr. Entwistle hatte sich für die Nacht im King's Arms ein Zimmer genommen. Susan und Miss Gilchrist gingen zum Cottage. Am folgenden Tag sollte die Beerdigung stattfinden. Mein Wagen steht noch im Steinbruch, sagte Susan. Das hatte ich ganz vergessen. Ich fahre ihn nachher ins Dorf. Aber nicht zu spät, Miss Gilchrist klang besorgt. Sie werden doch nicht in der Dunkelheit rausgehen wollen. Susan lachte. Sie glauben doch nicht, dass sich noch ein Mörder hier herumtreibt, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Miss Gilchrist verschwand in der Küche. Wenige Minuten später läutete es an der Tür, gefolgt von einem Staccato-artigen Klopfen. Susan ging in den Flur und in dem selben Augenblick trat Miss Gilchrist aus der Küche. Sie hatte eine Schürze umgebunden und wischte sich die bemehlten Hände daran ab. Gottchen, wer kann das denn sein? Ich wollte gerade zum Tee ein paar süße Brötchen backen. Ich kümmere mich darum. Während Susan zur Haustür ging, blieb Miss Gilchrist zögernd im Flur stehen. Der Besucher erwies sich als älterer Herr, der höflich den Hut zog, als Susan ihm die Tür öffnete. Ich heiße Alexander Guthrie. Ich bin ein sehr alter Freund von Mrs. Lonskene. Ich vermute, sie sind ihre Nichte, die frühere Miss Susan Abernathy. In der Tat. Darf ich eintreten? Natürlich. Ein trauriger Anlass, sagte Mr. Guthrie. Ich war zufällig gerade in der Gegend und dachte mir, das Mindeste, was ich tun könnte, wäre, zur gerichtlichen Untersuchung zu gehen und natürlich zur Beerdigung. Die arme närrische Cora. Ich kenne sie praktisch seit ihrer Hochzeit. Eine temperamentvolle junge Frau, aber überhaupt keinen Kunstverstand hatte sie, obwohl sie in anderer Hinsicht sehr scharfsichtig war. Das sagen alle, erwiderte Susan. Sicher fragen sie sich, warum ich gekommen bin, sagte Mr. Guthrie. Um ehrlich zu sein, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich hatte Cora vor einigen Wochen versprochen, sie zu besuchen. Meistens habe ich sie einmal im Jahr gesehen und in letzter Zeit hatte sie angefangen, auf Flohmärkten Bilder zu kaufen und sie wollte, dass ich sie mir ansehe. Ich bin von Beruf Kunstkritiker, müssen sie wissen. Die meisten Bilder, die Cora gekauft hat, waren natürlich schauerlich, aber im Grunde ist es gar kein so schlechtes Geschäft. Auf diesen Flohmärkten kann man Bilder ja für einen Appel und ein Ei bekommen und oft sind die Rahmen allein schon mehr wert, als man dafür bezahlt. Zu den großen Auktionen gehen natürlich immer Kunsthändler hin und Meisterwerke findet man kaum. Aber gerade neulich wurde beim Verkauf eines Bauernhofs ein kleiner Gap für ein paar Pfund versteigert. Doch solche Sachen kommen wirklich hatte. Als letztes schrieb sie mir ganz euphorisch von einem italienischen Primitiven, den sie auf einem Trödelmarkt gekauft hatte, und sie hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich ihn mir ansehe. Wahrscheinlich meinte sie das da drüben, sagte Susan und deutete auf die Wand hinter sich. Mr. Guthrie erhob sich, setzte die Brille auf und betrachtete den Stich. Die arme Cora, urteilte er nach einer Weile. Da sind noch viele andere, meinte Susan. Mr. Guthrie begann eine eingehende Untersuchung der Kunstschätze, die Mrs. Lonsguene so hoffnungsvoll erworben hatte. Gelegentlich machte er ein verwundertes Geräusch, manchmal stöhnte er. Schließlich nahm er die Brille wieder ab. Schmutz ist etwas Wunderbares, Mrs. Banks, erklärte er, es verleiht auch den schauderhaftesten Beispielen der Malerei eine romantische Patina. In der Küche holte Miss Gilchrist gerade ein letztes Backblech mit süßen Brötchen aus dem Ofen. Das Tablett mit den Teesachen war bereits gedeckt. Ein Mr. Guthrie ist gekommen und ich habe ihn eingeladen mit uns Tee zu trinken. Mr. Guthrie? Ja, er war gut mit Mrs. Lonsguene befreundet, der lieben Seele. Er ist der berühmte Kunstkritiker. Was für ein Glück. Ich habe reichlich süße Brötchen gebacken und es gibt auch noch ein bisschen selbst gemachte Erdbeermarmelade. Ihrem Protest zum Trotz brachte Susan das Tablett ins Wohnzimmer. Miss Gilchrist folgte mit der Teekanne und dem Kessel. Nachdem sie Mr. Guthrie begrüßt hatte, bedienten sich alle von den aufgetischten Köstlichkeiten. Der Geist des Willow Tree hing in der Luft. Es war nicht zu übersehen, dass Miss Gilchrist hier in ihrem Element war. Nach dem Tee verabschiedete sich Mr. Guthrie höflich von den beiden Frauen. Miss Gilchrist brachte ihn zur Tür und half ihm in den Mantel. Durchs Wohnzimmerfenster sah Susan ihm nach, wie er mit flotten Schritten zum Gartentor ging. Miss Gilchrist kehrte mit einem Päckchen in der Hand ins Zimmer zurück. Der Postbote muss hier jetzt gesteckt und es ist in die Ecke gefallen. Ich würde ja gerne wissen, das muss wohl ein Stück Hochzeitskuchen sein. Beglückt riss Miss Gilchrist das Papier auf und eine weiße Schachtel mit einer silbernen Schleife kam zum Vorschein. Stimmt! Sie löste das Band. In der Schachtel lag ein kleines Stück Früchtekuchen mit Marzipan und dickem weißem Zuckerguß. Wie nett! Aber wer John und Mary? Wer soll das denn sein? Wie dumm, dass sie nicht den Nachnamen hingeschrieben haben. Naja, es wird mir schon noch einfallen. Sie griff nach dem Tablett und trug es in die Küche. Susan erhob sich ebenfalls. Und ich sollte wahrscheinlich jetzt das Auto umparken. Susan ging zum Steinbruch, wo sie ihren Wagen abgestellt hatte und fuhr ins Dorf. Dort gab es aber keine Garage und deswegen wurde ihr geraten, das Auto beim King's Arms abzustellen. Sie parkte ihn neben einem großen Jaguar, der gerade wegfahren wollte. Am Steuer saß ein Chauffeur, auf der Rückbank ein älterer, ausländisch aussehender Herr mit einem überdimensionalen Schnurrbart, der in einen schweren Mandel gehüllt war. Der Junge, mit dem Susan wegen des Parkens sprach, starrte sie fasziniert an. Schließlich fragte er ehrfürchtig, sie sind die Nichte des Opfers, nicht? Ach so, ja, das bin ich. Ha, hab ich mir doch gedacht, dass ich sie schon mal gesehen habe. Wie gut, dass sie heil und ganz wieder da sind, begrüßte Miss Gilchrist sie. Sie mögen doch Spaghetti, oder? Auf meine Spaghetti au gratin bin ich nämlich sehr stolz. Und zu Recht, wie Susan feststellte, Miss Gilchrist war in der Tat eine exzellente Köchin. Etwas später kam sie mit zwei Tassen Kaffee ins Wohnzimmer. Dazu bot Miss Gilchrist ein Stück vom Hochzeitskuchen an. Susan lehnte dankend ab. Der Kuchen schmeckt aber sehr gut, drängte Miss Gilchrist sie, nachdem sie einen Bissen gegessen hatte. Susan ließ Miss Gilchrist weiter plaudern, bis sie allmählich von selbst verstummte. Als die beiden Frauen dann behaglich am Kamin saßen, schnitt Susan schließlich das Thema an, das sie die ganze Zeit beschäftigt hatte. Mein Onkel Richard ist doch vor seinem Tod hier gewesen, nicht? fragte sie. Wann war das genau? Lassen Sie mich überlegen, das muss ein, zwei, fast drei Wochen vor seinem Tod gewesen sein. Hatten Sie das Gefühl, dass er krank war? Nun, eigentlich hatte ich eher den Eindruck, Mrs. Lanskene war sehr überrascht, ihn zu sehen. Ich glaube, sie war ein bisschen beleidigt, dass er so plötzlich und völlig unangemeldet auftauchte nach dem jahrelangen Schweigen. Auf jeden Fall war er sehr nett, ein gutaussehender Mann, aber natürlich schon etwas in die Jahre gekommen. Wie lang ist er geblieben? Er war nur zum Mittagessen hier. Und die beiden haben sich gut verstanden? Aber ja! Susan zögerte ein wenig. War Tante Cora überrascht, als gestorben ist? fragte sie dann. Oh ja, es ist doch sehr plötzlich gekommen, oder nicht? Susan betrachtete Miss Gilchrist taxierend. Sie haben von der Unterhaltung gar nichts mitbekommen? Das war zu direkt. Miss Gilchrist wurde vor Empörung rot. In der Tat nicht, Miss Banks! Es war noch nie meine Art, an Türen zu lauschen! Das heißt, dass sie genau das getan hat, dachte Susan, sonst hätte sie einfach nein gesagt. Es tut mir leid, Miss Gilchrist entschuldigte sie sich, so habe ich das nicht gemeint, aber diese Häuser sind doch so schäbig gebaut, da hört man oft unwillentlich alles mit, was im Zimmer nebenan gesprochen wird. Das Cottage war alles andere als schäbig gebaut, aber Miss Gilchrist griff die Ausrede sofort auf. Da haben Sie natürlich recht, Miss Banks, das Haus ist wirklich sehr klein und natürlich kann ich verstehen, dass Sie gerne wissen möchten, was zwischen den beiden geredet wurde, aber ich fürchte, ich kann Ihnen nicht viel weiter helfen. Susan vermutete, dass Miss Gilchrist weitaus mehr wusste, als sie zugeben wollte. Möglicherweise wusste sie sogar sehr viel. Susan beschloss, das Thema für den Augenblick auf sich beruhen zu lassen. Welche Pläne haben Sie denn für die Zukunft, Miss Gilchrist, erkundigte sie sich. Ach, darüber wollte ich noch mit Ihnen reden, Mrs. Banks. Wären Sie vielleicht bereit, ich meine, dürfte ich Sie bitten, mich zu empfehlen, zu sagen, dass ich bei einer Verwandten von Ihnen gearbeitet habe und dass meine Arbeit zufriedenstellend war? Aber natürlich. Miss Gilchrists Hände begann zu zittern. Aber wäre es vielleicht möglich, dass Sie die Umstände nicht erwähnen, nicht einmal den Namen? Susan starrte sie an. Ich verstehe sie nicht. Es war ein Mord, der in allen Zeitungen stand. Verstehen Sie? Die Leute denken vielleicht, zwei Frauen leben zusammen, eine von ihnen wird umgebracht, womöglich war es die Hausdame. Wenn ich nach jemandem suchen würde, dann würde ich es mir zweimal überlegen, ob Banks. Ich bin nachts oft wach gelegen und habe mir gedacht, dass ich vielleicht keine andere Stelle finde, keine Stelle als Hausdame. Und was soll ich denn sonst tun? Susan schämte sich ein wenig, denn erst jetzt wurde ihr die Verzweiflung dieser durch- und durchredlichen Frau bewusst. Es stimmte zwar, dass Miss Gilchrist aus Cora Lonskenys Tod keinen Vorteil zog, aber wer sollte das schon wissen? Machen Sie sich keine Sorgen, Miss Gilchrist, sagte sie aufmunternd, ich werde für Sie eine Stelle in meinem Bekanntenkreis finden. Nachdenklich verzog sie das Gesicht. Dann kam ihr plötzlich eine Idee. Sie ging zum Telefon, nahm den Hörer ab und ließ sich mit der Vermittlung für Ferngespräche verbinden. Susan hörte dem Läuten des Telefons in der Ferne zu. Plötzlich brach es ab und eine grießgrämige, leicht empörte Männerstimme erklang. Ja, wer ist da? Onkel Timothy? Hier ist Susan Banks, deine Nichte. Was ist denn los? Weswegen rufst du zu dieser nachtschlafenden Zeit an? Ich war schon im Bett. Dann gehst du aber ziemlich früh zu Bett. Wie geht es Tante Maud? Ist das der einzige Grund, warum du anrufst? Deine Tante hat große Schmerzen und kann nichts tun. Sie ist völlig hilflos. Hier geht es drunter und drüber, das kann ich dir sagen. Der Arzt dieser Dämlack behauptet, er könnte nicht mal eine Pflegeschwester auftreiben. Er wollte Mord ins Krankenhaus einliefern. Dem habe ich aber kräftig die Meinung gegeigt. Jetzt versucht er jemanden für uns zu finden. Ich kann ja nicht mal den kleinen Finger heben. Ich weiß wirklich nicht, was wir tun sollen. Deswegen rufe ich an. Würdet ihr Miss Gilchrist nehmen? Noch nie gehört. Wer soll das sein? Die Hausdame von Tante Cora. Sie ist sehr nett und tüchtig. Kann sie kochen? Ja, sie kocht sehr gut und könnte sich um Tante Mord kümmern. Wann könnte sie denn kommen? Ich bin ihr ganz auf mich allein angewiesen. Mein Herz spielt schon verrückt. Ich werde zusehen, dass sie so bald wie möglich zu euch fährt. Wie wär's mit Übermorgen? Ah, also, vielen Dank. Timothy Abernethys Stimme klang widerwillig. Du bist ein gutes Mädel, Susan. Susan legte auf und ging in die Küche. Wären sie bereit, nach Yorkshire zu fahren und meine Tante zu pflegen? Sie ist gestürzt, hat sich ein Knöchel gebrochen und mein Onkel ist ohne sie völlig aufgeschmissen. Er ist eine alte Nervensäge, aber Tante Mord ist recht umgänglich. Eine Frau aus dem Dorf macht den Haushalt. Sie bräuchten nur zu kochen und sich um Tante Mord zu kümmern. Vor Aufregung glitt Miss Gilchrist die Kaffeekanne fast aus der Hand. Oh, danke, danke, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Susan lag im Bett und versuchte einzuschlafen. Es war ein langer Tag gewesen und sie war müde. Und jetzt lag sie Stunde um Stunde hellwach im Bett und Gedanken wirbelten ihr durch den Kopf. Sie hatte gesagt, es würde ihr nichts ausmachen, in diesem Zimmer zu schlafen, in diesem Bett, dem Bett, in dem Cora Albanethy. Nein, an solche Dinge durfte sie jetzt nicht denken. Sie war immer stolz darauf gewesen, Nerven wie Drahtseile zu haben. Warum sollte sie denn ausgerechnet an den Nachmittag vor knapp einer Woche denken? Sie musste vorwärts denken, an ihre und Gregs Zukunft. Die Räume in der Cardigan Street waren wirklich genau das Richtige, im Erdgeschoss der Laden, darüber die hübsche Wohnung. Das Hinterzimmer würde ein großartiges Labor für Greg geben. Er sie ansah, als würde er sie gar nicht kennen. Ein oder zweimal hatte sie es regelrecht mit der Angst zu tun bekommen. Wenn Onkel Richard nicht gerade jetzt gestorben wäre, irgendwie war es unheimlich hier draußen auf dem Land. Da war doch ein Stöhnen, ein Stöhnen oder Ächzen. Jemand hatte Schmerzen. Jemand lag im Sterben. Hör auf, dir was einzubilden, flüsterte Susan sich zu. Da war es wieder. Lauter. Jemand stöhnte vor Schmerzen. Aber das war real. Susan setzte sich auf und lauschte. Das Stöhnen kam vom Zimmer nebenan. Susan sprang aus dem Bett, schlüpfte in ihren Morgenmantel und trat auf den Flur hinaus. Dann klopfte sie kurz an die Tür zu Miss Gilchrist Zimmer und ging hinein. Das Licht brannte. Miss Gilchrist saß aufrecht im Bett. Sie sah sterbens elend aus. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt. Miss Gilchrist, was fehlt Ihnen denn? Sind Sie krank? Ja, ich weiß nicht was. Sie versuchte aufzustehen, aber dann wurde sie wieder von einem Würgen geschüttelt und sank ins Kissen zurück. Bitte, flüsterte sie, holen Sie den Arzt. Ich muss etwas gegessen haben. Ich hole Ihnen etwas Natron. Wir können den Arzt noch morgen früh holen, wenn es Ihnen bis dahin nicht besser geht. Miss Gilchrist schüttelte den Kopf. Nein, nein, rufen Sie ihn gleich an, mir geht es wirklich sehr schlecht. Bei seiner Ankunft hatte der Arzt den Eindruck eines Mannes erweckt, der reichlich Erfahrung damit hatte, nachts grundlos aus dem Schlaf gerissen zu werden. Doch sobald er die stöhnende Miss Gilchrist untersuchte, änderte sich sein Verhalten. Er gab Susan mehrere knappe Anweisungen, dann ging er nach unten und tätigte einen Anruf. Schließlich setzte er sich zu Susan ins Wohnzimmer. Ich lasse den Sanitätswagen kommen, sie muss ins Krankenhaus. Geht es ihr wirklich so schlecht? Ja, ich habe ihr eine Morphium-Spritze gegeben, gegen die Schmerzen. Was hat sie gegessen? Zum Abendessen hatten wir Spaghetti au gratin und Vanillepudding, hinter ihr Kaffee. Sie haben dasselbe gegessen? Ja. Und Ihnen fehlt nichts? Keine Schmerzen? Keine Übelkeit? Nein. Und sie hat sonst nichts gegessen? Nein, wir haben in Kings Arms zu Mittag gegessen, nach der gerichtlichen Untersuchung. Der Sanitätswagen traf ein. Bevor der Arzt mit Miss Gilchrist ins Krankenhaus gefahren wurde, versprach er Susan, sie am Morgen anzurufen. Die Beerdigung war gut besucht, fast das ganze Dorf nahm daran teil. Susan war die einzige Verwandte, aber die anderen Familienmitglieder hatten alle Grenze geschickt. Mr. Antwistle fragte nach dem Verbleib von Miss Gilchrist. Als Susan ihm im Flüsterton erklärte, was passiert war, hob der Notar die Augenbrauen. Das ist doch sehr seltsam, nicht? Ach, heute Morgen geht es ihr schon viel besser. Das Krankenhaus hat angerufen. Mr. Antwistle schwieg. Nach der Beerdigung fuhr er gleich wieder nach London. Susan kehrte ins Cottage zurück. Dann ging sie in Coras Zimmer und begann die Sachen machte ein besorgtes Gesicht. In zwei Tagen ist sie wieder auf dem Damm, sagte er, aber es war ein Glück, dass sie mich gleich geholt haben. Sonst das hätte böse enden können. Susan starrte ihn an. Mrs. Banks, können Sie mir bitte noch einmal genau sagen, was Miss Gilchrist gestern gegessen und getrunken hat, in allen Einzelheiten? Nach kurzem Überlegen erstattete Susan ihm ausführlich Bericht über das Essen des vergangenen Tages. Der Arzt schüttelte unzufrieden den Kopf. Es muss etwas gewesen sein, was sie gegessen hat und sie nicht. Da war nichts. Süße Brötchen, Marmelade, Tee und dann das Abendessen. Nein, etwas anderes fällt mir nicht ein. Der Arzt warf ihr einen prüfenden Blick zu. Dann fasste er offenbar einen Entschluss. Es war Arsene, sagte er. Susan fuhr auf. Sie meinen, jemand hat ihr Arsene gegeben? Jair brach sie ab. Aber natürlich, der Hochzeitskuchen! Wie bitte? Susan erklärte, was es damit auf sich hatte. Der Arzt hörte ihr aufmerksam zu. Sehr seltsam. Und Sie sagen, Miss Gilchrist hätte nicht genau gewusst, von wem sie ihn bekommen hat? Ist noch etwas davon übrig? Oder die Schachtel, in die er verpackt war? Ich weiß nicht, ich kann mal nachsehen. Nachdem sie sich gemeinsam auf die Suche begeben hatten, entdeckten sie den weißen Karton schließlich auf dem Küchenbuffet. Auf dem Boden lagen noch ein paar Krümel. Der Arzt steckte die Schachtel sorgsam weg. Die nehme ich mit. Sie reisen doch nicht schon wieder ab, Mrs. Banks. Sein Ton klang freundlich, aber er bereitete Susan dennoch ein wenig Unbehagen. Nein, ich muss die Sachen meiner Tante sichten, ich werde noch ein paar Tage hier sein. Tja, ich muss mich wieder auf den Weg machen. Der Arzt ging den Gartenpfad hinab zu seinem Wagen. Susan kam es sehr stickig im wieder nach oben, um weiter Coras Sachen zu sichten. In ihren Schubladen herrschte ein buntes Durcheinander. Eine enthielt Toilettenartikel, Taschentücher und Pinsel, in einer anderen entdeckte Susan mehrere alte Briefe und Rechnungen. In einer weiteren lag unter einigen Wollpullovern ein Karton mit zwei unechten Pony- Fransen. Fotos und Skizzenbücher füllten wieder eine andere. Eines dieser Bilder zeigte eine jüngere, schlankere Cora am Arm eines groß gewachsenen schlachsigen Mannes mit Ziegenbart. Susan vermutete, dass es sich dabei um Pierre Lons Genée handelte. Die Fotos interessierten Susan sehr, aber sie legte sie beiseite, ordnete sämtliche Papiere zu einem Stapel und begann sie methodisch durchzugehen. Etwa ein Viertel hatte sie bereits überflogen, als sie ein Brief in die Hände fiel. Sie als eine Stimme hinter ihr sie mit einem Aufschrei herumfahren ließ. Und was haben wir da gefunden? George, du hast mich erschreckt! Ihr Cousin grinste breit. Wie bist du hergekommen? Naja, die Haustür stand offen, also bin ich reingegangen. Ich bin heute morgen losgefahren, um zur Beerdigung zu gehen. Ich habe dich aber nicht gesehen. Die alte Kiste hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe ein bisschen daran herum gebastelt und dann hat sie wieder funktioniert. Da war es dann zu spät für die Beerdigung, aber ich dachte, ich könnte ja trotzdem herkommen. Ich habe ja gewusst, dass du hier bist. Greg hat mir gesagt, dass du hergefahren bist, sozusagen um alles in Besitz zu nehmen. Wirst du nicht im Büro gebraucht? fragte Susan. Eine Beerdigung Besseres zu tun haben, wie Greg. Susan betrachtete ihren Cousin nachdenklich. Was ist eigentlich der Grund, warum du hergekommen bist, George? Vielleicht, um mich ein bisschen als Detektiv zu betätigen? Was steht denn in dem Brief, in den du so vertieft warst, als ich reingekommen bin? Susans Antwort kam gedehnt. Das ist ein Brief, den Onkel Richard ihr geschrieben hatte, nachdem er bei ihr zu Besuch gewesen war. Darf ich mal lesen? Er streckte die Hand aus. Nach kurzem Zögern reichte sie ihm das Blatt. Er las den Brief leise und monoton murmelnd vor. Plötzlich wurde seine Stimme schärfer. Bitte erwähne niemandem gegenüber, was ich dir gesagt habe. Ich könnte mich täuschen. Dein dich liebender Bruder Richard. Greg sah zu Susan. Was kann er Cora erzählt haben? Am folgenden Vormittag stand Inspektor Morton vor der Haustür. Er war um die 40 und hatte eine ruhige zurückhaltende Art, aber seine Augen blitzten hellwach. Die Krümel vom Hochzeitskuchen sind analysiert worden. Sie enthalten Spuren von Arsen. Das heißt, jemand hat es darauf angelegt, sie zu vergiften, fragte Susan. Es scheint so. Außerdem bestehen Zweifel daran, dass das Päckchen überhaupt mit der Post kam. Andrew, der die Pakete ausfährt, kann sich nicht erinnern, es hier abgeliefert zu haben. Aber wie soll es sonst hergekommen sein? Es ist ja denkbar, dass jemand ein altes Stück braunes Packpapier mit einer entwerteten Marke verwendet hat und das Päckchen durch den Briefschlitz steckte oder von »War genug Gift drin, um sie zu töten?« »Das lässt sich schwer sagen. Es würde vor allem davon abhängen, ob Miss Gilchrist das ganze Stück gegessen hat. Offenbar glaubt sie, dass noch ein Rest da sein müsste. Können Sie sich erinnern? Sie hat mir davon angeboten, aber ich habe abgelehnt, und dann hat sie davon probiert und gesagt, er sei sehr gut, aber ich weiß nicht mehr, ob sie alles aufgegessen hat. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne nach oben gehen, Mrs. Banks. Natürlich. Susan folgte dem Inspektor in Miss Gilchrists Zimmer. Inspektor Morton ging zum Bett, fuhr mit der Hand unter das Kopfkissen und hob es ein Stück an. Auf seinem Gesicht erschien ein kleines Lächeln. Da ist es ja, sagte er. Auf dem Laken lag ein mittlerweile zerdrücktes Stück Hochzeitskuchen. Vielleicht kennt Ihre Generation diese Sitte nicht mehr, aber es ist ein alter Brauch. Wenn ein Mädchen sich ein Stück Hochzeitskuchen unters Kissen legt, träumt sie von ihrem zukünftigen Ehemann. Sie wollte es uns nicht sagen, sicher, weil sie sich töricht vorkam, das in ihrem Alter noch zu machen. Ein Glück für sie, dass sie umbringen wollen, fragte Susan. Das werden wir wohl herausfinden müssen, meinte Inspektor Morton. Zwei ältere Herren saßen in einem sehr modern möblierten Raum beisammen. Hercule Poirot nippte an einem Glas Sirup und betrachtete nachdenklich Mr. Gobi. Mr. Gobi, klein, knochig und eingefallen, sah so unscheinbar aus, dass er praktisch überhaupt nicht zu existieren schien. Sein Metier war es, Informationen zu beschaffen. Mr. Gobi lehnte sich im Sessel zurück und holte ein schäbiges kleines Heft hervor. Dann blätterte er die Seiten durch. Hier, Mr. George Crossfield, bei dem ist schon lange was faul. Vor allem Pferderennen und Zocken. Frauen interessieren ihn nicht besonders. Fährt ab und zu nach Frankreich rüber, auch nach zu lösen, hat aber viel mehr Geld, als er legal umtauschen darf. Aber er hat keine moralischen Bedenken, das Gesetz zu umgehen und als Anwalt weiß er, wie man es anstellen muss. Einiges deutet darauf hin, dass Kuchen fährt. Die Aussage, dass er am fraglichen Tag beim Rennen in Hurst Park war, ist mit größter Wahrscheinlichkeit falsch. Er schließt seine Wetten fast immer bei einem von zwei Buchmachern dort ab. Die haben ihn an dem Tag nicht gesehen. Insgesamt kommt er eher nicht in Frage. Wurde in Litchton St. Mary nicht gesehen, aber das hat nicht zu sagen. Man braucht nicht unbedingt durchs Dorf zu gehen, um zum Haus zu kommen. Übrigens war er in Oxford bei einer Theater Gruppe. Wenn er an dem Tag wirklich zum Cottage gefahren ist, hat er vielleicht nicht ganz so ausgesehen, wie man ihn sonst kennt. Ich behalte ihn mal auf der Liste, ja? Mr. Gobi blätterte zur nächsten Seite seines Notizhefts. Mr. Michael Shane. In der Branche liebt Geld und lässt es sich gern gut gehen. Sehr anziehend für Frauen, die fallen praktisch über ihn her. Das stört ihn nicht, ganz im Gegenteil, aber das Theater kommt bei ihm an erster Stelle. Er treibt sich mit Sorrel Dainton herum, die in seinem letzten Stück die Hauptrolle spielte. Er hatte nur eine kleine Rolle, kam aber sehr gut an. Seine Frau weiß kurzem einen handfesten Krach zwischen ihnen gegeben hat, aber das ist jetzt offenbar vorbei, seit dem Tod von Mr. Richard Abernathy. Den letzten Satz unterstrich Mr. Gobi, indem er einem Sofakissen zunickte. Am fraglichen Tag, sagte Mr. Shane, habe er sich mit einem Mr. Rosenheim und einem Mr. Oscar Lewis getroffen, um etwas Geschäftliches zu besprechen. Stimmt nicht. Er hat ihn telegrafiert, es täte ihm sehr leid, er sei verhindert. Dann ist er zu den Leuten von Emerald Car gegangen, wo man Autos mieten kann. Etwa um zwölf Uhr hat er den Wagen abgeholt und ist weggefahren. Abends um sechs war er wieder da. Dem Kilometerzähler nach war er ziemlich genau die fragliche Strecke gefahren. Keine Bestätigung aus Lidget's Hank Mary. Offenbar wurde an dem Tag überhaupt kein fremdes Auto gesehen. Es gibt viele Plätze in der Umgebung, wo er es hätte stehen lassen können, und ein paar hundert Meter vom Cottage entfernt ist ein aufgelassener Steinbruch. Wir behalten Mr. Shane im Auge. Zweifellos. Poirot nickte. Und jetzt zum Mrs. Shane. Mr. Gobi rieb sich die Nase. Sie sagt, sie war beim Einkaufen und am Tag vorher hatte sie von der Erbschaft erfahren. Da gab's natürlich kein Halten. Sie hat ein oder zwei Kunden Konten, aber die sind beide überzogen. Es ist absolut denkbar, dass sie in ein paar Läden ging, Kleider anprobierte, Schmuck anschaute, Preise verglich und tatsächlich nichts kaufte. Erneut blickte Mr. Gobi in sein Heft. Mr. und Mrs. Banks. Sie behaupten, sie seien den ganzen Tag zu Hause gewesen. Bei Mrs. Banks stimmt das auf jeden Fall nicht. Ging zur Garage, holte den Wagen und fuhr gegen ein Uhr weg. Ziel unbekannt. War um fünf Uhr wieder zu Hause. Zurückgelegte Kilometer unbekannt. Sie ist seitdem jeden Tag mit dem Wagen unterwegs gewesen. Was Mr. Banks betrifft, da haben wir kündigt, ohne jede Rücksicht auf die Firma. Nette, gut eingeführte Apotheke, die sind nicht mehr allzu gut auf ihn zu sprechen. Offenbar hat er immer wieder seltsame Erregungszustände bekommen. Also, wir wissen nicht, was er an dem Tag getan hat. Mit seiner Frau ist er nicht mitgefahren. Es ist gut möglich, dass er wirklich den ganzen Tag zu Hause in der kleinen Wohnung gehockt hat. Aber seine Vorgeschichte ist bedenkenswert. Bis vor etwa vier Monaten, kurz bevor er seine Frau kennenlernte, war er in einer Nervenklinik. Er wurde mit einem Nervenzusammenbruch eingeliefert. Offenbar ist ihm beim Zusammenstellen eines Medikaments ein Fehler unterlaufen. Er arbeitete damals bei einer Apotheke in Mayfair. Die Frau hat sich wieder erholt und es ist nicht zur Anklage gekommen. Die Apotheke hat ihm nicht gekündigt, aber er ist von selbst gegangen, sagte die Sache hätte ihn zu sehr erschüttert. Aber offenbar ist es ihm danach sehr schlimm ergangen und er hat dem Arzt gesagt, er würde von Schuldgefühlen geplagt. Er hätte es absichtlich gemacht. Die Frau sei arrogant und grob zu ihm gewesen, als sie in die Apotheke kam und er hätte sich über sie geärgert und ihr deswegen absichtlich eine fast tödliche Dosis von einem Medikament gegeben und dann hat er geheult und gesagt, er wäre zu verderbt, um noch am Leben bleiben zu dürfen und derlei Schmonzes mehr. Die Ärzte haben ein langes Wort für so was Schuldkomplex und sind davon überzeugt, dass er es nicht absichtlich getan hat, sondern dass er alles nur aufbauschen und sich wichtig machen wollte. Auf jeden Fall ist er in diese Klinik gekommen und sie haben ihn behandelt und als geheilt entlassen und dann hat er Miss Abernethy kennengelernt und er hat eine Stelle in dieser angesehenen aber kleinen Apotheke bekommen. Mon ami, sagte Hercule Poirot, es überrascht mich immer wieder, wie Sie an Ihre Informationen herankommen. Mr. Gobys Augen wanderten durchs Zimmer. Kommen wir zur Fraktion der Landbewohner, Mr. und Mrs. Timothy Abernethy. Schönes Wert gehört. Das kostet Geld. Finanziell sind sie knapp dran, sehr knapp. Steuern und unkluge Investitionen. Mr. Abernethy erfreut sich schlechter Gesundheit, jammert ständig, lässt alle für sich laufen, holen und besorgen, hat einen herzhaften Appetit und ist körperlich gut bei Kräften, wenn er nur will. Am Morgen des Tages nach der Beerdigung war er sehr schlechter Laune, aß nur ein Er war allein im Haus und wurde von 9.30 Uhr an dem Tag bis zum folgenden Morgen von niemandem gesehen. Und Mrs. Abernethy? Sie ist zu der von Ihnen genannten Zeit in Enderby losgefahren, kam zu Fuß zu einer kleinen Werkstatt in einem Ort namens Cathstone und sagte, ihr Auto sei stehen geblieben, etwa zwei oder drei Kilometer außerhalb. Ein Mechaniker fuhr mit ihr dorthin, untersuchte den Wagen und sagte, sie müssten ihn in die Werkstatt schleppen. Die Dame war sehr verärgert, aber dann ging sie in einen Gasthof, nahm ein Zimmer für die Nacht und sagte, sie wolle sich die Gegend ansehen. Sie kam abends erst sehr spät in den Gasthof zurück. Aus welchen Gründen war das Auto denn liegen geblieben? Es war schwer, den Schaden herauszufinden und auch ihn zu beheben. Er hätte ohne große Probleme von jemandem bewusst verursacht werden können, von jemandem, der sich mit Autos auskennt. Poirot sprach mit Bitterkeit. Mein Dieu, können wir denn gar niemanden ausschließen? Was ist mit Mrs. Leo Abernethy? Sie ist auch eine sehr nette Dame. Der verstorbene Mr. Abernethy mochte sie sehr gerne. Sie ist ungefähr zwei Wochen vor seinem Tod nach Enderby gefahren und ist seitdem dort. Nach dem Besuch Mr. Abernethys bei seiner Schwester in Lycée Saint Marie? Nein, kurz vorher. Sie hat ihr Haus auf dem Land aufgegeben und sich eine kleine Wohnung in London gekauft. Sie hat eine Villa in Zypern, wo sie einen Teil des Jahres verbringt. Sie hat dort einen kleinen Neffen, dessen Ausbildung sie bezahlt und offenbar gibt es ein oder zwei junge Künstler, die sie gelegentlich finanziell unterstützt. Die heilige Hellen des untadeligen Lebenswandels. Poirot schloss die Augen. Und es ist völlig unmöglich, dass sie an dem Tag Enderby verließ, ohne dass die Dienstboten es bemerkt hätten? Mr. Gobi ließ seinen Blick zu Poirots glänzendem Lacklederschuh schweifen. Leider kann ich Ihnen nicht sagen, was Sie hören möchten, Monsieur Poirot, murmelte er. Mrs. Abernathy fuhr an dem Tag nach London, um noch Kleidung und andere Dinge zu holen, weil sie mit Mr. Antwistle vereinbart hatte, dass sie noch länger in Enderby bleiben würde. Ich bin Ihnen sehr verbunden, sagte Hercule Poirot zu Janet. Sie waren wirklich zu freundlich. Janet verließ den Raum, das Gesicht finster verzogen, die Lippen säuerlich zusammengekniffen. Diese Ausländer, die Fragen, die sie stellten. Es war ja gut und schön, dass er sagte, er sei ein Spezialist für nicht diagnostizierte Herzleiden wie dasjenige, an dem Mr. Abernathy gelitten haben musste. Aber was hatte ein ausländischer Arzt darin herumzuschnüffeln? Der selbsternannte Mediziner Monsieur Pontallier ging seufzend ins Erdgeschoss und begab sich auf die Suche nach Lanscombe. Es gab nur wenige und völlig unzureichende Hinweise. Letztlich liefen sie darauf hinaus, dass Richard Abernathy Vitaminölkapseln verschrieben bekommen hatte und dass sie in einem großen Gefäß aufbewahrt wurden, das zum Zeitpunkt seines Todes fast leer war. Jeder, der es darauf angelegt hätte, hätte eine oder mehrere dieser Kapseln mit einer Spritze präparieren und sie nach unten ins Glas geben können, sodass sie erst einige Wochen später, nachdem diese Person das Haus verlassen hatte, eingenommen würden. Es war auch möglich, dass diese Person am Tag vor Richard Abernethys Tod ins Haus geschlichen war und die Kapsel dann präpariert hatte oder auch, und das war noch wahrscheinlicher, die Schlaftabletten in dem Fläschchen neben dem Bett durch etwas anderes ersetzt hatte. Denkbar war auch, dass diese höflich, aber zurückhaltend. Ja, Sir? Poirot ließ sich auf einem Schemel nieder. Mrs. Abernethy hat mir gesagt, sie hätten gehofft in das Pförtnerhaus beim nördlichen Tod zu ziehen, wenn sie ihren Dienst ihr quittierten? In der Tat, Sir, aber natürlich ist jetzt alles anders. Sobald das Haus verkauft ist, der Tod ihres gnädigen Herrn muss ein schwerer Schlag für sie gewesen sein. sagte Poirot leise. In der Tat, Sir, es hätte keinen besseren gnädigen Herrn geben können. Ich habe mich mit meinem Freund und Kollegen Dr. Lerabey unterhalten. Wir haben uns gefragt, ob ihr gnädiger Herr am Tag vor seinem Tod vielleicht besonders bekümmert war, aufgrund eines unerfreulichen Gesprächs möglicherweise. Wissen Sie noch, ob er an dem Tag Besuch bekam? Ich glaube nichts, Sir. Ich kann mich an niemanden erinnern. Der Vicar war am Tag zuvor zum Tee hier. Sonst haben ein paar Nonnen um eine Spende gebeten, und ein junger Mann kam zum rückwärtigen Eingang 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 und wollte Marjorie Bürsten und Topfreiniger verkaufen. Sonst niemand. Poirot drang nicht weiter in ihn. Alles, was Lanscom wusste, hatte er bereits Mr. Antwistle erzählt. Nun schlüpfte er in seinen Mantel und band sich zwei Schals um den Hals. Derart gegen die kühle Nordenglands gewappnet, trat er auf die Terrasse hinaus, wo Helen Abernathy ein paar späte Rosen pflückte. Haben Sie etwas Neues herausgefunden? fragte sie. Nein, aber Mr. Antwistle hat mir erzählt, dass sie an dem Tag, in dem Augenblick, in dem Cora ihre Bemerkung machte, dass sie das Gefühl hatten, etwas stimmen nicht. Ist das wahr? Ja, aber ich weiß nicht, in welcher Insicht hat etwas nicht gestimmt? War es etwas Unerwartetes? Etwas Überraschendes? Ein unbeartliches Gefühl vielleicht? Ein bedrohliches? Oh nein, nicht bedrohlich, nur etwas, das nicht, ach, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern. Vor Anstrengung erschienen Falten auf Helens Stirn. Nun, eines Tages wird es Ihnen wieder einfallen. Jetzt sagen Sie mir, Madame, wer von den Anwesenden kannte Cora am besten? Helen überlegte. Wahrscheinlich Lanscombe. Er kannte sie schon als Kind. Janet, das Dienstmädchen, kam erst her, als sie schon verheiratet und weggezogen war. Und außer Lanscombe? Ich denke, das war ich, meinte Helen nachdenklich. Maud kannte sie praktisch überhaupt nicht. Poirot wechselte das Thema. Nach der Beerdigung ist Mrs. Timothy Abernathy die Nacht ihr geblieben? Ja. Hat sie mit ihnen darüber geredet, was Cora gesagt hatte? Ja, sie sagte, das wäre unerhört, typisch Cora. Sie hat die Bemerkung nicht ernst genommen? Nein, nein, da bin ich mir sicher. Das zweite Nein klang in Poirots Ohren ein wenig zögernd. Und Sie, Madame, haben Sie sie ernst genommen? Helen Abernathy, deren Augen unter den grauen Locken sehr blau und erstaunlich jung wirkten, blieb nachdenklich. Doch, Monsieur Poirot, ich glaube schon. Wegen ihres Gefühls, dass etwas nicht ganz stimmte. Vielleicht. Mrs. Lonskenet und ihre Familie waren einander seit vielen Jahren entfremdet, fragte Poirot. Ja, keiner von uns konnte ihren Ehemann leiden, und sie war darüber beleidigt, sodass die Entfremdung immer größer wurde. Und dann ist ihr Schwager völlig unvermutet zu ihr zu Besuch gefahren. Weshalb? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wusste oder ahnte er, dass er nicht mehr lange zu leben hatte und wollte sich mit ihr versöhnen. Aber das weiß ich wirklich nicht. Er hat es ihnen nicht gesagt? Mir? Ja, sie waren doch ihr bei ihm, bevor er zu ihr fuhr. Hat er ihnen von seinem geplanten Besuch nicht erzählt? Poirot meinte, plötzlich eine gewisse Reserviertheit zu spüren. Er erzählte mir, dass er seinen Bruder Timothy besuchen wollte. Von Cora sagte er kein Wort. Sollen wir ins Haus gehen? Es wird bald Mittagessen geben. Sie betraten das grüne Esszimmer. Helen wählte eine chinesische Vase und begann die Rosen darin anzuordnen. Sie haben ein bewundernswertes Geschick mit Blumen, Madame, sagte Hercule Poirot. Ich glaube, alles, was Sie Ja, ich finde, die Rosen würden sich gut auf dem grünen Malachit-Tisch machen. Auf diesem Tisch stand ein Strauß Wachsblumen unter einer Glasglocke. Als Helen ihn fortnahm, meinte Poirot beiläufig, hat irgendjemand Mr. Abernethy erzählt, dass der Ehemann seiner Nichte Susan fast eine Kundin vergiftet hätte, als er ein Rezept zusammenstellte? Oh, pardon! Er machte einen Satz nach vorne. Das viktorianische Gesteck war Helen aus der Hand geglitten und Poirot war nicht schnell genug. Die Schale fiel zu Boden, die Glasglocke zerbrach. Unmutig verzog Helen das Gesicht. Wie unachtsam von mir! Aber den Blumen ist nichts passiert. Die Glasglocke lässt sich ersetzen, ich werde mich darum kümmern. Jetzt stelle ich sie erst einmal in den großen Schrank unter der Treppe. Poirot half ihr, die Schale in dem dunklen Schrank zu verstauen und folgte ihr wieder in den Salon. Das war meine Schuld, sagte er, ich hätte sie nicht erschrecken dürfen. Helen legte ihm eine Hand auf den Arm. Monsieur Poirot, ist es wirklich nötig, das ganze Leben von Menschen in diese Sache hineinzuziehen, die nichts zu tun haben mit dem Tod von Coralonskeny? Ja, weil man alles in Betracht ziehen muss. Es ist in der Tat wahr, dass jeder von uns etwas zu verbergen hat. Das trifft auf alle Menschen zu. Vielleicht auch auf sie, Madame. Und das ist der Grund, warum ihr Freund Mr. Entwistle mich aufsuchte. Für mich ist es nötig, mit allen Leuten zu reden, die am Tag der Beerdigung ihrem aus waren, Madame. Und es wäre sehr hilfreich, wenn ich das hier tun könnte. Ich fürchte, das wird sich schwer machen lassen, antwortete Helen bedächtig. Nicht so schwer, wie sie meinen. Ich habe schon einen Plan entworfen. Das Haus, es ist verkauft, das wird Mr. Entwistle verkünden. Er wird alle Familienmitglieder einladen, noch einmal erzukommen und aus den Möbeln einige Stücke auszuwählen, bevor der Rest versteigert wird. Für den Zweck wird man sich sicher auf ein Wochenende einigen können. Helen sah ihn an. Ihre blauen Augen blickten kalt, fast eisig. Möchten Sie jemandem eine Falle stellen, Monsieur Poirot? Nein, ich habe noch keinen Plan, aber möglicherweise gibt es den einen oder anderen Prüfstein. Damit Sie auch mich prüfen können? Sie, Madame, sind in die Pläne eingeweiht. Und nun, es gibt eine Sache, die diffizil werden könnte. Die jungen Leute werden, glaube ich, gerne kommen, aber es könnte sich als schwierig erweisen, die Anwesenheit von Mr. Timothy Abernethy sicherzustellen. Wie ich gehört habe, verlässt er das Haus nie. Auf Helens Gesicht erschien ein Lächeln. Ich glaube, Sie haben Glück, Monsieur Poirot. Gestern hat Maud angerufen. Im Augenblick wird das Haus gestrichen und Timothy setzt der Geruch der Farbe sehr zu. Ich glaube, dass er und Maud sehr gerne herkommen würden, vielleicht sogar für ein oder zwei Wochen. Maud ist immer noch ein bisschen behindert. Sie wissen doch, dass sie sich den Knöchel gebrochen hat? Das wusste ich nicht. Zum Glück ist Coras Hausdame bei ihnen, Miss Gilchrist. Offenbar erweist sie sich als wahre Perle. Wie bitte? Poirot wandte sich abrupt zu Helen um. Wer hat den Vorschlag gemacht? Ich glaube, das hat Susan eingefädelt. Susan Banks. Aha, sagte Poirot in einem Ton, den Helen nicht ganz deuten konnte. Die kleine Susan hat es also in die Wege geleitet. Sie liebt es sehr, alles zu organisieren. Ich dachte immer, dass Susan ein sehr patentes Mädchen ist. Ja, sie ist sehr patent. Haben Sie gehört, dass Miss Gilchrist knapp dem Tod entronnen ist? Dem Tod durch ein Stück vergifteten Ortzeitskuchen? Nein! Erschrocken sah Helen auf. Holen Sie sie her, alle, sagte sie mit unvermittelter Heftigkeit. Finden Sie die Wahrheit heraus. Es darf keinen weiteren Mord mehr geben. Unten in der Küche saß Miss Gilchrist bei einer Tasse Tee und unterhielt sich leutselig mit Mrs. Jones. Ich tue mein Bestes, um Mrs. Abernethy so viel wie möglich zu ersparen, sagte sie. Das ewige Treppensteigen bereitet ihr bestimmt große Schmerzen. Sie bedient ihn von vorne bis hinten, meinte Mrs. Jones und rührte Zucker in ihren Tee. Es so gebrechlich ist er gar nicht. Mrs. Jones klang erbittert. Es gefällt ihm sehr gut, im Bett zu liegen und nach uns zu läuten und sich Tabletts aufs Zimmer bringen zu lassen. Dabei kann er gut aufstehen und herumlaufen, wenn er will. Ich habe ihn sogar ins Dorf gehen sehen, wenn sie nicht da ist. Im Stechschritt ist er marschiert, sage ich ihnen. Bevor Miss Gilchrist etwas sagen konnte, klingelte das Telefon und sie lief in den Flur hinaus. Der Apparat stand weit ab in einem zugigen Korridor hinter der Treppe. Miss Gilchrist sprach noch, als Maud Abernathy oben am Treppenabsatz erschien. Die Hausdame schaute auf. Mrs. Leo Abernathy ist am Apparat. Sagen Sie ihr, ich komme gleich. Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte Maud die Stufen hinab. Es tut mir so leid, dass Sie sich wieder nach unten quälen müssen, wisperte Miss Gilchrist. Hat Mr. Abernathy den Kaffee schon getrunken? Dann gehe ich rasch nach oben und hole das Tablett. Sie lief die Stufen hinauf. Maud hatte den Hörer entgegengenommen. Helen, hier ist Maud. Timothy empfing Miss Gilchrist mit einem vorwurfsvollen Blick. Ziehen Sie den Vorhang auf, ja? Nur weil ich krank bin, heißt es noch lange nicht, dass ich den ganzen Tag im Dunkeln verbringen muss. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was stürzen Sie davon? Es hat an der Haustür geklingelt, Mr. Abernathy. Miss Gilchrist griff nach dem Tablett und verließ rasch das Zimmer. Unten im Flur stellte sie es auf einem Tischchen ab und eilte an Maud Abernathy vorbei, die noch telefonierte, zur Haustür. Keine Minute später kehrte sie zurück. Es tut mir leid, sie zu stören, flüsterte sie, aber draußen steht eine Nonne, die Stiftung Herz Maria, glaube ich. Einen Augenblick bitte, Helen, sagte Maud Abernathy ins Telefon. Für die Katholiken spende ich nicht, klärte sie Miss Gilchrist auf. Wir haben unsere eigenen kirchlichen Stiftung. Miss Gilchrist hastete wieder davon. Wenige Minuten später legte Maud den Hörer auf und ging in den vorderen Gang, wo Miss Gilchrist reglos neben der Wohnzimmertür stand. Ihre Stirn war gerunzelt, als dächte sie angestrengt nach, und sie fuhr zusammen, als Maud Abernathy sie ansprach. Es ist doch alles in Ordnung, oder nicht, Miss Gilchrist? Aber Meise davon, während Maud sich die Treppe hinauf zum Zimmer ihres Mannes mühte. Helen hat gerade angerufen. Wie es scheint, ist das Haus endgültig verkauft. Mein altes Zuhause, es ist einfach nicht zu fassen, jammerte Timothy. Sie hat vorgeschlagen, dass wir vielleicht noch einmal nach Enderby fahren möchten. Sie macht sich auch große Sorgen wegen deiner Gesundheit und dass dir die Farbe nicht gut tut. Sie meinte, vielleicht wäre es dir lieber in Enderby zu wohnen als in einem Hotel. Die Dienstboten sind noch alle dort, also wirst du auch gut versorgt. Während Maud sprach, hatte Timothy vor Entrüstung und Zorn den Mund geöffnet, aber jetzt schloss er ihn wieder und sein Blick bekam auf einmal etwas Durchtriebenes. Sehr aufmerksam von Helen, sagte er. Ich weiß dort spielte ihre letzte Karte geschickt aus. Wenn ich es richtig verstehe, hat Mr. Entwistle vorgeschlagen, dass alle Familienmitglieder sich einige Stücke aussuchen, Möbel oder Geschirr und derlei, bevor alles versteigert wird. Timothy richtete sich brüsk auf. Dann müssen wir unbedingt hin. Es muss genau aufgeschrieben werden, wer was mitnimmt und in welchem Wert. Als Familienvorstand ist es meine Pflicht, bei dem Treffen anwesend zu sein. Er wuchtete sich aus dem Sessel und ging mit forschen Schritten durchs Zimmer. Schreib Helen und sag ihr, dass wir kommen. Während wir weg sind, können die Handwerker das Haus fertig streichen und diese Gillespie kann hier bleiben und auf alles aufpassen. Gilchrist sagte Maud. Das kann ich nicht, sagte Miss Gilchrist. Maud sah sie überrascht an. Miss Gilchrist zitterte und sah Maud flehentlich in die Augen. Es ist dumm von mir, ich weiß, aber ich kann einfach nicht hier allein im Haus bleiben. Ich weiß, sie halten mich sicher für ein Hasenherz und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich jemals so dumm sein würde, aber ich hätte panische Angst. Aber natürlich, sagte Maud, es war dumm von mir, ihnen den Vorschlag überhaupt weiß, am Anfang hat es mir nichts ausgemacht, allein im Cottage zu bleiben. Die Angst ist erst allmählich gekommen. Sie halten mich bestimmt für sehr töricht, Mrs. Aber seitdem ich hier bin, habe ich Angst. Sogar die Nonne, die an der Tür geklingelt hat, hat mich erschreckt. Das nennt man wohl eine verzögerte Schockreaktion. Maud war nachsichtig. Wir werden uns etwas anderes einfallen lassen. Von seinem Sessel am Kamin aus betrachtete Hercule Poirot die in der Bibliothek versammelte Familie. Nachdenklich wanderte sein Blick von Susan, die aufrecht dasaß und lebhaft und angeregt wirkte, zu ihrem Mann, der neben ihr saß und mit ausdrucksloser Miene einen Bindfaden zwischen den Fingern zwirbelte. Von Greg schweifte Poirots Blick weiter zu George Crossfield, der lässig und sehr selbstzufrieden über Falschspieler redete, und zwar mit Rosamund, die mechanisch und in einer Stimme bar jeden Interesses, wie erstaunlich mein Lieber sagte, wanderte weiter zu Michael mit seiner sehr eigenen ausgezehrten Attraktivität und seinem unübersehbaren Charme, zu Helen, gefasst und ein wenig reserviert, zu Timothy, der sich behaglich im bequemsten Sessel niedergelassen hatte, ein zusätzliches Kissen in den Rücken gesteckt, zu Maud, stämmig und robust, die hingebungsvolle Krankenschwester und schließlich zu der Gestalt, die ein wenig Entschuldigung heischend am Rand des Familienkreises saß, Miss Gilchrist. Hercule Poirot nahm einen Schluck von seinem Verdauungscafé und taxierte die Anwesenden zwischen halbgeschlossenen Liedern. Er konnte sich praktisch jeden der Anwesenden als möglichen Mörder vorstellen. George war des Mords fähig, so wie eine Ratte zuschlägt, wenn sie in die Enge getrieben wird. Susan könnte morden, um ihre Pläne voranzutreiben. Gregory, weil er einen seltsamen morbiden Zug hatte, Michael, weil er ehrgeizig war und die Eitelkeit eines Mörders besaß, Rosamund, weil ihr Blick auf die Welt erschreckend schlicht war, Timothy, weil er seinen Bruder beneidet und gehasst hatte. Mord, weil Timothy ihr Kind war und sie rücksichtslos war, wenn es um ihr Kind ging. Sogar Miss Gilchrist, dachte er sich, hätte nicht vor Mord zurückgeschreckt, wenn sie damit ihren Willow-Tree-Salon mit seiner damenhaften Eleganz zurückgewonnen hätte. Und Helen? Helen konnte er sich nicht als Mörderin vorstellen. Sie war zu zivilisiert, Gewalt war nicht ihr Stil. Helen hatte ihn dem Familienverband vorgestellt und er hatte sofort begonnen, die fast generelle Ablehnung abzubauen, die seine Anwesenheit hervorrief. Geschickt hatte er Beobachtungen angestellt und Schlussfolgerungen gezogen. Er hatte mit Miss Gilchrist über die untergegangene Welt ihres Teesalons gesprochen und über die besten Rezepte für Brioches und Schokoladen-Eklärs. Er hatte mehrfach lange halbe Stunden mit Timothy verbracht, der über seine Gesundheit lamentierte. Und es war über Gemälde gesprochen worden, von Pierre Lanskenet als Maler. Cora Lanskenets Bilder, über die Miss Gilchrist in Begeisterungsstürme geriet, Susan sich aber abfällig äußerte. Wie Postkarten hatte sie gesagt, und sie hat sie von Postkarten abgemalt. Diese Bemerkung hatte Miss Gilchrist gekränkt, und sie hatte scharf eingewendet, dass Miss Lanskenet die gute Seele immer nach der Natur gemalt habe. Aber ich wette, dass sie geschummelt hat, sagte Susan zu Poirot, nachdem Miss Gilchrist das Zimmer verlassen hatte. Ich weiß sogar genau, dass sie es getan hat. Und woher wissen sie das? Poirot betrachtete die starken, entschlossenen Konturen von Susans Kinn. Ein Bild ist von Paul Flexen, die Bucht, der Leuchtturm und die Pier, aber die Pier ist im Krieg gesprengt worden, und da Tante Cora das Bild erst vor zwei Jahren gemacht hat, kann sie es wohl kaum nach der Natur gemalt haben, oder? Aber auf den Postkarten, die dort verkauft werden, ist die alte Pier noch zu sehen. Ich habe eine in ihrer Nachttischschublade gefunden. Komisch nicht, wie man Leute immer wieder ertappt, wenn sie mogeln? Poirot hatte mit Maud Abernathy gesprochen und über den glücklichen Umstand, dass Timothy nach Anderby hatte kommen können und wie liebenswürdig es von Helen gewesen war, die Einladung auch auf Miss Gilchrist zu erstrecken. Sie ist wirklich ungemein nützlich. Timothy braucht ja so oft ein kleines Häppchen zu essen. Ich glaube, die Vorsehung hat es gefügt, dass sie die Nerven verloren hat und nicht allein in unserem Haus bleiben wollte. Sie hat die Nerven verloren? Poirot horchte interessiert auf, während Maud ihm Miss Gilchrists plötzliche Ängstlichkeit schilderte. War an dem Tag etwas Besonderes vorgefallen? Erkundigte er sich. Nein, ich glaube nicht. Offenbar hat sie diese Anfälle, seit sie aus Lütche St. Mary weg ist, oder zumindest sagt sie das. Irgendetwas dort im Haus hatte Miss Gilchrist Angst gemacht. Was war das gewesen? Als Poirot sich vor dem Abendessen eine kleine Weile allein mit Miss Gilchrist in einem Raum befand, sprach er das Thema freimütig an. Wie ich gehört habe, hatten sie Angst davor, allein im Aus von Mr. Timothy Abernathy zu bleiben, als er und seine Frau ihr erkommen wollten? Miss Gilchrist sah ihn schuldbewusst an. Ich schäme mich sehr deswegen, eigentlich war es sehr dumm von mir. Irgendwie hat mich Panik befallen und ich weiß nicht warum. Mir kommt es vor, verzeihen Sie meine Neugier, als müsste in Stansfield Grange etwas Bestimmtes vorgefallen sein, das ihre Angst sozusagen aufflackern ließ. Die Ärzteschaft ist heute einer Meinung darüber, dass vieles in unserem Unterbewusstsein abläuft. An dieser Theorie schien Miss Gilchrist großen Gefallen zu finden. Da haben Sie sicher recht, sagte sie. Und was, glauben Sie denn, war dieses kleine Ereignis? Miss Gilchrist überlegte eine Weile. Wissen Sie, Monsieur Pontallier, ich glaube, es war die Nonne. Bevor Poirot eine weitere Frage stellen konnte, betraten Susan und ihr Mann den Raum, gefolgt von Helen. Eine Nonne, dachte Poirot. Wo habe ich in all den Gesprächen schon einmal was von einer Nonne gehört? Er beschloss, im Verlauf des Abends das Gespräch auf Nonnen zu lenken. Die Familie verhielt sich sehr höflich gegenüber Monsieur Pontallier, dem Vertreter der Onarco. Es war sehr geschickt von ihm gewesen, lediglich die Initialen zu erwähnen. Alle hatten Unarco als gegeben hingenommen, hatten sogar so getan, als wüssten sie über die Organisation genau Bescheid. Wie sehr es Menschen doch widerstrebte, ihre Unwissenheit einzugestehen. Nur Rosamund war verwundert gewesen. Aber was ist das denn genau? hatte sie gefragt. Ich habe noch nie davon gehört. Zum Glück war zu dem Zeitpunkt niemand anderes im Raum gewesen. Poirot hatte die Organisation mit so gewichtigen Worten beschrieben, dass jeder außer Rosamund sich geschämt hätte, zuzugeben, noch nie von dieser bekannten internationalen Institution gehört zu haben. Nachdem Richard Abernethys Erben 24 Stunden lang durchs Haus gestrichen waren und das Inventar begutachtet hatten, machten sie sich nun daran, ihre Wahl zu treffen und sie notfalls mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Michael Shane lachte auf. Wisst ihr, mir macht das alles großen Spaß. Das Voisee- Vermächtnis ist nur ein müder Abklatsch dagegen. Übrigens, Rosamund und ich wollen den Malachitisch aus dem Salon. Oh nein, rief Susan, den will ich. George verdrehte die Augen zur Decke. Wir brauchen uns nicht zu streiten, sagte Susan. Ich möchte ihn für meinen neuen Schönheitssalon, nur als Farbtupfer und obendrauf ein großer Strauß Wachsblumen. Das wird sich großartig machen. Wachsblumen bekomme ich überall, aber ein grüner Malachitisch ist nicht so leicht zu finden. Aber das ist genau der Grund, warum wir ihn wollen, Süße, unterbrach Rosamund, für das neue Bühnenbild, wie du sagst, ein Farbtupfer und wunderbar altmodisch und dazu entweder Wachsblumen oder ausgestopfte Kolibris, genau das Richtige. Also, meine Damen, warum keine sportliche Entscheidungsfindung, schlug George vor, ihr könntet doch eine Münze werfen oder Karten abheben. Susan lächelte nachsichtig. Rosamund und ich werden uns morgen darüber unterhalten. Das Haus ist voll von wunderschönen Sachen, warf Miss Gilchrist beschwichtigend ein. Der grüne Tisch würde in ihrem neuen Salon wirklich großartig zur Geltung kommen, Mrs. Banks. Es bestimmt sehr wertvoll. Und die Wachsblumen passen so schön zum Tisch. Richtig künstlerisch, einfach süß. Niemand achtete auf ihre wohlgemeinten Banalitäten. Bewusst wandte sich Helen an den ausländischen Gast. Ich fürchte, das langweilt Sie alles ein wenig, Monsieur Pontallier. Keineswegs, Madame, ich betrachte es als Privileg, in Ihrem Familienkreis aufgenommen zu werden. Poirot deutete im Sitzen eine Verbeugung an. Was ich gerne sagen möchte, mein Bedauern, dass dieses Haus aus ihren Enden in den Besitz von Fremden übergehen muss, das ist zweifellos ein großer Schmerz. Aber nein, überhaupt nicht, versicherte Susan ihm. Wie ich höre, bestand auch die Möglichkeit, dass ihr eine Schule eingerichtet würde, ein Kloster, das von religiös geleitet werden sollte, von Nonnen. Wäre ihnen das lieber gewesen, vielleicht? Absolut nicht, antwortete George. Das eilige Erz Maria, fuhr Poirot fort. Er wandte sich direkt an Miss Gilchrist. Ich glaube, sie mögen Nonnen nicht. Miss Gilchrist errötete und blickte peinlich berührt zur Seite. Ach, Monsieur Pontallier, sie dürfen nicht, ich meine, das ist nichts Persönliches, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist, sich so von der Welt abzusondern. Es ist nicht nötig, wollte ich sagen. George meldete sich zu Wort. Was ich einfach nicht verstehen kann, ist, warum es dem guten Herrgott gefallen sollte, wenn man sich wie im Mittelalter verkleidet. Denn was anderes ist die Nonnentracht ja nicht, bloß unpraktisch und unhygienisch. Und dann sehen sich alle so ähnlich, nicht? sagte Miss Gilchrist. Es ist dumm von mir, wissen Sie, aber ich habe einen richtigen Schreck bekommen, als ich im Haus von Mrs. Abernethy zur Tür ging und draußen stand eine Nonne und bat um eine Spende. Irgendwie kam sie mir als genau dieselbe vor wie diejenige, die am Tag der gerichtlichen Untersuchung von der armen Mrs. Lonskene in Litcht St. Mary sammelte. Fast hatte ich das Gefühl, als würde sie mich verfolgen. Beide hatten dieselben Gesichtszüge? fragte Hercule Poirot. Er klang interessiert. Miss Gilchrist wandte sich zu ihm. Ich glaube, das muss es gewesen sein, die Oberlippe, fast als hätte sie einen Schnurrbart. Wissen Sie, ich glaube, das hat mich so erschreckt. Eine Nonne wäre eine gute Verkleidung, meinte Susan nachdenklich. Dann sieht man nicht die Füße. Aber eigentlich sieht man andere Leute fast nie richtig an, sagte George. Deswegen hört man vor Gericht von den verschiedenen Zeugen auch völlig unterschiedliche Beschreibungen von ein und demselben Menschen. Ihr würdet euch wundern. Es ist ja auch seltsam, wenn man sich selbst unerwartet im Spiegel sieht, fügte Susan hinzu. Noch schwieriger wäre es, wenn man sich wirklich selbst sehen könnte und nicht als Spiegelbild, ergänzte George. »Wieso?« fragte Rosamund verwundert. »Naja, man sieht sich selbst nie so, wie andere einen sehen. Man sieht sich immer nur im Spiegel, also seitenverkehrt. Aber wieso sieht man da anders aus? »Das ist doch klar,« sagte Susan rasch, »weil man unterschiedliche Gesichtshälften hat. Die Augenbrauen sind anders, der Mund geht auf einer Seite mehr nach oben, die Nase ist nicht ganz gerade. Das kann man mit einem Bleistift gut nachprüfen. Hat jemand einen Bleistift?« Ein Bleistift wurde geholt und sie machten Experimente, hielten den Stift rechts und links der Nasenflügel und lachten über die schiefen Gesichter. Die Stimmung war jetzt gelöst, alle waren guter Dinge. Nur Helen Abernathy sagte wenig und wirkte geistesabwesend. Schließlich erhob Hercule Poirot sich seufzend aus seinem Sessel und wünschte seiner Gastgeberin höflich gute Nacht. Und vielleicht, Madame, sollte ich mich auch gleich verabschieden. Mein Zug fährt um neun Uhr in der Früh, das ist sehr zeitig. So möchte ich Ihnen allen für ihr entgegenkommen und ihre Gastfreundschaft danken. Monsieur Pontallier, ich habe hier alles getan, was ich tun wollte. Sie fahren jetzt in Ihre Villa auf Zypern? Ja. Auf Helen Abernathys Lippen erschien ein kleines Lächeln. sagte Poirot. Sie haben kein Bedauer? Oh nein, es ist nicht gut, an der Vergangenheit festzuhalten, nicht wahr? Man muss sie hinter sich lassen. Wenn man kann. Mit unschuldig blinzelnden Augen lächelte Poirot in die höflichen Gesichter, die ihn umgaben. Manchmal lässt die Vergangenheit sich nicht begraben. Er duldet nicht, dass sie in Vergessenheit gerät. Susan lachte verlegen. Er meinte uns, erklärte Rosamund. Er meint Onkel Richard und Tante Cora und das Beil und das alles. Poirot sah sie mit ausdruckslosem Gesicht an. Warum denken Sie das, Madame? fragte er. Weil Sie ein Detektiv sind, stimmt's? Deswegen sind Sie auch hier. Narco oder wie immer Sie das auch nennen, ist doch nur Fassade, oder? Sie haben großen Scharfblick, Madame, sagte er mit einer kleinen Verbeugung. Das nicht gerade, sagte Rosamund, aber jemand hat mich in einem Restaurant mal auf sie aufmerksam gemacht. Ich habe sie wiedererkannt. Aber sie habe nichts gesagt? Bis jetzt? Ich dachte, so wäre es lustiger, erklärte Rosamund. Langsam ließ Poirot den Blick über alle Gesichter wandern. Michael war wütend und noch etwas. Hatte er Angst? Susan zornig und wachsam, Gregory ausdruckslos und verschlossen, Miss Gilchrist töricht, der Mund offen, George argwöhnisch, Helen bestürzt und nervös. Poirot straffte die Schultern und beugte sich vor. Ja, sagte er, ich bin ein Detektiv, ich bin Hercule Poirot. In der Nacht schlief Hercule Poirot nicht gut. Er war irritiert und er wusste nicht genau, warum. Gerade als er eindöste, durchzuckte ihn ein Gedanke und er war wieder hellwach. Farbe, Timothy und Farbe, Ölfarbe, der Geruch von Ölfarbe, das hing irgendwie mit Mr. Antwistle zusammen. Farbe und Cora, Coras Bilder, Postkarten Bilder. Cora hatte bei ihren Bildern gemogelt. Nein, zurück zu Mr. Antwistle, etwas, das er gesagt hatte, oder war es Lanscombe? Eine Nonne, die am Tag von Richard Abernethys Tod an der Haustür klingelte, eine Nonne mit einem Schnurrbart, eine Nonne in Stansfield Grange und in Litchett St. Mary. Das waren entschieden zu viele Nonnen. Was hatte Helen Abernethy das Gefühl gegeben, dass etwas nicht stimmte? Helen hatte die Wachsblumen fallen gelassen, als er sagte, was hatte er gesagt? Er konnte sich nicht genau erinnern. Miss Antwistle klopfte an die Schlafzimmertür ihres Bruders und trat ein. Mrs. Leo Abernethy vor sieben Uhr morgens ruft sie an, also wirklich. Mrs. Leo, du meine Güte, wo ist mein Schlafrock? Wenig später nahm er den Hörer in die Hand. Antwistle am Apparat. Helen, sind Sie das? sagte er. Ja, es tut mir leid, sie aus dem Schlaf zu reißen, aber sie sagten, ich solle sie sofort anrufen, wenn mir wieder einfiele, was mir damals am Tag der Beerdigung merkwürdig vorkam, als Cora uns alle mit ihrer Bemerkung schockierte. Ah, und es ist Ihnen wieder eingefallen? Ja, sagte Helen. Erzählen Sie. Es ist mir eingefallen, als ich mich gestern Abend im folgte ein Geräusch, das lange durch die Leitung hallte, ein dumpfer, schwerer Schlag, den Mr. Entwistle überhaupt nicht deuten konnte. Hallo? Seine Stimme war besorgt. Hallo? Sind Sie noch dran? Helen, sind Sie da? Helen? Erst eine knappe Stunde später, nach zahlreichen Gesprächen mit der Störungsstelle, hatte Mr. Entwistle schließlich Hercule Poirot am anderen Ende der Leitung. Gott sei Dank, sagte Mr. Entwistle, das Fernamt hatte die größten Schwierigkeiten, eine Verbindung herzustellen. Das ist nicht überraschend, der Hörer war nicht aufgehängt. Vor etwa zwanzig Minuten wurde Mrs. Leo Abernethy vom Ausmädchen hier beim Telefon am Boden liegend gefunden. Sie war bewusstlos, eine schwere Geirnerschütterung. Sie meinen, es war ein Schlag auf den Kopf? Ich glaube schon. Sie hatte gerade mit mir Sprach. Wir werden warten müssen, bis sie wieder bei Bewusstsein ist. Das könnte lange dauern, sagte Poirot düster. Vielleicht nie. Aber das ist entsetzlich, Poirot. Und deswegen dürfen wir nicht warten, denn es beweist, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der entweder völlig ruchlos ist, oder der sehr große Angst hat, und das läuft auf dasselbe hinaus. Aber hören Sie mal, Poirot? Was ist mit Helen? Ich mache mir Sorgen um sie. Sind Sie sicher, dass sie in Anderby gut aufgehoben ist? Nein, sie wäre ihr nicht gut aufgehoben. Der Sanitätswagen war schon ihr und fährt sie in ein Genesungseim, wo niemand sie besuchen darf. Es entstand eine Pause, dann hörte Mr. Andwistle wieder Poirots Stimme. Ich musste mich vergewissern, dass niemand die Umgebung von London. Sie reisen nach Burry St. Edmunds und dort mieten sie sich einen Wagen und fahren nach Forstdike aus. Das ist eine Nervenklinik. Sie erkundigen sich nach den Details eines Patienten, der vor einigen Monaten entlassen wurde. Sein Name ist Gregory Banks. Finden sie heraus, wegen welcher Art von Geistesgestörteid er in Behandlung war. Wollen Sie damit sagen, dass Gregory Banks Psst, seien Sie vorsichtig, was Sie sagen. Es fährt ein guter Zug nach Burry St. Edmunds um zwölf Uhr. Wenn ich mehr erfahre, rufe ich Sie vorher noch einmal an. Passen Sie auf sich auf, Poirot, sagte Mr. Antwistle besorgt. Aber ja, ich, ich will keinen Schlag auf den Kopf bekommen. Und jetzt auf Wiedersehen. Poirot hörte, wie der Hörer des Apparats in London aufgelegt wurde. Dann vernahm er ein zweites, sehr leises Klicken. Er lächelte in sich hinein. Jemand hatte den Hörer am Telefon im Flur aufgelegt. Poirot schlüpfte in seinen Mantel und trat durch den Seiteneingang aus dem Haus. Nach einem Flottenmarsch erreichte er das Postamt und meldete ein Ferngespräch an. Wenig später sprach er erneut mit Mr. Antwistle. Ja, ich bin es wieder. Vergessen Sie den Auftrag. Jemand hörte mit. Und nun zu ihrem wahren Auftrag. Sie müssen, wie ich schon sagte, eine Zugreise machen. Ich möchte, dass sie sich zum Aus von Mr. Abernathy begeben. Aber Timothy und Mord sind in Anderby. Exakt. Im Aus ist niemand als eine Frau namens Mrs. Jones, die sich durch das Angebot einer beträchtlichen Summe dazu bewegen ließ, das auszuüten. Sie werden der guten Mrs. Jones sagen, dass Mr. oder Mrs. Abernathy sie gebeten hat, diesen bestimmten Gegenstand abzuholen und mit nach London zu nehmen. Sie wird ihre Worte nicht bezweifeln. Mr. Antwistles Stimme war gequält. Und welchen Gegenstand muss ich abholen? Poirot erklärte es ihm. Sie bringen es Antwistle die Adresse aufgeschrieben hatte, fragte er, ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Poirot. Natürlich weiß ich, was ich tue. Wir nähern uns dem Ende. Für elf Uhr berief Hercule Poirot ein informelles Treffen in der Bibliothek ein. Nachdem sich alle versammelt hatten, betrachtete er nachdenklich die Gesichter, die im Halbkreis um ihn saßen. Gestern Abend, begann er, hat Mrs. Shane Ihnen verkündet, dass ich ein Privatdetektiv bin. Und nun, bitte, hören Sie mir aufmerksam zu, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich bin seit vielen Jahren mit Mr. Antwistle befreundet. Er war sehr bestürzt über den Tod seines alten Freundes Mr. Richard Abernathy. Besonders bestürzt war er über die Worte, die am Tag der Beerdigung von Mr. Abernethys Schwester Mrs. Lonskene geäußert wurden. Noch mehr bestürzt war Mr. Antwistle über Mrs. Lonskene Tod. Ihm ging es nur um eines. Er wollte Gewissheit haben, dass es sich bei ihrem Tod wirklich um einen Zufall handelte. In anderen Worten, er wollte bestätigt haben, dass Richard Abernathy eines natürlichen Todes gestorben war. Zu dem Zweck beauftragte er mich, den nötigen Erkundigungen einzuholen. Niemand sagte ein Wort. Eh bien, sie werden alle entzückt sein, zu erfahren, dass als Ergebnis meiner Ermittlungen nicht der mindeste Grund zur Annahme besteht, dass Mr. Abernathy keines natürlichen Todes gestorben ist. Es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, dass er ermordet wurde. Er lächelte und breitete die Hände zu einer triumphierenden Geste. Das ist eine gute Nachricht, nicht wahr? Offenbar nicht, nach der Reaktion der Versammelten zu urteilen. Alle starrten Erküle Poirot an. Alle blickten zweifelnd und misstrauisch. Erküle Poirot saß im viktorianischen Sommerhaus. Er holte seine große Uhr aus der Tasche und legte sie vor sich auf den Tisch. Er hatte verkündet, dass er mit dem Zwölf-Uhr-Zug fahren würde. Eine halbe Stunde blieb ihm also noch Zeit. Eine halbe Stunde, in der jemand einen Entschluß fassen und ihn aufsuchen könnte. Vielleicht nicht nur eine Person. Als erstes kam Miss Gilchrist. Sie war aufgebracht und bekümmert. Ja, Poirot's Stimme war sanft und ermunternd. Sie möchten mir etwas sagen? Wie gesagt, ich tue es nicht gern. Sie ist so nett zu mir gewesen. Sie hat mir die Stelle bei Mrs. Timothy verschafft und alles. Sie sprechen von Mrs. Banks, erkundigte Poirot sich leise. Ja, sehen Sie, Miss Gilchrist blickte zu Boden. Dann schaute sie auf und schluckte heftig. Wissen Sie, ich habe gelauscht an dem Tag, als Mr. Richard Abernethy seine Schwester besuchte. Ich war neugierig, weil er nach all den Jahren so plötzlich auftauchte. Sie haben gehört, was Mr. Abernethy zu Mrs. Lonskene sagte? Ja, er sagte etwas wie, es ist sinnlos, mit Timothy zu reden, aber ich würde es gern bei dir loswerden, Cora. Wir drei sind die einzigen, die noch am Leben sind, und obwohl du dich immer gern wie eine Narren aufgeführt hast, hast du ziemlich viel gesunden Menschenverstand. Also, was würdest du an meiner Stelle tun? Aber ich habe das Wort Polizei verstanden. Und dann ist Mr. Abernethy ziemlich laut geworden und hat gesagt, das kann ich nicht, nicht, wenn es um meine eigene Nichte geht. Und dann musste ich in die Küche laufen, weil etwas übergekocht war. Und als ich wieder zurückkam, sagte Mr. Abernethy gerade, selbst wenn ich weiß, passe ich gut auf. Und er meinte, er hätte ein neues Testament aufgesetzt und sie, Cora, würde auch etwas bekommen. Und dann sagte er noch, sie sei mit ihrem Mann ja wohl glücklich gewesen und er hätte damals einen Fehler gemacht. Poirot lächelte. Ich danke Ihnen, Miss Gilchrist, dass Sie zu mir gekommen sind. Das war sehr wichtig. Kaum war Miss Gilchrist verschwunden, als Gregory Banks mit großen Schritten über den Rasen auf ihn zugestürmt kam. Sein Gesicht war blass und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Endlich rief er. Ich dachte, die dumme Frau würde nie verschwinden. Was Sie heute Vormittag gesagt haben, stimmt nicht. Sie irren sich in allem. Richard Abernethy ist ermordet worden. Ich habe ihn umgebracht. Er Kühlporos Blick wanderte an dem aufgebrachten jungen Mann auf und ab. Er wirkte nicht im Mindesten überrascht. Sie haben ihn also umgebracht. Und wie? Gregory Banks lächelte. Für mich war das ganz einfach. Das ist Ihnen doch bestimmt klar. Es gibt 15 oder 20 Drogen, die sich dafür eignen und an die ich ganz leicht herankommen kann. Sie zu verabreichen war schon etwas schwieriger, aber zum Schluss hatte ich sehr gerissen, kommentierte Poirot. Ja. Gregory Banks senkte bescheiden den Blick. Er wirkte zufrieden mit sich selbst. Und warum haben Sie ihn getötet? fragte Poirot interessiert. Wegen des Geldes, das Ihre Frau dann erben würde? Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht geldgierig. Ich habe Susan doch nicht wegen ihrem Geld geheiratet. Das hat er gedacht, stieß Greg mit unvermittelter Gehässigkeit hervor. Richard Abernethy, er glaubte, sie hätte unter ihrem Stand geheiratet. Er hat mich verachtet. In seinen Augen hatte ich nicht die richtige Aussprache, nicht die richtige Kleidung. Die Empörung des jungen Mannes hatte sich beinahe zur Hysterie gesteigert. Er hat mich für Dreck gehalten. Er war immer ganz höflich, aber ich habe gesehen, dass er mich nicht leiden konnte. Das ist möglich. Das lasse ich nicht zu, dass Leute mich so behandeln. Das hat schon mal jemand versucht. Eine Frau, die oft in die Apotheke gekommen ist und der ich immer die Medikamente zusammenstellen musste. Die war unverschämt zu mir. Und wissen sie, was ich gemacht habe? Ja, sagte Poirot. Gregory sah ihn verblüfft an. Fast wäre sie gestorben. Seine Stimme klang selbst zufrieden. Das zeigt nur, dass ich kein Mensch bin, mit dem zu spaßen ist. Richard Abernethy hat mich verachtet. Und was ist passiert? Er ist gestorben. Ein überaus erfolgreicher Mord, sagte Poirot feierlich, als würde er Greg zu seiner Tat beglück wünschen. Aber warum kommen sie jetzt und gestehen alles, ausgerechnet mir? Weil sie gesagt haben, er sei nicht ermordet worden. Ich musste ihnen zeigen, dass sie nicht so schlau sind, wie sie denken. Und außerdem schlagartig veränderte sich Gregs Gesicht und bekam etwas Fiebriges. Es war falsch, es war böse. Ich muss bestraft werden, Reue, Vergeltung. Jetzt glühte sein Hase. Poirou musterte ihn eine Weile neugierig. Wie groß ist denn ihr Wunsch, ihrer Frau zu entkommen? fragte er dann. Susan? Susan ist großartig! Ja, Susan ist großartig. Das ist eine schwere Last. Susan liebt sie ingebungsvoll. Auch das ist eine Last, nein? Gregory starrte vor sich ins Leere. Dann sprang er auf. Da kommt sie! Ich gehe, aber sie sagen ihr, was ich ihnen erzählt habe. Sagen sie ihr, dass ich zur Polizei gegangen bin, um ein Geständnis abzulegen. Außer Atem betrat Susan das Sommerhaus. Wo ist Greg? Er war doch eben noch hier, ich habe ihn gesehen. Ja, er war gekommen, um mir zu sagen, dass er Richard Abernethy vergiftet hat. Unsinn, sie glauben ihm doch hoffentlich nicht. Warum sollte ich ihm nicht glauben? Er war nicht einmal in der Nähe, als Onkel Richard gestorben ist. Und wo war er, als Gora Lonskenet gestorben ist? In London. Untersuchung waren sie in der Garage des Kings Arms. Dort redeten sie mit einem Mechaniker und in der Nähe stand ein Wagen mit einem älteren ausländischen Herrn. Sie haben ihn nicht bemerkt, aber er hat sie bemerkt. Ich weiß nicht, was sie meinen. Der Mechaniker fragte sie, ob sie eine Verwandte des Opfers wären und sie sagten, sie wären ihre Nichte. Und seine nächsten Worte waren, ah, hab ich mir doch gedacht, dass ich sie schon einmal gesehen habe. Wo hatte er sie schon einmal gesehen, Madame? Hatte er sie vor ihrem Cottage gesehen? Und wann? Das war eine Frage, der man nachgehen musste. Und das Ergebnis dieser Nachforschungen war, dass sie an dem Nachmittag, an dem Gora Lonskenet starb, dort waren. In Litchett St. Mary. Sie haben ihren Wagen im selben Steinbruch geparkt wie am Morgen der gerichtlichen Untersuchung. Das Auto wurde gesehen. Das Kennzeichen notiert. Inspektor Morton weiß mittlerweile, wem der Wagen gehört. Susan starrte ihn an. Warum, Mrs. Banks, sind Sie nach Litchett St. Mary gefahren? Also gut, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Ich war verstört wegen dem, was Cora bei der Beerdigung gesagt hatte. Ich musste immer wieder darüber nachdenken. Also beschloss ich, zu ihr zu fahren und sie zu fragen, was sie auf die Idee gebracht hatte. Greg fand das töricht, also habe ich ihm nicht einmal gesagt, wohin ich fahre. Ich war gegen drei Uhr da, habe geklopft und geklingelt, aber niemand hat aufgemacht. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich bin nicht hinters Haus gegangen, sonst hätte ich vielleicht das kaputte Fenster gesehen. Ich bin einfach wieder nach London zurückgefahren, ohne zu ahnen, dass irgendetwas passiert war. Poirots Gesicht verriet keine Gemütsregung. Warum beschuldigt Ihr Mann sich des Verbrechens? fragte er. Weil er … Susan sprach das Wort nicht aus. Sie wollten sagen, weil er spinnt, ihm Scherz gesagt. Aber der Scherz kommt der Wahrheit zu nahe, nicht wahr? sagte Poirot. Bevor sie ihm begegneten, war er einige Monate in der Nervenklinik Forstdeick aus. Er war freiwillig dort. Das ist wahr. Man kann ihn nicht als unzurechnungsfähig einstufen, aber er ist eindeutig sehr labil. Er leidet an einem Bestrafungskomplex, wohl schon seit seiner Kindheit. Susan sprach schnell und heftig. Greg hat nie eine Chance gehabt. Deswegen wollte ich das Geld von Onkel Richard so dringend haben. Ich wusste, dass Greg ein eigenes Geschäft braucht. Er braucht das Gefühl, jemand zu sein und nicht nur ein Apothekengehilfe, den man herumschubsen kann. Jetzt wird alles anders werden. Er bekommt sein eigenes Labor. Er kann seine eigenen Rezepturen herstellen. Sie bieten ihm den Himmel auf Erden, weil sie ihn lieben. Aber man kann einem Menschen nicht geben, was er nicht anzunehmen bereit oder fähig ist. Letzten Endes wird er immer noch sein, was er nicht sein will. Und das ist? Susans Mann. Sie reden blanken Unsinn. Aufgebracht machte Susan auf dem Absatz kehrt und rannte davon. Ich dachte, ich würde mich kurz von Ihnen verabschieden. Michael Shanes Ton war gewinnend. Poirot wurde sich des gefährlichen Charmes dieses Mannes bewusst. Ihre Frau ist eine sehr ungewöhnliche Persönlichkeit. Michael hob die Augenbrauen. Finden Sie? Ich gebe zu, sie ist bildschön, aber meines Erachtens besticht sie nicht eben durch Intelligenz. Sie wird nie versuchen, allzu klug zu sein, pflichtete Poirot ihm bei. Aber sie weiß, was sie will. Ich kann Ihnen nicht immer ganz folgen, Monsieur Poirot, aber ich bin Ihnen mehr als dankbar, dass wir jetzt Klarheit haben. Es ist, gelinde gesagt, unerquicklich, den Verdacht haben zu müssen, einer von uns könnte den armen alten Onkel Richard ermordet haben. So kam er Ihnen vor, als Sie ihn sahen? Als armer, alter Onkel Richard? Nun ja, natürlich hatte er sich sehr gut gehalten und so, und war ihm voll Besitzer nach geistigen Kräfte. Auch das. Und ein großer Menschenkenner. Sie dürfen nicht von mir erwarten, dass ich Ihnen da zustimme, Monsieur Poirot. Er mochte mich nicht. Er hielt Sie womöglich für den Typ des untreuen Ehemannes? fragte Poirot nach. Michael lachte. Was meinen Sie bitte damit? Poirot legte die Fingerspitzen aneinander. Es wurden Erkundigungen eingezogen, müssen Sie wissen, murmelte er. Michael Shane warf ihm einen kurzen, forschenden Blick zu. Er reagierte schnell. Das ist sehr unangenehm. Sehen Sie, ich habe Rosamund erzählt, dass ich an dem Tag mit einem gewissen Oscar Lewis beim Essen war. In Wirklichkeit bin ich mit dem Auto zu einer Frau namens Sorrel Dainton gefahren. Eine ziemlich bekannte Schauspielerin. Rosamund wird nicht gerade glücklich sein, verstehen Sie? Ah, Poirot schlug einen diskreten Ton an. Und nun, Sie hatten eine Affäre mit dieser Dame? Ach, wie es eben so geht. Die Polizei wird zufriedengestellt sein. Glauben Sie? Na, ich könnte ja kaum mit einem Beil bewaffnet zu Cora fahren, wenn ich mich zu der Zeit meilenweit entfernt mit Sorrel amüsiert habe. Sie hat ein Cottage in Kent. Ich verstehe. Und diese Miss Dainton, sie wird für Sie aussagen? Es wird ihr nicht gefallen, aber wenn's um Mord geht, wird sie's wohl tun müssen. Sie könnte es auch tun, selbst wenn Sie sich nicht mit ihr amüsiert haben. Auf einmal verfinsterte sich Michaels Blick. Wollen Sie sagen, dass Sie mir nicht glauben? Es spielt keine Rolle, ob ich Ihnen glaube oder nicht. Sie brauchen mit Ihrer Auskunft nicht mich zufriedenzustellen. Wen dann? Poirot lächelte. Mir wurde gesagt, dass Sie hier sind, Monsieur Poirot, sagte Inspektor Morton. Die beiden Männer schlenderten Seite an Seite über die Terrasse. Wir haben eine etwas merkwürdige Information bekommen von der Mutteroberin eines Klosters. Zwei ihrer Nonnen waren beim Spendensammeln unterwegs. Offenbar standen sie bei Cora Lanskene vor der Tür an dem Tag, bevor sie ermordet wurde. Aber niemand hat ihn aufgemacht. Das ist begreiflich. Schließlich war sie oben in Nordengland bei der Beerdigung von Abernathy. Und die Gilchrist hatte den Tag frei bekommen und einen Ausflug nach Bournemouth gemacht. Das Seltsame ist, dass die beiden Nonnen sagten, da sei jemand im Haus gewesen. Sie sagen, sie hätten stöhnen und ächzen gehört. Ich habe nachgefragt, ob es nicht einen Tag später war, aber die Mutteroberin beharrte darauf, dass es genau der Tag war. Offenbar führen sie über solche Sachen Buch. Hat jemand an dem Tag die Chance genutzt und das Haus durchsucht, während beide Frauen weg waren? Und hat dieser jemand nicht gefunden, wonach er suchte, und ist am nächsten Tag wiedergekommen? Allerdings gebe ich nicht viel auf das Stöhnen und noch weniger auf das Ächzen. Auch Nonnen sind abergläubisch, und ein Haus, in dem jemand ermordet wurde, bietet sich förmlich dafür an, dass man solche Geräusche hört. Die Frage ist, war da jemand, der im Haus nichts zu suchen hatte? Und wenn, wer war's? Die ganzen Abernethys waren bei der Beerdigung. Poirot stellte eine scheinbar unwesentliche Frage. Diese Nonnen, die da in der Gegend sammelten, sind sie später noch einmal wiedergekommen? Ja, das sind sie, ungefähr eine Woche später. Soweit ich weiß, war das am Tag der gerichtlichen Untersuchung. Das passt, erklärte er Kühlpoirot. Das passt genau. Inspektor Morton sah ihn fragend an. Was hat dieses Interesse an den Nonnen zu bedeuten? Es wird ihn wohl kaum entgangen sein, Inspektor, dass sich der Besuch der Nonnen am selben Tag ereignete, an dem der vergiftete Hochzeitskuchen seinen Weg ins Haus fand. Und nun, mon cher, begebe ich mich auf die Suche nach der Nichte des verstorbenen Richard Abernethy. Bitte passen Sie auf, was Sie Mrs. Banks sagen. Ich spreche nicht von Mrs. Banks. Ich spreche von Richard Abernethys anderer Nichte. Rosamund saß auf einer Bank neben dem Bach, der in einem Wasserfall herabstürzte und dann durch einen Dschungel von Rhododendornbüschen dahinplätscherte. Sie starrte gedankenverloren ins Wasser, als Poirot zu ihr trat. Rosamund wandte ihm den Kopf zu und betrachtete ihn. »Madame, ich habe in dem kleinen Sommer ausgesessen und geofft, Sie würden mir vielleicht einen Besuch abstatten.« Rosamund starrte ihn an. »Warum sollte ich das? Sie hatten sich doch schon mehr oder minder in der Bibliothek von uns verabschiedet.« »Das hatte ich in der Tat. Und es gibt nichts, das Sie mir sagen möchten?« »Nein«, Rosamund schüttelte den Kopf. Poirot wartete einen Augenblick. »Inspektor Morten ist gerade eingetroffen. Er ist ergekommen, weil er von Ihnen allen erfahren möchte, wo Sie am Tag des Todes von Cora waren.« »Ich verstehe, ein Alibi!« Ihr schönes Gesicht verzog sich zu einem amüsierten Lächeln. »Das wird Michael einen schönen Schreck einjagen. Er denkt, ich wüsste nicht, dass er an dem Tag zu der Frau gefahren ist.« Er rüßte, fürchte ich, »kein sehr treuer Ehemann?« Poirot zögerte mit seiner Frage. »Nein.« »Aber es stört Sie nicht?« »Ach, in gewisser Hinsicht ist es lustig,« sagte Rosamund. »Ich meine, einen Mann zu haben, den alle anderen Frauen einem wegschnappen wollen.« Poirot musterte sie. »Und falls es jemandem gelingen sollte, Ihnen Ihren Mann wegzunehmen?« »Das wird nicht passieren,« antwortete Rosamund. »Jetzt nicht mehr, wo ich das Geld von Onkel Richard habe.« Michael verguckt sich in diese Weiber, aber die Bühne ist für ihn wichtiger als alles andere. Und jetzt kann er groß rauskommen, kann seine eigene Show auf die Beine stellen. Er kann auch selbst Stücke produzieren und braucht nicht nur zu spielen. Er ist sehr ehrgeizig, müssen Sie wissen, und er ist wirklich gut. Nein, jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr wegen Michael. Schließlich ist es mein Geld. Das Telegramm traf gegen sechs Uhr abends ein. Wie eigens verlangt, wurde es persönlich zugestellt und nicht per Telefon übermittelt. Ercule Poirot, der sich schon geraume Zeit in der Nähe der Haustür herumgetrieben hatte, riss es Lanscom förmlich aus der Hand, als dieser es vom Boden entgegennahm. Mit ebenso untypischer Hast öffnete er das Schreiben. Innen standen drei Worte und eine Unterschrift. Poirot stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Dann versetzte er Lanscom ein Klaps auf die Schulter. »Courage! Wir stehen kurz vor dem Ziel!« Dieses Mal bat Ercule Poirot seine Zuhörer, sich im großen Salon zu versammeln. Mit der Ankunft von Inspektor Morton und Superintendent Powell hatte er ein Gefühl von Bedrohung um sich gegriffen. Poirot begann auf seine etwas hochtrabende Art. Ursprünglich kam ich ihr ehr, um ein Rätsel zu lösen. Das Rätsel ist gelöst. Lassen Sie mich zuerst die verschiedenen Punkte ansprechen, auf die der vortreffliche Mr. Antwistle mich aufmerksam machte. Zum einen stirbt Mr. Richard Abernathy eines plötzlichen Todes. Zum zweiten sagt seine Schwester Cora Lansquenet nach seiner Beerdigung, er ist doch ermordet worden, oder nicht? Zum dritten wird Mrs. Lansquenet ermordet. Die Frage lautet, stehen diese drei Ereignisse im Zusammenhang? Lassen Sie uns betrachten, was als nächstes passiert. Miss Gilchrist, die Gefährtin der Toten, erkrankt, nachdem sie ein Stück mit Arsen vergifteten Hochzeitskuchen isst. Nun, wie ich Ihnen heute Vormittag bereits erklärte, ich bin im Verlauf meiner Ermittlungen auf nichts, überhaupt nichts gestoßen, das den Verdacht erartet, Mr. Abernathy sei vergiftet worden. Lassen Sie uns nun das vierte Element der Handlungsreihe Eingehender betrachten. Der Paketpostbote ist sich relativ sicher, dass er das Päckchen mit dem Hochzeitskuchen nicht zustellte. Wenn dem so ist, dann wurde das Päckchen von Ant abgegeben. Und obwohl wir keine unbekannte Person ausschließen können, müssen wir doch unser besonderes Augenmerk auf die Personen richten, die tatsächlich anwesend und in der Lage waren, das Päckchen dort hinzulegen, wo es gefunden wurde. Dabei handelte es sich um Miss Gilchrist selbst, um Susan Banks, die an jenem Tag zur gerichtlichen Untersuchung gekommen war, Mr. Antwistle. Schließlich war auch er zugegen, als Cora ihre aufsehenerregende Bemerkung machte. Und noch zwei weitere Personen waren anwesend. Ein alter R., der sich als ein gewisser Mr. Guthrie ausgab, ein Kunstkritiker, und eine oder mehrere Nonnen, die am frühen Vormittag an die Tür klopften und um eine Spende baten. Miss Gilchrist profitierte in keinster Weise von Richard Abernethys Tod und nur in sehr kleinem Maße von Mrs. Lanskeneß. Im Gegenteil, deren Ableben beraubte sie ihre Arbeitsstelle und brachte sie in die missliche Lage, eine neue Stelle suchen zu müssen. Zudem wurde Miss Gilchrist erwiesenermaßen mit einer Ersehenvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Susan Banks profitierte durchaus von Richard Abernethys Tod und in kleinerem Umfang auch von Mrs. Lanskeneß. Sie hätte guten Grund haben können, zu glauben, dass Miss Gilchrist eine Unterhaltung zwischen Cora Lanskeneß und ihrem Bruder mitangehört hatte, in der sie namentlich erwähnt wurde. Und so beschloss sie, dass Miss Gilchrist ausgeschaltet werden musste. Sie selbst weigerte sich, den Ortzeitskuchen zu essen und wollte den Arzt, als Miss Gilchrist nachts von Übelkeit befallen wurde, auch erst am folgenden Tag rufen. Mr. Entwistle profitierte von keinem der beiden Todesfälle, aber er hatte beträchtlichen Einfluss auf Mr. Abernethys Geschäfte und die Treuernfonds ausgeübt und es hätte einen guten Grund geben können, weshalb Richard Abernethys Leben nicht allzu lange wehren sollte. Aber werden sie einwenden, wenn es Mr. Entwistle war, warum sollte er sich dann an mich wenden? Und darauf antworte ich, es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mörder seiner Sache allzu sicher ist. Nun kommen wir zu denjenigen, die ich die beiden Außenstehenden nennen möchte, Mr. Gaffrey und eine Nonne. Wenn Mr. Gaffrey tatsächlich Mr. Gaffrey der Kunstkritiker ist, dann ist er freigesprochen. Dasselbe gilt für die Nonne, wenn sie tatsächlich eine Nonne ist. Die Frage lautet, sind diese Leute das, wofür sie sich ausgeben, oder sind sie jemand anders? Und ich muss hinzufügen, es zieht sich offenbar das sehr seltsame Motiv einer Nonne durch die ganzen Ereignisse. Eine Nonne kommt an die Tür von Mr. Timothy Abernethys Haus und Miss Gilchrist glaubt, es handelt sich um dieselbe Nonne, die sie in Litsche St. Mary gesehen hat. Zudem stand eine Nonne oder zwei Nonnen am Tag vor Mr. Abernethys Tod hier an der Austür. Ich möchte einige weitere Elemente des Falls hinzufügen, die meine Aufmerksamkeit erregten. Der Besuch eines Kunstkritikers, der Geruch nach Ölfarbe, eine Postkarte des Afens von Polflexen und schließlich ein Wachsblumenstrauß auf dem Malachittisch. Es war das Erwägen all dieser Elemente, das mich zur Wahrheit führte. Und ich stehe nun kurz davor, Ihnen diese Wahrheit zu eröffnen. Richard Abernethy ist plötzlich gestorben und es hätte keinen Anlass gegeben, Argwohn zu schöpfen, wenn seine Schwester Cora bei der Beerdigung nicht die sonderbare Bemerkung gemacht hätte, die sie nun einmal machte. Der einzige Hinweis, dass Richard Abernethy ermordet worden sein könnte, besteht in diesen Worten. Als Folge davon waren sie alle der Ansicht, dass tatsächlich ein Mord stattgefunden hatte. Und sie glaubten das. Weniger wegen der Worte an sich, als vielmehr wegen des Charakters von Cora Lonskenet. Denn Cora Lonskenet war dafür bekannt, in peinlichen Momenten die Wahrheit zu sagen. Das heißt, der Verdacht, dass Richard ermordet worden war, kam nicht nur wegen Coras Worten auf, sondern vor allem wegen Cora selbst. Und nun komme ich zu der Frage, die ich mir plötzlich selbst stellte. Wie gut kannten Sie alle Cora Lonskenet? Was meinen Sie damit? fragte Susan scharf. Gar nicht gut. Das ist die Antwort, fuhr Poirot fort. Die jüngere Generation hatte sie überhaupt nie kennengelernt, oder wenn, dann nur als kleine Kinder. Im Grunde waren an jenem Tag nur drei Leute im Aus, die Cora Lonskenet überhaupt kannten. Der Butler, der alt und praktisch blind ist, Mrs. Timothy Abernethy, die sie nur wenige Male gesehen hatte und das in der Zeit vor ihrer eigenen Hochzeit, und Mrs. Leo Abernethy, die sie recht gut kannte, aber seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Also sagte ich mir, angenommen, es war gar nicht Cora Lonskenet, die an jenem Tag an der Beerdigung teilnahm. Wollen Sie damit sagen, dass Tante Cora nicht Tante Cora war? Susan klang ungläubig. Wollen Sie sagen, dass gar nicht Tante Cora ermordet wurde, sondern jemand anders? Oh nein, es war Cora Lonskenet, die ermordet wurde. Aber es war nicht Cora Lonskenet, die am Tag zuvor der Beerdigung ihres Bruders beiwohnte. Die Frau, die an dem Tag kam, kam nur aus einem Grunde, um die Tatsache von Richards plötzlichem Tod zu ihrem Vorteil auszunutzen, und um in den Köpfen seiner Anverwandten den Verdacht zu erwecken, er sei ermordet worden. Was ihr glänzend gelang. Warum? Wozu sollte das gut sein? fragte Mord aufgebracht. Um die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Mord abzulenken, vom Mord an Cora Lonskenet selbst. Denn wenn Cora sagt, dass Richard ermordet worden ist und sie am folgenden Tag selbst ermordet wird, werden die beiden Todesfälle in Zusammenhang gebracht, als Ursache und Wirkung. Aber wenn nur Cora ermordet und ihr Haus ausgeraubt wird, und wenn die Theorie vom Raubüberfall die Polizei nicht überzeugt, wo beginnt sie ihre Suche dann? In unmittelbarer Umgebung, nicht wahr? Der Verdacht fällt als erstes auf die Frau, die mit ihr im Aus lebte. Miss Gilchrist protestierte. Sie wollen doch nicht behaupten, ich würde wegen einer Amethystbrosche und einigen wertlosen Bildern einen Mord begehen? Nein, räumte Poirot ein. Etwas mehr war es schon. Unter den Bildern war eines, das den Hafen von Polflexen darstellte und das, wie Mrs. Banks scharfsichtig bemerkte, nach einer Postkarte gemalt wurde, auf der die alte Pier noch abgebildet war. Aber Mrs. Lonskenet malte immer nach der Natur. Da fiel mir wieder ein, dass Mr. Entwistle erwähnt hatte, es habe im Haus nach Ölfarbe gerochen, als er das erste Mal dort war. Sie können doch malen, nicht wahr, Miss Gilchrist? Ihr Vater war Maler und sie verstanden einiges von Malerei. Angenommen, eines der Bilder, die Cora billig auf einem Trödelmarkt gekauft hatte, war sehr wertvoll. Angenommen, sie selbst erkannte das nicht, aber sie bemerkten es. Sie wussten, dass Cora bald den Besuch eines alten Freundes erwartete, der ein bekannter Kunstkritiker war. Dann stirbt plötzlich ihr Bruder und ihnen kommt ein Plan in den Sinn. Es ist ganz leicht, ihr morgens ein Beruhigungsmittel in den Tee zu geben, so dass sie den ganzen Tag der Beerdigung bewusstlos im Bett liegt, während sie in Enderby ihre Rolle übernehmen. Sie kannten Enderby sehr gut aus ihren Erzählungen. Cora hatte häufig über ihre Kindheit gesprochen. Sie haben ihr Wissen von Enderby an dem Tag sehr gut eingesetzt, mit Anspielungen auf dieses, mit Erinnerungen an jenes. Niemand vermutete, dass sie nicht Cora waren. Sie trugen Coras Kleidung, ein wenig ausgepolstert, und da Cora immer falsche Ponyfransen anlegte, konnten sie ihr das leicht nachmachen. In den letzten 20 Jahren hatte niemand Cora gesehen. Und in 20 Jahren verändern Leute sich stark. Aber Manierismen vergisst man nicht. Und Cora hatte bestimmte unverkennbare Manierismen, die sie vor dem Spiegel sorgfältig einstudierten. Und genau da machten sie sinnigerweise ihren ersten Fehler. Sie vergaßen, dass ein Spiegelbild stets seitenverkehrt ist. Als sie im Spiegel die perfekte Wiedergabe von Coras vogelartiger Kopfhaltung sahen, bemerkten sie nicht, dass es die falsche Seite war. Sie wussten, dass Cora den Kopf stets nach rechts neigte, aber sie vergaßen, dass sie ihren eigenen Kopf nach links legen mussten, um die Wirkung im Spiegel zu erzielen. Das war die Sache, die Ellen Abernethy verstörte, als sie ihre berühmte Bemerkung fallen ließen. Irgendetwas kam ihr merkwürdig vor. Neulich abends, nach dem Gespräch über Spiegelbilder und wie man sich selbst sieht, glaube ich, dass Mrs. Leo vor einem Spiegel saß. Vermutlich dachte sie an Cora, erinnerte sich daran, wie Cora den Kopf nach rechts zu legen, pflegte, tat es, schaute in den Spiegel, und da kam ihr das Bild natürlich nicht richtig vor. Schlagartig wurde ihr klar, was am Tag der Beerdigung nicht gestimmt hatte. Sie kam zu dem Ergebnis, entweder hatte Cora sich angewöhnt, den Kopf auf die andere Seite zu legen, was höchst unwahrscheinlich war, oder Cora war nicht Cora gewesen. Weder das eine noch das andere schien für sie Sinn zu ergeben. Aber sie war entschlossen, Mr. Entwistle auf der Stelle von ihrer Entdeckung zu berichten. Eine zweite Person, die stets früh aufsteht, folgte ihr nach unten, und aus Angst, was Helen Abernethy aufdecken könnte, schlug sie ihr mit einem schweren Türhämmer auf den Kopf. Poirot hielt kurz inne. Ich kann Ihnen bereits jetzt sagen, Miss Gilchrist, dass die Gehirnerschütterung, die Mrs. Abernethy erlitten hat, nicht schwerwiegend ist. Sie wird uns bald ihre eigene Geschichte schildern können. Ich habe nichts dergleichen getan, sagte Miss Gilchrist. Das Ganze ist eine infame Lüge. Die Andeutung, es könnte ein Mord gewesen sein, war natürlich nur der erste Schritt, griff Poirot seinen Faden wieder auf. Sie hatten noch mehr in der Interrand. Sie waren jederzeit bereit zu gestehen, dass sie ein Gespräch zwischen Richard und seiner Schwester belauscht hatten. Was er ihr erzählte, war zweifellos, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Die Nonne war eine weitere ihrer Erfindungen. Die Nonne, oder vielmehr die Nonnen, die am Tag der gerichtlichen Untersuchung vor der Austür standen, brachten sie auf die Idee, eine Nonne zu erfinden, die sie verfolgte, und diese Ausrede setzten sie ein, als sie hören wollten, was Mrs. Timothy ihrer Schwägerin in Enderby am Telefon sagte. Und auch, weil sie sie ihr Erbe gleiten wollten, um zu sehen, wie sich alles weiter entwickelte. Sich selbst mit Arsen zu vergiften, schwer, aber nicht tödlich, ist ein altbekanntes Motiv, und ich muss an dieser Stelle anmerken, dass eben dieser Umstand Inspektor Mortens Verdacht auf sie lenkte. Aber das Bild, wollte Rosamund wissen, was für ein Bild ist es denn? Bedächtig faltete Poirot ein Telegramm auf. Heute Morgen rief ich Mr. Entwistle an und trug ihm auf, nach Stansfield-Grange zu fahren und auf Anweisung von Mr. Abernercy selbst die Bilder in Miss Gilchrist' Zimmer zu durchsuchen und dasjenige vom Hafen in Polflexen mitzunehmen, mit der Ausrede, es soll als Überraschung für Miss Gilchrist neu gerahmt werden. Ich trug ihm auf, es nach London zu Mr. Gassri zu bringen, den ich per Telegramm vorgewarnt hatte. Das rasch ingetuschte Bild von Polflexen wurde entfernt, das ursprüngliche Bild kam zum Vorschein. Er hielt das Telegramm hoch. Eindeutig ein Fermier, Gassri. Wie elektrisiert stieß Miss Gilchrist einen Schrei aus. Ich habe gewusst, dass es ein Fermier ist, ich hab's gewusst, aber sie hat keine Ahnung gehabt. Ewiges Gefasel über Kunst und nicht die blasseste Ahnung, dumm wie Bohnenstroh war sie, hat ständig von diesem Haus geschwärmt, von Enderby und was sie als Kinder hier alles gemacht haben. Und erstickt im Geld sind sie. Das Beste von allem haben sie immer gehabt. Sie haben ja keine Ahnung, wie geisttötend es ist, jemandem zuzuhören, der immer über dasselbe redet und zu tun, als würde es einen interessieren. Und dabei war es öde, einfach öde und nichts, worauf man sich freuen kann. Und dann ein Fermier. Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass ein Fermier für mehr als 5000 Pfund verkauft wurde. Mit 5000 Pfund könnte man einen Teesalon pachten und einrichten, erklärte Poirot. Miss Gilchrist wandte sich zu ihm. Das war die einzige Chance, die ich je bekommen würde. Ich musste etwas Kapital haben. Ich wollte ihn Palmtree nennen und kleine Kamille als Speisekartenhalter. Manchmal kann man wirklich hübsches Porzellan finden. Ich wollte den Teesalon in einer feinen Gegend aufmachen, wo feine Gäste kommen würden. Es wäre bestimmt schön geworden. Eichentische und kleine Korbstühle mit rot-weiß gestreiften Kissen. Inspektor Morton brach den Bann. Miss Gilchrist verhielt sich äußerst zuvorkommend. Aber natürlich, ich möchte Ihnen keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Wenn ich den Palmtree nicht haben kann, ist alles andere relativ gleichgültig. Aber ich verstehe nicht, wo da die Wachsblumen hineinkommen. Rosamund hatte ihre blauen Augen vorwurfsvoll auf Poirot gerichtet. Sie saßen in Helens Wohnung in London. Helen selbst, der Rosamund und Poirot einen Teebesuch abstatteten, lag auf der Couch. Ich verstehe nicht, was die Wachsblumen damit zu tun hatten, wiederholte Rosamund. Die Wachsblumen waren Miss Gilchrists zweiter Fehler, erklärte Poirot. Sie sagte, wie schön sie sich auf dem Malachittisch machte. Aber sehen Sie, Madame, sie hätte sie nicht dort sehen können, weil die Blumen zu Bruch gegangen und weggeräumt worden waren, bevor sie mit Timothy und Maud Ebernethy nach Enderby kamen. Also konnte sie sie nur gesehen haben, als sie in der Rolle von Cora Lanskerney dort war. Das war wirklich dumm von ihr, nicht? sagte Rosamund. Poirot drohte ihr scherzhaft mit dem Zeigefinger. Das beweist nur, Madame, wie gefährlich es ist, Konversation zu betreiben. Ich werde vorsichtig sein müssen, meinte Rosamund nachdenklich. Dann hältte sich ihre Miene auf. Wussten Sie schon? Ich erwarte ein Kind. Aha, das steht also hinter der Arley Street und dem Regents Park. Ja, ich war so durcheinander, wissen Sie, und so überrascht, dass ich einfach irgendwo hingehen und nachdenken musste. Und ich habe beschlossen, die Bühne zu verlassen und nur noch Mutter zu sein. Eine Rolle, die Ihnen sehr gut zu Gesicht stehen wird. Rosamund lächelte glückselig. Und stellen Sie sich vor, Michael ist außer sich vor Freude. Susans Schönheitssalon sieht vielversprechend aus, sagte Helen. Ich glaube, er wird ein voller Erfolg werden. Ja, sie ist ein Mensch, dem Erfolg in die Wiege gelegt wurde, pflichtete Poirot bei. Wie ihrem Onkel. Ich vermute, Sie meinen damit Richard, warf Rosamund ein. Und nicht Timothy. Alle lachten. Greg ist irgendwo auf dem Land, sagte Rosamund. Laut Susan machte eine Erholungskur. Poirot griff den vorherigen Gesprächsfaden wieder auf. Ich habe einen sehr freundlichen Brief von Mr. Timothy Albernethy erhalten, berichtete er. Er erklärte sich überaus zufrieden mit den Diensten, die ich der Familie erwiesen habe. Onkel Timothy ist schrecklich, sagte Rosamund. Poirot wandte sich an Helen. Und Sie, Madame, fahren nach Zypern? Ja, in vierzehn Tagen. Dann lassen Sie mich Ihnen eine gute Reise wünschen. Ich möchte Ihnen sagen, Monsieur Poirot, dass Richards Vermächtnis mir mehr bedeutet hat als allen anderen, erklärte Helen unvermittelt. Sehen Sie, in Zypern ist ein Kind. Mein Mann und ich waren sehr glücklich miteinander. Es war unser großer Kummer, dass wir keine Kinder hatten. Nach seinem Tod war ich sehr, sehr einsam. Als ich bei Kriegsende in London als Krankenschwester arbeitete, lernte ich jemanden kennen. Er war jünger als ich und verheiratet, allerdings nicht sehr glücklich. Wir waren eine Weile zusammen, mehr nicht. Er ging nach Kanada zurück zu seiner Frau und seinen Kindern. Er wusste nie von unserem Kind. Er hätte es nicht gewollt. Aber ich wollte es. Es kam mir wie ein Wunder vor. Eine Frau in mittleren Jahren, die ihr Leben schon hinter sich hatte. Mit Richards Geld kann ich meinem sogenannten Neffen eine richtige Ausbildung bezahlen und ihm ein gutes Leben ermöglichen. Sie machte eine Pause. Ich habe Richard nie davon erzählt. Er mochte mich gerne und ich ihn auch. Aber er hätte es nicht verstanden. Poirot beugte sich über ihre Hand. Als er nach Hause kam, saß im Sessel linker Hand vom Kamin ein Besucher. Guten Tag, Poirot, sagte Mr. Entwistle. Ich komme gerade vom Gericht. Das Urteil lautete natürlich auf schuldig. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie nach Broadmoor kommt. Seit sie im Gefängnis sitzt, ist sie zweifellos übergeschnappt. Den Großteil der Zeit verbringt sie damit, detaillierte Pläne für eine ganze Kette von Teesalons zu schmieden. Man fragt sich, ob sie vielleicht schon immer ein wenig verrückt war. Guter Gott, nein! So klarsichtig wie sie und ich, als sie den Mord geplant hat. Absolut kaltblütig hat sie ihn begangen, meinte Mr. Entwistle. Mörder haben viele Gesichter, sagte Hercule Poirot und dachte an die Mörder, die er gekannt hatte. Sie hörten Der Wachsblumenstrauß von Agatha Christie Aus dem Englischen von Ursula Wulfekamp Gelesen von Oliver Kalkofe Produktion Der Hörverlag 2010 Der Wachsblumenstrauß Der Wachsblumenstrauß Der Wachsblumenstrauß Vielen Dank.